Wie geht das Lied mit dem Countdown? Das ist der feine Countdown. Oder so geht das auch, oder? Ich werde jetzt nicht liegen, Laura. Das wirst du nicht hinkriegen. Das möchtest du nicht. Guck mal, wir sind, glaube ich, live. Ich sehe mich. Du siehst dich. Das ist der feine Countdown. Ja. Sehr cool. Ich höre gerade, wir sind live. Sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich kann man bei YouTube jetzt auch sehen, wie viele Menschen schon da sind. Ich habe gerade gehört, dass um 10 vor 9 schon fast 1000 Menschen oder 1000 Jugendliche mit dabei waren. Dass schon fast 1000 Menschen dabei waren. Das um 10 vor 9. Ich vermute mal, die 1000 sollten wir inzwischen bei weitem überschritten haben. Ja, herzlich willkommen in der neuen Schule, in der New School. Die Schule fürs Leben, in der Life School. Und wie ihr sehen könnt, bin ich nicht alleine. Vielleicht ganz kurz zu mir, ein Satz. Mein Name ist Alexander Müller. Ich bin CEO, quasi Geschäftsführer und der Inhaber, Mitinhaber von Gedankentanken. Der eine oder andere kennt vielleicht Gedankentanken, war ihr vielleicht auch schon mal vor auf dem YouTube-Channel. Und mit mir gemeinsam jetzt in diesem Livestream ist schon die einzigartige und bezaubernde Laura Marlina Seiler. Hallo, Laura. Hallo, guten Morgen. Ja, ich werde heute noch so ein paar einführende Worte finden. So ein bisschen erklären, was die Zuschauer, was die Teilnehmer, was die Schüler heute hier in der Life School erwartet. Aber Laura, vielleicht erklär uns schon mal ganz kurz, warum ist es bei dir dunkel? Bei mir ist es dunkel, weil ich auf Hawaii bin. Ich bin auf Maui und hier ist es genau zwölf Stunden zurück. Bei mir ist es gerade Sonntagabend, 21 Uhr. Und bei euch ist es Montagmorgen. Und deswegen ist es bei mir Stockbooster. Und bei euch, äh, tschüss. Maui, Hawaii. Das gibt es nicht. Also ich grüße aus Köln, aus dem belgischen Viertel in Mittelingen, Köln. Da war ich in 0 Grad heute Morgen. Hier ist wirklich die Kälte wieder eingebrochen und du bist auf der wunderschönen Insel Hawaii. Wahrscheinlich für viele, für viele Jugendliche einen Traum, dort irgendwann mal in dem Leben hinzukommen. Bevor wir gleich in die Inhalte reingehen, noch kurz erzählen, was die Schüler, die Jugendlichen heute erwartet. Corona ist, glaube ich, auch auf Hawaii angekommen, oder? Darfst du noch an den Strand oder bist du in deiner Hütte gefangen? Hier ist tatsächlich auch Lockdown. Also alle sind dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Alle Geschäfte sind zu, alle Restaurants sind zu, alle Schulen sind zu. Also hier ist wirklich auch alles komplett geschlossen. Das Gute an Hawaii ist, dass man den Leuten wirklich nicht verbieten kann, surfen zu gehen. Also das ist, das funktioniert auf Hawaii nicht. Und das Gute ist ja auch, man ist ja auf dem Wasser getrennt voneinander. Die Strände sind zwar zu, aber man darf am Strand spazieren gehen und man darf surfen und man darf im Wald spazieren gehen. Und das Schöne auf Maui ist, dass hier so viel Natur ist und dass man sehr viel rausgehen kann. Wir haben heute auch einen riesigen Spaziergang hier durch den Urwald gemacht und sind sehr viel draußen. Zwar immer irgendwie alleine dann nur als Familie, aber es ist mega schön. Aber das hört sich natürlich immer noch eingeschränkt, aber trotzdem sehr, sehr schön an. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass du so ein Stück weit auch vorbei hast. Bevor du dazu gleich noch viel, viel mehr erzählen kannst. Ich lese gerade, es sind schon über 3000 Schüler. Also ein sehr großes virtuelles Klassenzimmer. Ich merke schon, wie meine Stimme beschlägt. Boah, Freude, dass so viele Jugendliche und vielleicht auch der ein oder andere Erwachsene jetzt mit dabei. Jetzt dabei und live mit dabei ist. Worum geht es heute? Wir haben vier Stunden pickepackevolles Programm. Deswegen muss ich schon etwas schneller reden. Denn neben Laura Seiler haben wir heute noch einzigartige, ganz, ganz tolle Lehrer sozusagen, die heute mal in die Rolle der Lehrer oder der Trainer, wie Sie es wahrscheinlich eher nennen würden, schlüpfen. Und zwar neben Laura wird nach Laura der wunderbare Christian Bischof dabei sein. Und Christian Wirt ist auch Persönlichkeitsentwicklungstrainer und hat schon ganz, ganz viel mit Jugendlichen und in Schulen gearbeitet. Ich hatte diese Woche das Vergnügen, mit ihm schon ein Insta-Live zu machen. Und ja, er wird euch erklären und ganz viel über das Thema Selbstbewusstsein sprechen. Später kommt dann nach dem lieben Christian der Tobias Beck. Tobias Beck kennt sicherlich auch viele von euch. Ich bin mir sicher, es wird nicht nur ganz, ganz viel zu lernen geben, sondern ich bin mir ziemlich sicher, es wird auch ziemlich los. Ich weiß nicht, wenn... Ich bin sofort wieder da. Ich muss einmal ganz kurz die Katze rausbringen. Sorry, ich bin sofort wieder da. Ich werde jetzt noch ein bisschen sprechen. Ja, Tobi gehört zu den Lehrern, die man sicherlich in der Schule, die ich immer geliebt habe, nicht nur schaffen, Menschen ganz, ganz viele Inhalte beizubringen, sondern dabei noch unglaublich viel Spaß. Tobi, das darf ich schon vorwegnehmen, ist, glaube ich, von mehreren Schulen geflogen. Vielleicht wird er auch darüber ein bisschen erzählen, wie man das vielleicht vermeiden kann. Da hat er nämlich sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und man trotzdem, wo man vielleicht nicht so wahnsinnig gerne zur Schule gegangen ist, trotzdem ein glückliches und erfolgreiches Leben führen kann. Dann, und da freue ich mich auch besonders drauf, wird mein Geschäftspartner Dr. Stefan Frätrich, der wird sozusagen den Schluss bilden, der kommt um 12 Uhr dazu. Und das, was er macht, das habe ich selbst vor ein paar Jahren erlebt. Ich habe früher geraucht, ja, und gar nicht wenig, und habe das ehrlich gesagt ziemlich ungern gemacht nachher. Und er hat mir geholfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und er wird nicht darüber sprechen, wie man mit dem Rauchen aufhört, sondern er wird darüber sprechen, wie man gar nicht erst mit dem Quatsch anfangen muss. Und das schafft er so cool, einem zu vermitteln, was eigentlich Rauchen bedeutet. Und vor allen Dingen, und das wird ein spannendes Thema sein, er wird darüber sprechen, wie uns Konzerne, ob es Zigarettenkonzerne und auch andere Konzerne sind, wie die uns eigentlich mit ihrer Werbung veräppeln. Ja, ich kenne den Vortrag, ich habe das schon gehört. Und ich kann euch versprechen, das wird richtig, richtig unterhaltsam. Ja, es geht die nächsten vier Stunden. Ihr wisst, ihr müsst gerade nicht, ihr dürft gerade nicht zur Schule. Ihr habt wahrscheinlich gerade viele Tage und wisst nicht, was ihr von morgens bis abends machen sollt. Euch fällt vielleicht jetzt schon die Decke auf den Kopf. Ihr habt das Glück, dass es relativ schönes Wetter war, den ihr wahrscheinlich die letzten Tage noch viel raus konntet. Aber gleichzeitig fehlt euch natürlich etwas. Auch wenn man vielleicht nicht jeden Tag mit der allergrößten Motivation und Spaß zur Schule geht, weiß man vielleicht gerade in dieser Phase mal, was es bedeutet, wirklich Strukturen am Tag zu haben und Lehrer zu haben, die einem was beibringen möchten. Und wir haben uns gedacht, diese Phase möchten wir zumindest teilweise überbrücken. Deswegen haben wir uns entschieden, heute mal sozusagen die Schule wieder aufleben zu lassen und euch ein eigenes Schulprogramm zu machen. So wie wir, Laura, Tobi, Christian, Stefan und ich um Gedanken tanken, sich das in der Praxis gerne vorstellen würden, mit welchen Inhalten man sich beschäftigen kann. Und ja, alles steht ein Stück weit unter dem Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Und die Frage vielleicht an euch, wer von euch weiß, was Persönlichkeitsentwicklung ist? Wer würde oder wer hat von euch eine Beschreibung für Persönlichkeitsentwicklung? Wenn man mich mit 12, 13, 14 Jahren gefragt hätte, was ist für dich eigentlich Persönlichkeitsentwicklung, hätte ich gesagt, persönlich was? Also ich hätte das Wort nicht mal als gekannt, um ehrlich zu sein. Und ich hatte das große Glück, dass mit 15 Jahren, ohne zu wissen, was ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung, ich hatte mich vorher, ehrlich gesagt, noch nie so richtig mit mir auseinandergesetzt. Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Das sind Dinge, das hat mir damals irgendwie keiner beigebracht, bis ich 15 war. Ich habe damals ein Seminar besucht. Mein Vater hatte mit Anfang 40 so eine Lebenskrise, hatte einen Burnout und hat mich damals mit zu einem Seminar genommen, was ihm selbst in dieser sehr, sehr schwierigen Lebensphase weitergeholfen hat. Und da habe ich mich mehrere Tage das erste Mal mit mir auseinandergesetzt. Und ich habe gar nicht so am Anfang richtig verstanden, was ich da mache, aber ich habe mich mit so Fragen auseinandergesetzt, warum habe ich eigentlich ständig mit meiner Französischlehrerin, ich weiß noch, als wenn es gestern war, Frau Bachmann, warum habe ich mit Frau Bachmann eigentlich immer Ärger? Und warum habe ich schon richtig Bauchschmerzen, wenn ich nur daran denke, einen Französisch-Test oder eine Französisch-Arbeit zu schreiben? Oder ich habe mich gefragt, ich hätte eigentlich super gerne eine Freundin, aber was hält mich eigentlich davon ab, warum habe ich keine? Warum haben andere in meinem Alter schon eine Freundin und ich nicht, obwohl ich gerne eine hätte? Und das sind alles so Themen, mit denen ich mich in diesen Tagen auseinandergesetzt habe. Was will ich denn eigentlich im Leben? Was läuft richtig gut im Leben? Aber wo habe ich vielleicht auch so meine Baustellen und wo wünsche ich mir Verbesserung im Leben? Und als ich das mal ein paar Tage gemacht habe, mich mit mir auseinandergesetzt, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen, da habe ich nach ein paar Tagen gemerkt, wie gut mir das tat und dass da eigentlich, dass es einen Grund gibt, dass man das vielleicht in Zukunft häufiger machen sollte. Und seitdem mache ich das und seitdem gibt mir das eine unglaubliche Kraft, Energie und Freude und vor allen Dingen inzwischen auch anderen Menschen den Zugang dazu zu geben. Und ja, Laura ist ein Mensch, der genau das seit vielen Jahren macht, Menschen den Zugang zu geben zu sich selbst. Und das macht sie mit einer Freude, mit einer Energie, wie es wahrscheinlich nicht viele andere Menschen in Deutschland machen. Und viele, viele hunderttausend oder Millionen Menschen, kann man glaube ich inzwischen sagen, verfolgen Laura seit einigen Jahren, hören ihren Podcast. Der eine oder andere von euch wird sicherlich auch dabei sein. Und ich freue mich, dass sie sich jetzt von Hawaii die Zeit nimmt, mit euch über das Innenleben zu sprechen. Und ich weiß so viel, sie wird heute nicht nur uns viel erzählen, uns viel erklären, wie eigentlich unser Innenleben funktioniert, sondern sie wird mit uns auch meditieren. Das, was ich auch inzwischen seit vielen Jahren regelmäßig mache. Und da freue ich mich besonders drauf, Laura, dass du heute mit uns meditieren wirst. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Als Lehrerin Laura Marlina Seiler. Guten Morgen, danke dir, Alex. An der Stelle von mir einfach auch guten Morgen an alle, die hier dabei sind. Ich glaube, es ist sowohl für mich, als auch für Christian, als auch für Tobi, als auch für Stefan, als auch hier jetzt für Alex ein unglaubliches Privileg, hier mit euch Zeit verbringen zu dürfen. Es sind, glaube ich, gerade fast 4.500 Menschen live dabei. Und ich freue mich einfach richtig, richtig doll, mich mit euch jetzt austauschen zu können und ein paar Gedanken mit euch teilen zu können, die mein Leben verändert haben. Und Alex hat es ja gerade schon gesagt, ich bin hier auf Hawaii und ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich, wenn mir das jemand vor 15 Jahren erzählt hätte, als ich, oder ja, sagen wir vor 20 Jahren, also als ich so 15, 16 Jahre alt gewesen bin, wenn mir das jemand erzählt hätte, das Leben, was ich heute leben würde, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich so alt war wie wahrscheinlich die meisten, die jetzt hier gerade im Chat sind oder die live mit dabei sind, ich damals an einem vollkommen anderen Punkt in meinem Leben gewesen bin. Und bevor ich jetzt gleich anfange, ein bisschen darüber zu erzählen, würde ich gerne einmal in den Chat hier die Frage reinschweißen, wie alt bist du? Damit ich mal einen Überblick bekomme. Wie alt bist du? Und was würdest du sagen, ist gerade so die wichtigste Frage, die du in deinem Leben hast? Was ist das, wo du gerade vielleicht nicht weiterkommst oder wo du ein Problem hast, wovor du vielleicht Angst hast gerade? Also lass uns hier direkt irgendwie einsteigen, das Thema, gar nicht irgendwie groß rum schnacken, sondern ich will wirklich diese eine Stunde, die ich hier mit euch habe, komplett nutzen und für euch da sein. Und deswegen schreib mir gerne einmal in den Chat, wie alt bist du gerade? Damit ich einfach einen Überblick bekomme, wer hier wie alt ist. Und schreib einmal in den Chat, was ist gerade deine größte Frage in deinem Leben? Oder was ist gerade so die größte Herausforderung in deinem Leben? Okay, cool. Okay, hier explodiert es gerade richtig. Okay, 12, 10, 13, 17, 13, 16, 18, 20. Okay, perfekt. Wow, okay, okay, okay. Ich kann nicht so schnell jetzt, alles klar. Danke euch, 12, 35, 9, 11, 10, 9, 12, 12, 14, 14, 11, 17, 6, 31, 40. Okay, hier ist wirklich alles dabei. Querbeet 57, 23, 9, 52. Okay. Und vielen, vielen Dank, dass du das gerade hier im Chat teilst. Und was du daran gerade, glaube ich, siehst, ist, dass auch dieses Thema, über das wir jetzt sprechen, über persönliche Weiterentwicklung, über Spiritualität, über Coaching, über all diese Dinge, über die wir heute sprechen werden, das ist nichts, was an einen Alltag geknüpft ist. Und das ist auch das, eins der, der allerwichtigsten Dinge, von denen ich mir wünsche, dass du sie heute hier für dich mitnehmen kannst, dass, vor allen Dingen, wenn du gerade hier dabei bist, und hier sind welche dabei, Yvonne schreibt, sie ist 8, unglaublich, so cool. Aniko schreibt, 11, Anja ist 11, Yvonne ist 8, Wahnsinn, super cool. Und hier Susanne, 7, wunderschön. Genauso aber auch bei allen anderen. Dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, das ist vollkommen losgelöst von deinem Alltag oder wo du gerade in deinem Leben stehst. Es geht vor allen Dingen einfach darum, dass du dir erlaubst, der Mensch zu sein, der du bist. Und dass du aufhörst, darauf zu warten, dass dir irgendjemandem sagt, dass du bereit bist, dass du jetzt losgehen kannst. Und dass du irgendwie denkst, dass du vielleicht zu jung bist oder zu klein bist, um die Welt zu verändern. Sondern worum es mir heute hier geht, in dieser Zeit, die ich jetzt mit dir haben werde, ist, dich daran zu erinnern, dass in dir etwas ist, etwas so Kraftvolles, etwas so Mächtiges und etwas so Wundervolles. Und dass es das Wichtigste auf der Welt ist, dass du das, was in dir ist, nach draußen bringst. Und dass du dich von diesem Gedanken löst, dass es dir an irgendetwas mangelt oder dass du irgendwie nicht gut genug bist oder dass du irgendwie anders sein müsstest. Oder all diese Dinge, die uns irgendwie klein halten. Und genau darüber will ich heute mit dir sprechen. Okay. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, was ihr schreibt. Was die Themen sind, die euch so interessieren? Oder was die Fragen sind, die du gerade hast? Wenn du möchtest, schreib mir das gerne auch nochmal in den Chat. Nur, dass du dich nicht wunderst, wenn ich immer hier rechts runter gucke, dann schaue ich in den Chat, um mich mit euch auszutauschen. Okay. Carmen fragt, was kann ich machen, wenn ich mich nicht so richtig für die Schule motivieren kann? Okay, gute Frage. Gehe ich nachher auf jeden Fall drauf ein. Wofür mache ich das alles? Wie überwinde ich die Angst, ich selbst zu sein? Okay, perfekt. Genau darüber werden wir heute sprechen. Sehr, sehr, sehr cool. Wie spürt man sich selbst? Auch eine gute Frage. Mobbing? Auch eine gute Frage. Warum habe ich keinen Bock auf Schule? Gute Frage. Darüber werden wir auch gerne sprechen. Was sind eigentlich meine Ziele? Okay. Okay, super. Vielen, vielen Dank fürs Reinschreiben. Okay, wir werden gleich loslegen. Und bevor wir jetzt mit unserer Coaching-Session, unserer Stunde, unserer Schul-Coaching-Stunde, hier beginnen werden, möchte ich gerne mit einer kurzen Meditation starten. Und zwar für alle, die noch nie meditiert haben in ihrem Leben und für die das vielleicht jetzt auch komisch klingt und wo du irgendwie denkst, so, oh, brauche ich nicht und so weiter und so fort, habe ich auch mal gedacht. Und wenn es nur eine Sache gibt, die dein Leben komplett verändern wird und eine Sache gibt, die dir eine solche Power, eine solche Klarheit geben wird, das ist so ein bisschen so, als wärst du in Star Wars, wo sie sagen, die Macht ist mit dir, das ist Meditation. Okay, weil in Meditation fängst du an, dich mit deiner inneren Welt zu verbinden und deine innere Welt erschafft immer deine äußere Welt. Und umso mehr du in Kontakt bist mit deiner inneren Welt, umso leichter wird es sein, dir deine äußere Welt so zu erschaffen, wie du sie gerne leben möchtest. Und ich würde gerne einfach, um hier anzukommen, um den Raum irgendwie aufzumachen, um uns hier miteinander zu verbinden, weil wir uns ja gerade nicht sehen können, eine kurze Meditation machen und dann starten wir gleich los. Für diese Meditation finde einen bequemen Sitz, so wie du für dich bequem sitzen kannst. Du kannst dich in Schneidersitz hinsetzen, musst du aber nicht. Und falls du wirklich noch nie in deinem Leben meditiert hast, ist es überhaupt gar kein Problem. Du kannst nur alles richtig machen. Folge einfach nur meinen Worten. Guck einfach, was passiert. Und lass dich drauf ein. Und wer weiß, vielleicht wirst du was in der Meditation finden, was du vielleicht vergessen hattest. Das ist das, okay? Also für die Meditation finde einen bequemen Sitz für dich. Bring deine Schultern einmal so nach oben zu den Ohren und dann roll die zurück, sodass sich dein Brustkorb nach vorne öffnen kann, sich deine Wirbelsäule aufrichtet, weil deine Körperhaltung hat einen enormen Effekt darauf, wie du dich fühlst. Und häufig lassen wir unsere Schultern so nach vorne hängen, dadurch, dass wir die ganze Zeit aufs Handy gucken, guckt unser Kopf meistens runter. Und das ist alles so eine Körperhaltung, durch die wir uns klein machen und durch die wir uns dann auch klein fühlen. Wir wollen uns aber ja groß fühlen, wir wollen uns stark fühlen, wir wollen uns sicher fühlen. Und in dem Moment, wenn du deine Schultern nach hinten rollst, deinen Brustkorb nach vorne öffnest, deine Wirbelsäule aufrichtest, gibst du schon mal eine neue Information an deinen Körper, nämlich ich bin hier, ich bin da, ich bin präsent. Okay. Von hier schließe deine Augen, leg deine Hände gerne in deinen Schoß oder auf deine Oberschenkel und dann atme hier tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und atme nochmal tief durch die Nase in den Bauch ein und durch den Mund aus. Noch einmal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund aus. Sehr gut. Und von hier nimm wahr, wie du jetzt all deine Sinne von außen nach innen gebracht hast und wie du jetzt einfach nur bei dir selbst bist. Spüre, wie du auf dem Boden, auf dem Stuhl, wie du auf dem Sofa sitzt und wie du ganz bewusst hier in diesem Moment ankommst. Stell dir vor, wie du hier alles loslassen kannst und wie du ganz, ganz klar hier in diesem Moment bist. Und für einen Augenblick bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Wenn du möchtest, kannst du eine Hand auf dein Herz legen, deinen Herzschlag fühlen. Und dann wiederhole hier für dich, ich bin hier. Atme hier einmal tief ein, tief aus. Leg deine Hand wieder in deinen Schoß, aber auf deinen Oberschenkel ab. Und dann stell dir jetzt vor, wie von der Spitze deines Kopfes ganz wunderbar frisches, klares, kühles Quellwasser, wie unter einem Wasserfall, über deinen Kopf fließt und durch deinen Kopf hindurch fließt. Und stell dir vor, wie dieses wunderbar frische, klare, kühle, heilende Quellwasser von diesem Wasserfall durch jede Gehirnzelle deines Kopfes fließt und eine absolute Klarheit und Energie in jeder Zelle deines Kopfes hinterlässt. Und dieses wunderbar frische, klare, kühle, heilende Quellwasser von diesem Wasserfall fließt weiter durch deinen gesamten Körper. Und jede Zelle in deinem Körper wird jetzt erfrischt und klargemacht. Und hier kommt eine vollkommen neue Energie, Tagesenergie in deinen Körper. Und du wirst immer wacher und immer wacher und immer klarer und immer klarer. Und dein gesamter Körper wacht jetzt auf. Jede Zelle deines Körpers wacht auf. Und dieses wunderbar frische, klare, kühle, heilende Quellwasser von diesem Wasserfall nimmt alle Sorgen, alle Zweifel, alle Ängste mit sich. Und alles, was jetzt in dir bleibt, ist Klarheit, ist Energie, Fokus, Freude und absolute Klarheit über dich und diesen Moment. Und dann stell dir vor, wie dieses wunderbar frische, klare, kühle, heilende Quellwasser über deine Füße in den Boden abfließt und du jetzt vollkommen präsent hier in diesem Moment bist und bei dir ankommst. Und dann stell dir vor, wie du dich jetzt in dieser absoluten Klarheit wie im Internet mit all den anderen Menschen verbindest, mit all den Jugendlichen, mit all den Kids, mit all den anderen Menschen, die gerade hier mit dir live sind. Und stell dir vor, wie ihr euch ein imaginäres High Five gebt und wie du zu den anderen sagst, hey, cool, dass du da bist, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist cool und du bist cool und du bist auch cool. Sehr gut. Und dann von hier atme noch einmal tief ein, tief aus. Und wenn du so weit bist, dann öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Und spül jetzt einmal nur für einen Moment in dich rein und nimm einmal wahr, ob du dich anders fühlst als vorher. Und ich meine, diese Meditation war jetzt vielleicht drei, vier Minuten lang, aber was das Spannende ist, über Meditation einfach dadurch, dass du deinen Blick einmal nach innen gewendet hast, dich mit dir verbunden hast, bei dir angekommen bist, dich zentriert hast. Passiert etwas, du fühlst dich plötzlich anders, wenn du deine Augen wieder aufmachst. Und dadurch, dass sich jetzt gerade etwas in dir verändert hat, nimmst du auch die Welt um dich herum anders wahr. Und genau das ist es, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, dass wir über unsere Gedanken, über unsere Gefühle, über das, was wir über uns selber denken, wir immer auch all das erschaffen, was um uns herum passiert. Und ich schaue jetzt hier einmal in den Chat, wie es euch geht. Okay. Das tat gut, schreibt Christopher Müller. Silke schreibt, das war toll, kannte ich so noch nicht. Okay. Lächeln automatisch auf meinem Gesicht. Uli schreibt, fühlt sich gut an. Das tat gut. Danke für die Energie. Okay, schön. Cool. Das tat so gut. Okay. Schön. Super. Ich fühle mich stärker. Okay. Gut, ihr Lieben. Also, los geht's. Worüber ich gerne mit euch sprechen möchte, ist, dass ich einmal kurz erzählen wollte, wie es mir ging, als ich wahrscheinlich so alt war, wie du jetzt gerade bist. Ich nehme jetzt einfach mal so den Maßstab, glaube ich, von den Jugendlichen, die jetzt gerade hier sind. Und als ich so 14, als ich so 14, 15 war, war ich ein ziemlicher, wie sag ich mal, draufgänger, beziehungsweise ich war ziemlich kalt, ich war ziemlich in mich gekehrt und ich war so ich gegen die Welt. Und ich hatte diese Überzeugung, die Welt ist irgendwie unfair, die Welt ist gefährlich, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwie weglaufen und ich muss weg. Und da, wo ich bin, bin ich irgendwie nicht richtig. Und ich habe mich so unwohl gefühlt in mir selbst. Und was ich immer wieder gemacht habe, ist, ich habe versucht, mich dann irgendwie anzupassen. Und ich habe geguckt, okay, was machen die anderen? Wie machen die anderen das? Und habe angefangen, mich zu vergleichen. Und habe mich dadurch immer mehr und immer mehr von mir selbst entfernt, bis ich irgendwann überhaupt gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin. Und ich hatte eine solche Angst in mir und ich hatte eine solche Frustration in mir und eine solche Wut zum Teil auch in mir. aber wusste einfach nicht, wohin damit. Und habe das dann sehr, sehr, sehr lange mit mir rumgetragen, bis ich dann, als ich Anfang 20 war, so 22, 23 war, bin ich das erste Mal auf ein Seminar gegangen. So ähnlich wie bei Alex, was er vorhin erzählt hat. Und bis zu diesem Zeitpunkt, bis ich bei diesem Seminar war, war in meiner Welt alles so, in meinem Kopf, was ich gerade gesagt habe, die Welt ist irgendwie ein unfairer Ort. und ich fühle mich klein, ich fühle mich ungesehen, ich fühle mich unwichtig. Ich hatte Angst irgendwie vor großen Gruppen, vor Menschen und hatte immer irgendwie das Gefühl, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Ich müsste irgendwie anders sein, ich müsste klüger sein oder besser sein oder schneller sein oder was auch immer. Aber so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und auf diesem Seminar, auf dem ich dann war, war das plötzlich so, dass eine komplett neue Welt für mich aufgegangen ist, weil ich plötzlich da Informationen bekommen habe, die ich vorher so noch nie gehört habe. Und ein Satz oder ein Thema, über das es ging, bei diesem Seminar war, dass wir nicht unsere Gedanken sind und dass wir auch nicht unsere Gefühle sind, sondern dass unsere Gedanken und unsere Gefühle etwas sind, was wir beobachten können und dass diese Stimme in unserem Kopf, diese Stimme, die einem immer wieder erzählt, wo wir nicht ausreichen, wo wir besser sein müssen, wo wir irgendwie anders sein müssen, wo wir irgendwie cooler sein müssen, dass diese Stimme nicht unbedingt Recht hat, dass wir uns von dieser Stimme lösen können und dass wir diese Stimme beobachten können, aber dass wir uns nicht mit dieser Stimme identifizieren müssen, dass wir diese Stimme nicht sind. Und das war so einer der ersten großen Momente in meinem Leben, wo sich so viel verändert hat, weil ich eben plötzlich angefangen habe, das, was ich mir so lange in meinem Leben erzählt habe, wie ich bin, wie die Welt ist, was für mich möglich ist und was für mich nicht möglich ist. Ich habe mich zum Beispiel nie getraut, das zu machen, was ich wirklich machen wollte, zu reisen und die Welt zu entdecken und all diese Dinge, sondern ich habe dann angefangen, was zu studieren, was meine Eltern wollten, weil ich irgendwie ein Recht machen wollte, weil ich mich nicht auf mich selber fokussiert habe. Und mein großer Wunsch war es dann, in diesem Seminar, dieser Wunsch, der da geboren wurde in mir, war dieser Gedanke, dass ich anfangen wollte, dieses Wissen über Persönlichkeitsentwicklung, über Coaching und wie das eben das Leben verändert, in die Welt zu bringen, weil ich einfach glaube, dass umso früher du diese Tools hast, die du jetzt hier heute auch lernst, von mir, von Christian, von Tobi, von Stefan, das sind Tools, die dein Leben verändern können und das kannst du dir mit Geld nicht kaufen, weil es darum geht, dass du dich in dir wohlfühlst und wenn du dich in dir wohlfühlst, wenn du an deine Power glaubst, wenn du an deine Kraft glaubst, wenn du an dich selber glaubst, dann kannst du alles in deinem Leben erreichen, was du gerne erreichen möchtest und das sage ich dir aus eigener Erfahrung, weil ich habe mir ein Leben erschaffen, in dem ich alles lebe, was ich gerne leben möchte. Ich lebe auf Hawaii, ich kann jeden Tag surfen gehen, ich habe eine wundervolle Familie, ich habe ein sehr, sehr erfolgreiches eigenes Business, ich kann Millionen von Menschen inspirieren und das alles habe ich aufgebaut, weil ich angefangen habe, mein Mindset zu verändern, weil ich angefangen habe, an mich selber zu glauben und aufgehört habe, denen zu glauben, die mir erzählt haben, was ich alles nicht kann und das ist eine kurze Geschichte aus meiner Schulzeit, als ich in der Schule war, ich war keine gute Schülerin, das heißt jetzt nicht, dass ihr keine guten Schüler sein sollt oder so, sondern ich war einfach keine gute Schülerin und ich kann mich daran erinnern, dass mein Englischlehrer damals zu mir gesagt hat, weil ich war wirklich nicht gut in Englisch und er hat damals gesagt in der Elternsprechstunde zu meiner Stiefmutter, dass ich eine Beton-5 haben werde in Englisch und dass ich niemals besser werde in Englisch als diese Beton-5, also das ist sozusagen, Laura war abgeschrieben, so ungefähr und ich weiß noch, als mir meine Stiefmutter das damals erzählt hat, dass mein Englischlehrer meinte, ich hätte eine Beton-5 in Englisch und es würde sich nie wieder ändern, habe ich mir so gedacht, woher will ihr das eigentlich wissen und heute denke ich mir, ich lebe zum Teil hier in den USA, ich interviewe auf Englisch die inspirierendsten, coolsten Leute, Spitzensportler, Leute, Schauspieler aus Hollywood, alle möglichen Menschen und wo ich mir einfach denke, manchmal sagen uns Menschen etwas über uns, die keine Ahnung darüber haben, wer wir wirklich sind und daran möchte ich dich heute erinnern, ja, okay, so, ich schaue mal, was sie hier schreibt, cool, okay, okay, wir sind über 5000 Leute, das ist schon mal sehr, sehr, sehr cool, okay, gut, und so, jetzt muss ich einfach ganz kurz hier schauen und das Problem ist und beziehungsweise du kannst mir auch gerne einmal in den Chat schreiben, wie es bei dir ist, ob du auch manchmal das Gefühl hast, dass so wie du bist, dass du irgendwie nicht richtig bist oder dass dir schon mal jemand gesagt hat, dass du so wie du bist nicht richtig bist oder dass du irgendwie anders sein möchtest, müsstest und dass du dadurch angefangen hast, dich mit anderen zu vergleichen oder dass du angefangen hast, nicht mehr wirklich das zu machen, was du wirklich machen möchtest, dass du vielleicht Kleidung trägst, die eigentlich gar nicht dein Geschmack sind, weil du denkst, wenn ich das trage, dann werde ich irgendwie von den anderen gesehen oder akzeptiert und schreib mir das gerne einmal in den Chat, ob du manchmal das Gefühl hast oder öfters das Gefühl hast, dass du so wie du bist, dass du nicht richtig bist, dass du irgendwie anders sein müsstest oder dass du dich irgendwie verändern müsstest, um gesehen zu werden, um anerkannt zu werden, um irgendwie cool zu sein oder was auch immer zu sein. Schreib mir das einmal sehr, sehr, sehr gerne in den Chat. Und das Problem ist, wenn wir das machen, wenn wir damit anfangen und das ist auch übrigens vollkommen normal, das ist auch nichts, was jetzt irgendwie, was nur bei wenigen passiert, sondern die Wahrheit ist, bei den meisten von uns passiert das. Vor allen Dingen in der Schulzeit und in dem Alter, wo wir wirklich zwischen 10 und 20 sind, wo so viel in uns geprägt wird, wo wir dann anfangen, auf irgendeine Art und Weise zu glauben, dass so wie wir sind, wir nicht richtig sind. Und das Problem daran ist, dass wir, wenn wir anfangen, uns mit anderen die ganze Zeit zu vergleichen und wenn wir denken, so wie wir sind, würde es uns an etwas fehlen oder wir müssen irgendwie anders sein, dass in dem Moment verlieren wir den Zugang zu uns selbst. Und dieser Zugang zu uns selbst, zu dir selbst, ist das Wertvollste, was du hast. Weil über diesen Zugang zu dir selbst verbindest du dich mit all deiner Kreativität, über den Zugang mit dir selbst verbindest du dich mit deinen eigenen Träumen, mit deinen eigenen Wünschen und mit deinem ganzen Potenzial, mit deinem ganzen Wissen und mit all dem, was du auf dieser Welt verändern kannst. Und das kannst du tatsächlich. Und ich gebe mir noch mal kurz eine Sekunde, ich schaue jetzt noch mal in den Chat. Okay, wow, okay, hier wird gerade ganz, ganz, ganz viel geschrieben. Smoothio schreibt, gerade wenn Eltern einen spüren lassen, dass man nicht richtig ist, ist das furchtbar. Just Me schreibt, meine Freundinnen sind viel hübscher. Ja, aber nur manchmal. Ja, 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 wir schreiben ja. Okay, Karin schreibt, das ist schon so lange her und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, weil so viele Dinge fremdbestimmt waren, dass ich jetzt nicht mehr weiß, was ich für dich will. Harry schreibt, wegen meinen Eltern trage ich Polo die ganze Zeit. Jonas schreibt, mir hat auch in der Grundschule eine Lehrerin gesagt, dass ich niemals sportlich sein kann. Und das ist so krass, dass wir uns dann daran erinnern und anfangen, das zu glauben. Und dadurch, dass du das gerade schreibst, muss es damals für dich so emotional gewesen sein, sonst könntest du dich nicht daran erinnern. Und genau das sind diese Momente, wo wir jetzt anfangen, nicht mehr an uns selber zu glauben und irgendwie an uns zu zweifeln. Und jeder von diesen Zweifeln, die von außen in uns gesät werden, nehmen uns die Kraft, nehmen uns die Energie. Und deine Energie ist deine wertvollste Währung. Deine Energie ist das, mit der du alles erschaffst. Und am Ende ist das, was dich im Leben tragen wird, ist der Glaube an dich selbst. Es ist der Glaube an dich selbst, der in dir dein absolutes Potenzial eröffnet. Und ich lese jetzt noch mal ganz kurz weiter. Okay. Rokio schreibt, ich werde überall ignoriert. Okay, hier nicht. Ich habe dich gesehen. Okay. Aniko schreibt, ich habe nur einen Freund. Okay. Non Masterful schreibt, einer meiner Mitschüler hat gesagt, aus mir wird nichts. Miriam schreibt, eine Lehrerin hat in der Grundschule über mich beim Vorlesen gelacht. Und selbst heute noch traue ich mich nicht vorzulesen. Okay. Okay. Und was du jetzt gerade siehst, dadurch, dass so viele das gerade in den Chat schreiben und an der Stelle wirklich Dankeschön an jede und jeden Einzelnen, der das gerade in den Chat schreibt, weil dadurch sehen wir und ich finde, das ist allein, das ist so cool und das hilft einem schon so sehr zu sehen. Ich bin damit nicht allein. Es geht nicht nur mir so, sondern auf irgendeine Art und Weise hat jeder diese Gedanken. Okay. Und du kannst mir glauben, ich habe wirklich mit den erfolgreichsten Menschen auf dieser Welt schon zusammengearbeitet und selbst die haben solche Themen. Okay. Es ist vollkommen normal. Und das Coole ist aber, wenn du jetzt schon die Tools bekommst, damit zu arbeiten und sowas aufzulösen und festzustellen, dass nur weil das jemand gesagt hat, heißt das noch lange nicht, dass das stimmt. Okay. Weil das, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Verstehst du? Das, was jemand über dich sagt, sagt mehr über den Menschen, der das über dich sagt, als über dich. Das sagt etwas über diesen Menschen, über das, was dieser Mensch über sich selbst denkt. Und es hat eigentlich überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Und es gibt so ein megacooles Zitat, was ich über alles liebe, das von Eleanor Roosevelt. Und sie hat gesagt, niemand kann dich verletzen, außer du stimmst dem zu. Das heißt, solange du über dich selber ein gesundes Bild hast, solange du über dich selber weißt, wer du bist und was du kannst und was du auf dieser Welt verändern kannst, solange kann dich niemand verletzen, weil du weißt, dass es nicht stimmt, was der andere sagt. Okay? Als Beispiel, wenn heute zu mir jemand sagt, Laura, du bist dumm, Laura, du bist doof, Laura, du bist was auch immer, denke ich mir, hey, okay, ist deine Meinung, aber ich weiß, es stimmt nicht. Es berührt mich nicht, weil ich weiß, dass es nicht stimmt, weil ich weiß, wer ich bin, weil ich mein Potenzial weiß, weil ich an mich glaube. und das ist die Kraft, wo ich glaube, wenn jeder von uns da ist, dann gibt es auch nichts mehr, was du verteidigen musst und dann musst du auch keine Angst mehr haben, weil es kostet dich so viel Energie, die ganze Zeit zu versuchen, jemand zu sein, der du eigentlich gar nicht bist, um jemandem zu gefallen, anstatt einfach der Mensch zu sein, der du bist, weil so wie du bist, bist du perfekt, sonst wärst du nicht du. Okay? Okay. Okay. Super. Okay. Und ich möchte gerne mit euch eine Technik teilen, die so powerful ist und das ist eine Technik, die ich mit Musikern mache, die Angst davor haben, auf die Bühne zu gehen. Ich habe diese Technik, ich habe eine Zeit lang, bevor ich das gemacht habe, was ich heute mache, ich habe als Musikmanagerin gearbeitet, ich habe mit unter anderem den erfolgreichsten deutschen Musikern zusammengearbeitet und habe in der Zeit auch viele Musiker gecoacht und viele von denen haben Angst davor, auf die Bühne zu gehen. Und denen habe ich eine Technik beigebracht, die heißt Emotional Freedom Technique, EFT, kurz EFT. Und das ist eine Technik, wo du bestimmte Punkte an deinem Körper klopfst und dazu bestimmte Sätze sprichst. Das hört sich jetzt erstmal mega strange an und ganz komisch, aber auch hier genauso wie Meditation, lass dich einfach drauf ein, weil wenn du dieses Tool für dich nutzt, kann dir niemand mehr was, weil dieses Tool wird dir beibringen, dass du, diese Technik wird dir beibringen, dass du deine Emotionen, deine Gefühle schnell verändern kannst, dass du aus Angst, aus Schmerz, aus Traurigkeit, aus Wut aussteigen kannst und in Selbstvertrauen gehen kannst, in deine innere Kraft gehen kannst, und das Ganze funktioniert so, dass du unterschiedliche Punkte klopfst, ich werde das gleich mit dir vormachen, du machst es einfach nur nach und es sieht dich gerade niemand, es sieht nur mich jemand, dich sieht niemand, das heißt, du kannst es einfach mitmachen und es ist ein Tool, stell dir einfach vor, für alle Jungs unter euch, die irgendwie sagen, ey, nee, ich bin zu cool dafür, glaub mir, ich habe das mit Rappern gemacht, ich habe das mit wirklich krassen Musikern gemacht, die haben das gemacht und es hat ihr Leben verändert, es wird auch dein Leben verändern und alle Mädels unter euch, mach es einfach mit, weil es hat mein Leben verändert und es wird dein Leben auch verändern, okay, und es ist wirklich ein Tool, das so, so cool ist, weil es so einfach ist und so powerful ist, also, und bevor wir jetzt anfangen, mit EFT, würde ich dich bitten, dass du noch einmal deine Augen schließt, einmal tief einatmest und ausatmest, noch einmal tief einatmen und ausatmen und dann spür jetzt einmal in dich hinein, wo in deinem Körper du das Gefühl wahrnehmen kannst oder die Angst wahrnehmen kannst, dass du so wie du bist, nicht richtig bist oder dass du irgendwie anders sein müsstest, wo in deinem Körper kannst du dieses Gefühl oder die Angst wahrnehmen, so wie ich bin, bin ich nicht richtig, ich müsste irgendwie anders sein, wo in deinem Körper spürst du das? und dann schau einmal auf einer Skala von 0 bis 10, 10 ist dieses Gefühl ist wirklich, wirklich extrem stark und 0, das Gefühl ist weg, wie stark ist dieses Gefühl in dir, irgendwie anders sein zu müssen oder dass du so wie du bist, dass du nicht richtig bist, und dann schau einfach Skala von 0 bis 10, wie stark ist das Gefühl und dann atme einmal tief ein, tief aus, öffne deine Augen und schreib mir gerne einmal in den Chat, wie stark ist das Gefühl bei dir auf einer Skala von 0 bis 10, 10 ist stark, 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 0 ist das Gefühl, das ist nicht da, okay, schreib mir das gerne einmal in den Chat, 5 im Kopf, 10, 5, 2, 8, 9, 3, 1, 0, okay, 5, 6, 1, 4, okay, cool, okay, wir fangen jetzt an mit EFT, okay, wir machen eine schnelle Runde, damit du das einfach einmal lernst und dieses Tool zur Verfügung hast, du fängst an auf der Außenkante deine Hand zu klopfen und geh jetzt einfach mal in das Gefühl rein, irgendwie das Gefühl zu haben, so wie ich bin, bin ich nicht richtig, das Gefühl zu haben, dich irgendwie mit anderen vergleichen zu müssen, das Gefühl zu haben, andere sind cooler als du, klüger als du, was auch immer es ist, dass du irgendwie nicht reichst, so wie du bist, okay, geh da einmal rein in dieses Gefühl und klopf hier einfach die Außenkante von deiner Hand und dann sprich mir einfach nach, okay, kannst laut nachsprechen, kannst auch einfach in deinem Kopf nachsprechen, wie du möchtest, auch wenn ich das Gefühl habe, nicht richtig zu sein, mag ich mich, so wie ich bin, auch wenn ich das Gefühl habe, nicht richtig zu sein, mag ich mich, so wie ich bin, auch wenn ich das Gefühl habe, nicht richtig zu sein, mag ich mich, so wie ich bin, und dann fängst du an, auch wenn das jetzt gerade komisch ist, für viele von euch, vertrauen mir hier einfach, klopfst du auf der Spitze deines Kopfes und wiederholst hier einfach den Satz, so wie ich bin, bin ich richtig, über den Augen, so wie ich bin, bin ich richtig, Außenseite deiner Augen, alles ist gut, und ich bin ich, unter deinen Augen, in mir ist alles, was ich brauche, unter der Nase, ich bin kraftvoll, unter dem Mund, ich mag mich, so wie ich bin, und dann klopfst du einmal hier, unter deinem Schlüsselbein, hier sind diese Knochen, und du klopfst hier, unter deinem Schlüsselbein, alles ist gut, ich bin sicher, ich bin richtig, so wie ich bin, und dann klopfst du einmal, an der Außenkante von deinen Rippen, ich mag mich, so wie ich bin, alles ist gut, ich bin sicher, und dann schüttel deine Hände einmal aus, schließ deine Augen nochmal, atme tief ein und tief aus, und dann spüre einfach mal kurz in dich hinein, was sich verändert hat, und nimm mal wahr, ob in dir ein bisschen mehr Raum da ist, ein bisschen mehr Leichtigkeit, und dann schau nochmal auf einer Skala von 0 bis 10, wo das Gefühl jetzt ist, dann atme hier tief ein, tief aus, okay, und wir machen noch eine zweite Runde, du fängst nochmal an, auf der Außenkante deiner Hand zu klopfen, niemand kann mir sagen, wer ich bin, außer ich selbst, Spitze deines Kopfes, ich mag mich, so wie ich bin, über deinen Augen, ich bin kraftvoll, Außenseite deiner Augen, ich bin ich, ich liebe mich selbst unter deinen Augen, unter deiner Nase, auf mich wartet nur das Beste, unter deinem Mund, ich bin gut, so wie ich bin, ich vertraue mir selbst, und dann an deinem Schlüssel weinen, ich mag mich, so wie ich bin, ich vertraue mir, und ich glaube an mich selbst, Außenseiten deiner Rippen, ich glaube an mich selbst, ich mag mich, so wie ich bin, und dann schüttel deine Hände nochmal aus, schließ nochmal deine Augen, atme tief ein, tief aus, spüle nochmal in dich hinein, und auf einer Skala von 0 bis 10, wie fühlst du dich jetzt gerade in dir, wenn 0 vollkommen entspannt, verbunden mit dir selbst, und 10, ich habe das Gefühl, ich müsste anders sein, und ich bin nicht richtig, wie ich bin, dann öffne deine Augen, und wenn du möchtest, schreib mir einmal in den Chat, wie es sich verändert hat, zwischen der ersten Runde, zur zweiten Runde, von welcher Zahl, es ist auf welche Zahl runtergegangen, okay, Nina schreibt, ich liebe mich, super, Dani schreibt, von 6 zu 4, Thomas 0, super, super, viel runtergegangen, bei ganz viel, 0, 0, 0, 1, ich fühle mich sehr entspannt, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 1, sehr cool, ich fühle mich frei, viel leichter, ich habe jetzt Hunger, ist ein gutes Zeichen, ein 7 auf 3, sehr cool, ich fühle mich leichter, innerlich friedlich, von 5 auf 0, mega, das freut mich, und dieses Tool, EFT, du kannst es immer benutzen, okay, du fängst einfach an, auf einer Skala von 0 bis 10, für dich zu gucken, okay, vielleicht ist Angst da, Wut da, Traurigkeit da, was auch immer da ist, das Gefühl, was du gerne auflösen möchtest, und wenn du da auch noch mehr reingehen möchtest, du findest da bei mir auf YouTube auch noch ganz viele Videos zu, wenn du da eine Anleitung zu brauchst, nutzt das für dich wirklich, das ist, es ist so kraftvoll, aus deinen eigenen Emotionen auszusteigen, aus diesen negativen Emotionen auszusteigen, weil diese negativen Gedanken, und diese negativen Emotionen, die machen dich selber klein, und die nehmen dir deine Power, die nehmen dir deine Klarheit, die nehmen dir deine Fähigkeit, dein eigenes Leben zu erschaffen, und du bist kein Opfer, du bist kein Opfer, du bist ein unglaublich krasser, schöpferischer Mensch, und es gibt für dich keine Grenzen, außer die Grenzen, die du dir selber setzt, und wenn immer jemand in deinem Leben etwas zu dir sagt, was du nicht kannst, hör auf, dieser Person zu glauben, weil das Einzige, was die Person zu dir sagt, ist, was sie glaubt, was sie nicht kann, und das spiegelt sie quasi auf dich, und in dem Moment, wenn du wirklich anfängst, dich immer mehr und immer mehr mit dir, mit deiner Kraft zu verbinden, und mit dem Mensch, der du bist, mit der Kraft, die in dir ist, dann kann dich nichts und niemand mehr aufhalten, okay, super, ich bin kein Opfer, genau, und wenn du das jetzt gerade gehört hast, was ich gesagt habe, dann schreib mir gerne einmal in den Chat, ich bin kein Opfer, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin richtig so, wie ich bin, okay, super, ich fühle mich gut, okay, cool, wir sind eine ganz schön große Schulklasse hier, mit 5000 Leuten, läuft bei uns, richtig nice, sehr, sehr cool, okay, ich akzeptiere mich und liebe mich, wunderschön, und es ist tatsächlich so, und sagen gerade in der Schulzeit, uns sagen so viele Menschen immer, was wir alles nicht können, und wir werden bewertet, und wir werden irgendwie in so einen Raster gesteckt, und wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, dann lass dich nicht in irgendeinen Raster stecken, lass dir von niemandem sagen, was dir angeblich fehlt, oder was du nicht kannst, oder wofür du nicht gut genug bist, weil, die haben keine Ahnung, die haben keine Ahnung, was deine Träume sind, was deine Ziele sind, und lass dir das von niemandem jemals nehmen, weil, du kannst das, und du wirst die Wege finden, und hör auch darauf auf zu warten, dass dir irgendjemand sagt, du bist bereit, oder du kannst jetzt losgehen, egal wie alt du bist, wenn du acht bist, oder neun bist, oder zehn bist, und du aber jetzt schon einen Traum hast, eine Vision hast, wenn du irgendwas bestimmtes lernen möchtest, dann go for it, fang damit an, fang mit deinem YouTube-Kanal an, fang mit deinem Podcast an, fang damit an zu tanzen, was auch immer es ist, aber erlaube dir, dich auszudrücken, als der Mensch, der du bist, als das Wunder, das du bist, weil, umso mehr wir alle anfangen, der Mensch zu sein, der wir wirklich sind, umso bunter, und umso friedlicher wird diese Welt werden, umso cooler wird sie werden, weil wir eben nicht mehr einander beurteilen, und verurteilen, sondern weil wir anfangen, einander zu feiern, einander zu unterstützen, und, ja, ich bin ein Genie, ja, ganz genau, schreibt Thies, so ist es, sehr, sehr, sehr cool, ich bin so, wie ich bin, yes, ich bin toll, ich bin ein Genie, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin in der vierten Klasse, und ich bin gut, so wie ich bin, schreibt Noah, absolut, du bist perfekt, so wie du bist, ich liebe mich, und dadurch, dass du jetzt gerade hier bist, weiß ich, dass vor dir nur das Beste liegt, weil du jetzt gerade anfängst, dich mit dir selber zu verbinden, weil du anfängst, in Kontakt zu kommen mit deiner inneren Kraft, weil du anfängst, dich dafür zu öffnen, dass die Welt immer ein Spiegel ist von dem, was du glaubst, und wenn du anfängst, das, was du glaubst, zu verändern, wenn du anfängst, mit dir selber zu arbeiten, wenn du anfängst, in dir selbst eine Welt zu erschaffen, die friedlich ist, die powerful ist, die kraftvoll ist, die positiv ist, dann wird auch die Welt im Außen anfangen, genauso zu sein, und das Coole ist, du hast den Unterschied damals, als zu mir zum Beispiel, als ich in deinem Alter war, ich hatte kein YouTube und all diese Dinge, ich konnte mir die Sachen nicht irgendwie zusammensuchen, du kannst dir auf YouTube die besten Videos reinziehen, du kannst dir die Podcasts anhören, du kannst all die Sachen übers Internet machen, das heißt, anstatt irgendwie zu Netflixen oder sich irgendwas reinzuziehen, was dir nichts bringt, nutz deine Zeit, um wirklich, um Dinge zu lernen, die dich wirklich weiterbringen, okay? Cool. Super. Megaschön. Und das andere, was ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, zum einen, um deine Träume aufzuschreiben, und zwar so, als wären sie schon Realität, okay? Das heißt, du schreibst nicht, ich werde irgendwann in der Zukunft, sondern schreibst schon, ich bin jetzt, ich mache jetzt das und das, okay? was auch immer es ist, ob du Fußballstar werden möchtest oder was auch immer du gerne werden möchtest, schreib es auf, als ich bin jetzt das und das, ich mache das und das, weil in dem Moment, wenn du anfängst, es in der Gegenwart aufzuschreiben, hat das nochmal eine ganz andere Kraft für dich. Und das andere ist, erlaube dir, dir diesen Raum für dich selber zu nehmen, zu meditieren und Meditation zu nutzen, um wirklich immer mehr in Kontakt zu kommen mit deiner inneren Welt. Und jetzt ist gerade hier in den Chat gekommen, Christian Bischof. Kannst du mich hören, Christian? So. Hallo. Hörst du mich? Siehst du mich, Christian? Guten Morgen, Laura. Kannst du mich hören? Guten Morgen, Christian. Ich kann dich hören. Ich kann dich sehen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich zu sehen. Hi, hi. Guten Morgen. Hi, hi. Guten Morgen. Ich mache mal kurz eine kleine Vorstellung. Ja, ich übergebe jetzt an Christian Bischof. Bist du schon fertig, Laura? Ja, so halb. Also ich habe jetzt noch keine Fragen beantwortet, aber du kannst ja mal in den Chat schreiben, gucken, da werden schon ganz viele tolle, positive Affirmationen gerade gepostet. Mega, mega schön. Was habt ihr gemacht, Laura, jetzt in der Stunde? Wir haben gerade EFT gemacht, die Emotional Freedom Technique. Das ist eine Klopftechnik, um Emotionen aufzulösen. Wir haben über das Vergleichen gesprochen. Wir haben über die innere Kraft gesprochen und wie wichtig es ist, sich davon zu lösen, was irgendwie andere Menschen über uns denken und sich zu erlauben, sich wirklich mit dieser inneren Kraft zu verbinden, die in jedem von uns ist. Und darüber haben wir gesprochen. Die Zeit ging jetzt irgendwie super schnell vorbei. Ihr könnt ja einmal kurz in den Chat schreiben, ob es euch geholfen hat, ob du was für dich mitnehmen konntest. Und ich würde dich einmal vorstellen, okay, für alle, die Christian noch nicht kennen. Und an dieser Stelle gibt es jetzt einen Lehrerwechsel. Die erste Stunde ist vorbei. Jetzt kommt die zweite Stunde mit meinem guten, guten Freund und tollen Kollegen Christian Bischof. Und Christian war mit 16 schon Bundesliga-Basketball-Profi. Mit 25 war Christian Bischof jüngster Bundes-Basketball-Trainer. Und Christian heute ist er ein super erfolgreicher Coach, hat Seminare mit tausenden von Menschen zusammen, hat auch einen wundervollen Podcast, ist auch Vater von drei Kindern, oder drei, vier, drei sind es, drei Kindern und du hast selber eine Schultour. Du hast schon mit tausenden von Jugendlichen gearbeitet und wir kennen uns jetzt auch schon seit vier Jahren. Und ja, ich freue mich einfach riesig hier an der Stelle an dich übergeben zu können und dass du hier jetzt deine geweihte Power reinbringen kannst. Und wir sind über 5200 Leute hier gerade live dabei. Also du kannst jetzt hier voll reingehen. Super, danke Laura für die Vorstellung. Eine Frage, Laura, beobachtest du dich selber? Hast du dich jetzt über Zoom oder über YouTube beobachtet? Weil es ist ja, glaube ich, leicht zeitversetzt, oder? Also ich gucke in Zoom rein und habe meinen Chat hier rechts unten, dass ich hier im Chat immer so ein bisschen mitlesen kann. Deswegen gucke ich immer mal hier so nach unten. Genau. Und wenn ich jetzt anfange zu reden, dann bin ich zu sehen, Laura. Genau, dann bist du zu sehen. So, dann übernehme ich, oder? Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend. Dankeschön. Ich wünsche dir auch ganz, ganz, ganz viel Freude hier mit all diesen megacoolen Leuten im Chat. Viel Spaß, enjoy und ja, peace. Danke dir, Laura. Ciao, ciao, bye, bye. Danke. Hi, hi. Ciao. Ja, grüße euch noch mal ganz, ganz herzlich. Mein Name ist, ich bin der Christian. Wir machen ganz einfach du. Und wunderbar, dass du jetzt schon diese tolle Stunde auch mit der Laura hattest und ihr da jetzt ganz, ganz viel für euch mitgenommen habt. Ja, die Stunde ist das Thema. Mach den positiven Unterschied. Vielleicht noch mal ganz kurz, dass du weißt, mit wem du es zu tun hast. Ich komme aus dem Profibasketball, war da selber ganz lange Spieler und Trainer und habe immer mit Jugendlichen und jungen Menschen gearbeitet, die mir immer so am Herzen gelegen sind und habe dann zehn Jahre lang bis vorletztes Jahr eine Schultour gemacht. Vielleicht ist auch der ein oder andere von euch hier dabei, der bei dieser Schultour dabei war. Also ich war in ganz Deutschland in Schulen und habe mit Jugendlichen Persönlichkeitstraining gemacht. Und da wollen wir heute auch angreifen. Und eine der wichtigsten Sachen in deinem Leben ist Selbstvertrauen, um in deine Kraft zu kommen. Selbstvertrauen heißt, dass du dir selbst vertraust, dass du dir etwas zutraust in möglichst vielen Situationen im Leben. Nicht nur in der Schule, sondern auch im Umgang mit deinen Freunden, in der Berufswahl, bei der Frage, was will ich im Leben, wozu sage ich ja und wozu sage ich nein. Und wenn wir uns mal fragen, womit beginnt denn Selbstvertrauen? Selbstvertrauen beginnt mit Eigenakzeptanz, sich selbst so annehmen zu können, wie man ist. Und damit haben die meisten Menschen leider ein Leben lang ein Problem, weil sie glauben oft, vor allem wenn wir jung sind, ich bin zu groß. Das hatte ich zum Beispiel mal. Du siehst mich jetzt nicht, ich bin zwei Meter groß oder ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu hässlich. Ich habe die falschen Eltern oder ich bin nicht so talentiert. Und als allererstes wollen wir mit der falschen Einstellung einmal abschließen. Und dazu lass uns ein kleines Experiment machen, weil es wird in deinem Kopf hängen bleiben. Nimm bitte einmal deine rechte Hand und lege bitte deine rechte Hand auf deine rechte Schulter. Und jetzt klopf dir bitte einmal ganz, ganz fest auf deine rechte Schulter und sag bitte einmal ganz, ganz laut zu dir, ich bin gut, so wie ich bin. So, das ist beim ersten Mal dann wahrscheinlich immer etwas bescheiden und etwas langsam. Lass uns das auf drei nochmal zusammen machen. Eins, zwei, drei. Ich bin gut, so wie ich bin. Und jetzt, wenn du an deinem Bildschirm sitzt mit deinen Geschwistern oder vielleicht hast du Mama oder hast du Papa neben dir, macht ein kleines Experiment und bitte dreh dich mal nach rechts und links zu deinen Geschwistern, Mama, Papa, Oma, Opa, wer auch immer daneben sitzt und klopf denen einmal auf die Schultern und schau ihnen dabei bitte in die Augen und sag zu ihnen, du bist gut, so wie du bist. Also einmal, wenn jemand sitzt rechts von dir und einmal links von dir und wenn keiner neben dir sitzt, dann machst du es einfach nochmal für dich selber. Und jetzt schau bitte einmal ins Gesicht deiner Geschwister oder der Menschen, die neben dir sitzen. Vielleicht fällt dir auf, wie ein wunderbares kleines Lächeln auch einmal im Gesicht deiner Geschwister oder deiner Eltern ist. Und das ist ein ganz, ganz tolles Experiment, weil tief in uns wünscht sich jeder von uns, dass einmal uns jemand am Tag auf die Schulter klopft und zu uns sagt, du bist gut, so wie du bist, ohne dass du dafür Leistung bringen musst. Wir bekommen unbewusst spätestens ab der ersten Klasse beigebracht, allermeistens Lob und Anerkennung gibt es nur noch gegen Leistung. Dabei wünscht sich jeder von uns, dass wir einfach diese Anerkennung bekommen, ohne dass wir dafür was leisten müssen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen über Selbstvertrauen sprechen und über viele andere Dinge. Und hier ist vielleicht der wichtigste Satz, den wir in dieser Stunde besprechen. Es ist der Satz, deine eigene Einstellung ist der entscheidende Faktor, wie sich dein Leben entwickelt. Deine eigene Einstellung ist der entscheidende Faktor, wie sich dein Leben entwickelt. Und ja, es gibt so viele Dinge, die können wir nicht beeinflussen, wie zum Beispiel, wie heute das Wetter ist oder dass zum Beispiel im Moment keine Schule ist, worüber sich vielleicht einige von euch freuen. Darüber haben wir keinen Einfluss. Doch es gibt ganz, ganz viele Dinge, über die haben wir Einfluss. Und mit diesen Dingen kannst du dein Leben so beeinflussen, wie du das haben möchtest. Und dazu ist als allererstes wichtig, zu verstehen, dass du schon alles hast, was du brauchst. Lass uns dazu ein Beispiel nehmen. Als ich in der 11. Klasse war, hatten wir, ich war in einem Gymnasium in München damals, so einen positiv verrückten Erdkundelehrer. Ich kann mich heute nicht mehr an seinen wirklichen Namen erinnern. Er hatte an der ganzen Schule einen Spitznamen bei allen Schülern und zwar war der Bongo. Und das Besondere an diesem Lehrer war Erdkunde. Wir hatten zweimal in der Woche Erdkunde. Die Stunde ging los und Bongo hat das Klassenzimmer betreten, hat seine Tasche auf seinem Pult abgestellt. Und dann hat er uns als allererstes jede Stunde immer 10, 15 Minuten eine Geschichte aus seinem Leben erzählt, für unser Leben, wo wir etwas fürs Leben gelernt haben. Und irgendwann nach 10, 15 Minuten war er auf einmal in Erdkundeunterricht drin. Und obwohl wir nur noch 30, 35 Minuten Erdkundeunterricht hatten, haben wir bei ihm mehr gelernt als in allen anderen Fächern in diesem Schuljahr zusammen. Nun, es kam der Tag, da kam Bongo ins Klassenzimmer, setzt sich ans Lehrerpult, stellt seine Tasche ab und macht minutenlang nichts. In unserer Klasse wurde das Gerede dann immer lauter. Ich bin ganz hinten rechts in der letzten Reihe gesessen und ich habe mir so gedacht, jetzt hat er heute keine Lust auf Unterricht. Bis auf einmal nach ein paar Minuten seine Stimme das Klassenzimmer durchdrungen hat und er gesagt hat, bitte nehmen Sie Stift und Blatt Papier zur Hand. Also wir mussten damals gesiezt werden in der 11. Klasse. Und dann sagt er zu uns, schreiben Sie bitte die sechs wichtigsten Dinge in Ihrem Leben auf. Und ich so, boah, hatte überhaupt keine Lust auf diese Übung. Ich war Mr. Oberkuhl in der 11. Klasse. Sie aber so aus meinen Augenwinkeln, so rechts und links, dass die meisten meiner Mitschüler diese Übung deutlich ernster genommen haben. Und während wir geschrieben haben, ist Bongo hinter den Tafelflügel gegangen und hat auf der rechten Seite des Tafelflügels, also der ungeklappten Seite, auf der Rückseite etwas geschrieben, das wir nicht sehen konnten. Und nach zehn Minuten durften wir uns melden und jeder, der wollte, durfte seine sechs wichtigsten Dinge im Leben benennen. Und ich habe mich damals natürlich nicht gemeldet. Ich war viel zu cool, um sowas zu machen. Doch vor allem die Mädels in unserer Klasse, die haben sich gemeldet. Und Bongo hat auf der Mitte der Tafel mitgeschrieben, was sie gesagt haben. Und am Ende hatten folgende Dinge die meisten Stimmen in unserer Klasse damals. Schuljahr bestehen, ein gutes Abitur schaffen, studieren, mal einen tollen Beruf haben und eines Tages ganz, ganz viel Geld verdienen. Das waren so damals die Dinge, die damals vor 20 Jahren, 25, noch länger her, in unserer Klasse die wichtigsten waren. Und unser Erdkundelehrer schaut die Dinge an und sagt zu uns, das sind wichtige Sachen und sicherlich auch erstrebenswerte. Also Schuljahr schaffen, deinen Schulabschluss schaffen, muss ja nicht unbedingt Abitur sein. Doch ich möchte euch was erzählen. Ich habe einen Freund, der war bis vor einem Jahr das, was du einen absoluten Erfolgsmenschen in unserer Gesellschaft nennst. Der hatte einen super Job, ein Riesenhaus, zwei Autos. Die Frauen sind Schlangen bei ihm gestanden. Und der stand auf der Sonnenseite des Lebens. Bis vor einem knappen Jahr, der auf einmal einen schweren Autounfall hatte, im Leichtsinn, ist viel zu schnell gefahren. Seitdem sitzt der Querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Und letzte Woche habe ich ihn zum ersten Mal besucht. Und er hat mir einen Zettel in die Hand gedrückt, mit den sechs wichtigsten Dingen in seinem Leben. Und hat mich gebeten, dass ich diese Lektion allen meinen Schülern in der Schule weitergebe. Bongo geht an den rechten Tafelflügel, klappt ihn auf, boom! und uns blitzen folgende Sätze entgegen. Die sechs wichtigsten Dinge in meinem Leben sind, mit einem gesunden Kopf klar denken zu können. Mit zwei gesunden Händen greifen und fühlen zu können. Mit zwei gesunden Ohren hören zu können. Mit zwei gesunden Augen die Welt und das Leben sehen können. Mit meiner Zunge und meinem Mund Dinge schmecken zu können. Und auf zwei gesunden Beinen durchs Leben laufen zu können. In dem Moment war in unserer Klasse eine Stille, wie ich sie nie mehr erlebt habe, weil wir alle richtig ins Nachdenken gekommen sind. Und unser Erdkundelehrer hat uns angeschaut und hat zu uns gesagt, vergessen Sie bitte eins nicht. Ich mache das jetzt in der Du-Form. Vergiss bitte eins nicht. Schule ist wichtig. Das Wissen fürs Leben ist wichtig und sehr hilfreich. Einen guten Schulabschluss zu machen ist wichtig. Doch die wertvollsten Dinge in deinem Leben, die hast du seit Geburt quasi umsonst bekommen. Die sind dein größtes Geschenk. Weil mit deinem Kopf kannst du über deine Visionen und Vorstellungskraft dir erträumen und erdenken, was du aus deinem Leben machen möchtest. Mit deinen Händen und deinen Füßen kannst du durchs Leben gehen und anpacken, was du umsetzen möchtest. Mit deinen Augen und deinen Ohren kannst du eine Verbindung zum Menschen aufbauen. Die wichtigsten Dinge im Leben haben wir bei der Geburt umsonst bekommen. Und deswegen in so schönen Zeiten, ich habe gerade viel Kontakt mit Schülern, die viel über sich und ihr Leben nachdenken, darfst du dir bewusst machen, dass alles das, was du für ein glückliches und erfülltes Leben brauchst, die Werkzeuge dafür, hast du mit der Geburt geschenkt bekommen. Und dieses Geschenk haben dir deine Eltern gegeben. Und deswegen mal eine Randnotiz auch an die Eltern, die dabei sind. Ihr habt euren Kindern das größte und wichtigste Geschenk mitgegeben, ihr Leben. Und wenn du magst, nutz doch heute auch die Zeit mal und sag mal Mama, Papa, danke, dass du mir mein Leben geschenkt hast. Weil vielleicht hast du im Moment auch mit deinen Eltern einen Konflikt. Das ist normal. Pubertät ist ja, wenn die Eltern anfangen, anstrengend zu werden. Doch du kannst deinen Eltern immer dankbar sein, weil sie haben dir dieses Geschenk gemacht, dieses Geschenkleben. Und deine Wahl ist jetzt, dieses Geschenkleben so gut wie irgendwie möglich zu nutzen. Und der vielleicht wertvollste Satz, über den wir reden wollen in dieser Stunde ist, du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Du hast über so viele Dinge die Wahl in deinem Leben. jetzt schon in deinem jungen Alter und was du aus dir und deinem Leben machst. Und du hast immer die Wahl. Und bitte vergesst nie dieses Werkzeug, das ihr ein Leben lang habt. Und zwar hast du die erste Wahl, wir haben eben darüber gesprochen, du hast einen klaren Geist zu deiner Geburt bekommen. Das sind deine Gedanken. Das ist deine erste Wahl. Du entscheidest mit deinen Gedanken, was du denkst, wie du über dich selber denkst und ob du positive Gedanken in deinen Kopf lässt, ob du positive Gedanken denkst und damit ein positives Leben hast und damit positive Dinge tust oder ob du negative Gedanken denkst, wenn du nicht so der darüber nachdenkst. vielleicht haben einige von euch auch einen Blog und schreiben mit, das wäre wirklich toll, weil es gibt diese Regel, wer schreibt, der bleibt. Und in der Lebensschule, das Leben funktioniert folgendermaßen. Wir Menschen denken einen Gedanken auf der ersten Stufe. Und wenn du diesen Gedanken glaubst, dann fühlst du zu diesem Gedanken ein passendes Gefühl. Und aus Gefühlen, also deine Gefühle sind die Stufe 2. Und aus Gefühlen kommst du dann ins Handeln und ins Tun. Also nehmen wir uns ein ganz einfaches Beispiel. Warum haben wir eben unsere Stunde hier angefangen, dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Weil wenn wir anfangen, an uns selbst zu glauben und uns selbst anzunehmen und das auch wirklich glauben können, dann kreiert das, alleine dir selber auf die Schulter zu klopfen, ein gutes Gefühl in deinem Körper. Und wenn du jetzt gute Gefühle hast, dann bist du glücklich, dann bist du stark und dann gehst du positiv durchs Leben und dann packst du auch Dinge an in deinem Leben. Menschen und junge Menschen packen häufig Dinge nicht an, weil sie nicht an sich glauben, weil sie negative Gedanken und negative Gefühle in ihrem Körper haben. Aber bitte verstehe, du kannst deine Gedanken selber beeinflussen, indem du positive Dinge, dir einfach, die du aussuchst, selber den ganzen Tag denkst und den ganzen Tag sagst. Und meistens ist es ja im jungen Alter, vielleicht geht dir das auch so, mir ging es in deinem Alter so, dass dieses Thema Selbstvertrauen ein ganz großes Thema ist. Also wie baue ich Selbstvertrauen auf? Wie baue ich Selbstwert auf? Wie baue ich den Glauben an mich selber auf? Und wir entwickeln dazu ein Bild, eine Metapher und das ist wirklich nur ein Bild, dass du dieses Prinzip verstehst. Stell dir vor, also ich habe hier einen Eimer, der wirkt gerade überdimensional groß, weil der Computer so nah dran ist durch ihn hier. Stell dir vor, du hast so einen unsichtbaren Eimer im Kopf und das ist ein Bild, damit du das Prinzip von Selbstvertrauen und Selbstwert verstehst. Und dieser Eimer heißt dein Eimer mit Selbstvertrauen. Und jetzt stell dir einfach mal vor, in diesem Eimer ist all dein Selbstvertrauen drin, das du besitzt. Und wenn dein Eimer ganz voll ist, wir haben übrigens in jedem Lebensbereich einen separaten Eimer, also in der Schule kannst du einen Eimer haben, im Umgang mit deinen Freunden, im Umgang mit deiner Familie, bei deinen Hobbys und so weiter. Und wenn dein Eimer ganz, ganz voll ist, dann hast du ganz viel Selbstvertrauen. So jetzt hat jeder Mensch eine innere Stimme in seinem Kopf. Das ist die Stimme, psychologischen Einfachbegriff, in der ganzen Stunde, lieber Eltern, nur Einfachbegriff. Psychologen nennen diese innere Stimme unsere Eigenkommunikation. Ist eigentlich kein Fachbegriff. Aber du wirst merken, den ganzen Tag, wenn du wach bist, hast du eine innere Stimme, die hier läuft, wie so ein Gedankenstrom durch deinen Kopf. Und wenn dein Eimer voller Selbstvertrauen ist, bedeutet das allermeistens, dass deine innere Stimme positiv ist. Und du denkst wahrscheinlich den ganzen Tag ganz oft so Gedanken wie, ich bin gut so, wie ich bin, ich mag mich, ich glaube an mich, ich bekomme das hin, ich helfe anderen Menschen, ich weiß, was ich will im Leben. Also so positive Gedanken. Wenn jetzt aber bildlich gesprochen, der Eimer von einem Menschen leer ist, das heißt, da ist ganz wenig Selbstvertrauen drin, dann dreht die Eigenkommunikation ins Negative oder ist negativ. Und dann sagt dieser Mensch häufig so Sachen zu sich, wie, kennst du das? Ich kann das nicht, ich traue mich nicht, ich bin nicht gut genug, die anderen sind viel besser als ich, ich mag mich nicht, ich bin hässlich, ich habe Angst und so weiter. So, hier ist das Faszinierende und das ist das Zweite. Wenn wir jetzt nochmal, also weg was vom Bildschirm. Das Zweite, nämlich jeder Mensch hat so einen unsichtbaren Schöpflöffel. Und mach dir bitte eins bewusst, du bist für dein eigenes Selbstvertrauen verantwortlich, das heißt für deinen eigenen Eimer, weil mit jedem Gedanken, den du denkst, dass jeder Gedanke, der du denkst, ist entweder ein Eimer Füller, der dir Selbstvertrauen gibt oder ein Eimer Leerer, dass du etwas Selbstvertrauen aus deinem Eimer rausnimmst. Ist jetzt gerade ein bisschen schwer darzustellen. Ich mache das normalerweise immer mein Seminar mit Jugendlichen, da geht es einfacher. Einfacher, also ein Eimer Leerer, zum Beispiel, wenn du denkst, ich mag mich nicht, ich bin hässlich, ich bin nicht gut genug, ist es, als gehst du in den Eimer und schöpfst was Selbstvertrauen aus. So, und wenn jetzt ein junger Mensch, wenn er jahrelang in der Schule sitzt und zum Beispiel den ganzen Tag sagt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, das kriege ich eh nicht hin, ich habe Angst, dann machst du deinen Eimer immer leer und dann hast du irgendwann junge Menschen, die haben zwar einen Schulabschluss, aber die haben kein Selbstvertrauen mehr und der Eimer ist leer. Und die erste Sache, du hast die Wahl, ob du deinen Eimer füllst oder ob du deinen Eimer leerst, ob du positive Gedanken in deinen Eimer mit Selbstvertrauen schickst oder ob du negative Gedanken reinschickst, ob du positive Gedanken in deinen Kopf lässt oder negative Gedanken, indem du selber bestimmst, welche Gedanken möchte ich den ganzen Tag in meinen Kopf lassen und was möchte ich den ganzen Tag denken. Und dazu wollen wir uns einfach mal drei Beispiele angucken, was sind so positive Gedanken, die wir dafür nehmen könnten. Und es sind drei Sätze, ihr habt ja eben schon eine Übung mit Laura gemacht und Laura hat euch gesagt, pass auf, mach das einfach mal mit, es guckt dir keiner zu, außer deiner Geschwister, Alter, du bist sicher. Es sind drei Sätze, drei positive Gedanken, die wir stellvertretend jetzt dafür nehmen wollen, dass du Selbstvertrauen mit der Zeit bekommst, die du immer wieder denkst. Davor wollen wir noch mal den Selbstwert aufbauen. Nimm bitte noch mal deine rechte Hand, klopf dir noch mal auf die linke Schulter und sag noch mal laut zu dir, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. So, drei positive Gedanken. Hier ist der erste positive Gedanke und ich spreche ihn dir laut vor und hab einfach mal den Mut und sprich ihn mir laut nach. Der erste Gedanke ist, ich bin ein Geschenk für die Welt. Ja, komm, du darfst ihn laut sagen. Sagen wir ihn einmal auf drei zusammen. Eins, zwei, drei. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Wir haben gerade eben gesagt, du hast bei der Geburt die wichtigsten Dinge des Lebens umsonst mitbekommen, nämlich deine sechs Sinne, deinen Kopf, deine Füße. Mit dem kannst du alles aus dem Leben machen. Dein Leben ist ein Geschenk und genauso bist du auch ein Geschenk. Du bist einzigartig. Du hast einzigartige Talente, einzigartige Stärken. Du kannst etwas Einzigartiges aus dir und deinem Leben machen. Vergiss dieses Geschenk nicht. Nimm dieses Geschenk an und mach etwas aus deinem Leben. In unseren Seminaren, die wir für Erwachsene machen, für Erwachsene machen, sagen wir diesen Satz auch immer. und häufig haben so viele Menschen Probleme damit, das anzunehmen. Ich bin ein Geschenk für die Welt und dann sagen wir mal, du, sag dir diesen Satz jeden Tag, immer drei, vier Mal. Und ich habe mir da auch was Lustiges überlegt, weil dieser Satz so wichtig ist. Ich habe diesen Satz auf T-Shirts gedruckt. Also, du bist ein Geschenk für die Welt. Und wenn wir dann zum Beispiel Seminare machen, dann passiert häufig Folgendes. dann kommen die Leute in der Pause zu uns an den Bücherstand und dann sehen die dieses T-Shirt, wo das hier draufsteht. Du bist ein Geschenk für die Welt. Ich hoffe, du kannst es gut sehen. Und dann schauen die das T-Shirt an. Dann schauen sie mich an oder Menschen aus meinem Team. Und dann sagen sie immer den gleichen Satz und sagen, ich kenne jemanden, der hat so wenig Selbstvertrauen, der braucht unbedingt so ein T-Shirt. Und wahrscheinlich kennst du jetzt auch Freunde, Freundinnen, die so ein T-Shirt brauchen. Und du sagst, wow, das ist ein cooles T-Shirt. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Doch wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit Selbstvertrauen dürfen wir selber mal anfangen. Und deswegen, wenn du dir das T-Shirt ganz genau anschaffst, das ist nur die Rückseite. Also, was du hier gerade siehst, ist die Rückseite. Weil auf die Vorderseite habe ich den Spruch verkehrt herum aufdrucken lassen, dass wenn du das T-Shirt trägst, du nur nach unten schauen musst und es selbst lesen kannst. Weil dann ist es so da. Und dann, ich komme jetzt mal hoch, dann könnt ihr es sehen. Und wenn du deinen Kopf runtertust, kannst du es selber lesen. Und das ist zum Beispiel so ein ganz wunderbarer Trick, wie du den ganzen Tag dir selber bewusst machst, hey, ich bin ein Geschenk für die Welt. Ich bin etwas wert. Und damit baust du dein Selbstvertrauen und dein Selbstwert auf. Also, das ist der erste Satz. Lass uns mal, wie in der Schule, das jetzt zusammen machen. In der Schule des Lebens sagen wir den Satz auf drei nochmal zusammen. Eins, zwei, drei. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Und denk da dran, wir sind bei positiven Gedanken, die deinen Geist beeinflussen sollen. So, nehmen wir den zweiten Satz. Jeder Mensch braucht Lob und Anerkennung. Jeder Mensch braucht Lob und Anerkennung. Doch häufig bekommen wir nicht so viel Lob. In der Schule tendenziell wird nicht so viel gelobt, sondern auf die Fehler geschaut. Dann im Alltag häufig vielleicht Eltern achten auch nicht so darauf, weil sie es vergessen und weil sie auch einen Stress haben. Sehe das deinen Eltern nach. Alles gut. Wir haben ja gesagt, du hast die Wahl. Du hast es selber in der Hand und du kannst deinen Geist und deine Gefühle steuern. Ab heute probiere das aus. Wenn du was Großes aus deinem Leben, was Gutes machen willst, brauchst du Selbstvertrauen. Immer, wenn du etwas richtig machst, egal wie klein das ist, klopf dir mal selber so anerkennend hier vorne auf die Brust und sag einfach innerlich so einmal zu dir, das habe ich gut gemacht. Lass uns auch das auf drei einmal zusammen machen. Eins, zwei, drei. Das habe ich gut gemacht. Weil wir nehmen häufig gar nicht mehr wahr, all die tollen Dinge, die wir den ganzen Tag gut machen, all die tollen Dinge, die in unserem Leben passieren und eine wunderbare Sache, die du machen kannst für dein Selbstvertrauen, ist, du nimmst ein Buch, in dem nichts drin steht und das ist dein Erfolgsbuch und abends, bevor du ins Bett gehst, setzt du dich an dein Buch und schreibst dir fünf Dinge auf, die du heute gut gemacht hast. weil jetzt trainierst du dich auf das Positive zu gucken und auf die Dinge, die geklappt haben und die du richtig gemacht hast und die dir gelungen sind und wenn du das immer und immer und immer wieder machst, wird dir irgendwann auffallen, hey, du trainierst deine Gedanken auf deine Stärken zu gucken und nicht auf deine Schwächen, auf das, was du richtig machst und nicht auf das, was dir vielleicht nicht gelingt, auf die Dinge, die gut sind und nicht die Dinge, die schlecht sind und jetzt wirst du merken, bekommst du immer positiver Gedanken, du fühlst dich gut und damit wird alles in deinem Leben einfacher und damit kommt Schritt für Schritt Selbstvertrauen. Selbstvertrauen entsteht dadurch, dass du auf die gute Seite schaust, was ist dir alles gelungen in deinem Leben, wo sind deine Erfolge und Selbstvertrauen kann man übrigens auch anderen Menschen geben und das ist die nächste Metapher, vergiss das bitte nie, lobe andere Menschen, lobe deine Freunde und deine Mitmenschen, wenn sie was richtig machen, weil meistens sind wir extrem kritisch zu uns selber, doch du kannst mit deinen Gedanken diesen Löffel auch nehmen und die Eimer von anderen Menschen füllen, sprich anderen Menschen Selbstvertrauen geben und das ist so, so wichtig. Ich gebe dir dazu ein Beispiel. Ich bin 14 Jahre alt und mein Selbstvertrauen ist damals 0,0, weil ich habe in der Schule drei Spitznamen, Brillenschlange, Lulatsch, weil ich zwei Meter groß bin und Mongo, weil ich war damals schon fast zwei Meter groß und immer so unkoordiniert und dann habe ich mich mal im Pausenhof so unbedacht gedreht und da sind meine Ellenbogen rumgeflogen und da sind die Mädels rechts und links von mir umgeflogen und mein Selbstvertrauen war 0,0. Dann finde ich mit 14 endlich etwas, worin ich gut bin. Basketball. Und schon nach drei Monaten werde ich von der deutschen Jugendnationalmannschaft zu einem Sichtungslehrgang eingeladen, um zu sehen, wie gut ich bin. 100 gleichaltrige Jugendliche in der Halle, 95 sind viel, viel besser als ich. Ich erstarre mit 14, ich habe Angst, ich will nur noch nach Hause, ich bin bereit, am ersten Abend das Handtuch zu schmeißen. Und wenn jetzt der Trainer in der Halle noch zu mir kommt und mir so eine persönliche Kritik gibt, was ja im Sport ganz normal ist, dann bin ich bereit, am ersten Abend meine Eltern anzurufen und zu sagen, holt mich ab, ich will nach Hause. Stattdessen, stattdessen holt mich mein Trainer am zweiten Abend in der Halle zur Seite, guckt mir in die Augen und sagt einen einzigen Satz zu mir. Christian, du hast das Talent, der beste Basketballer in Deutschland in deinem Jahrgang zu werden. Und mein Selbstvertrauen so. Innerhalb von einer Sekunde mein Selbstvertrauen von null durch die Decke, mein Eimer des Bildes, das wir eben genommen haben, sprichwörtlich sofort randvoll, weil ich gucke meinem Trainer in die Augen, ich sehe die Ehrlichkeit in seinem Blick und in dem Moment sage ich zu mir, wenn der das glaubt, glaube ich das auch. Und dieser eine Satz hat mir bildlich gesprochen Flügel verliehen und ich bin fünf Jahre lang als junger Mensch, als Jugendlicher, als Erwachsener durch meine Basketballkarriere geflogen und immer, wenn ich einen Rückschlag hatte, so bumm, bildlich gesprochen hingefallen bin, dann habe ich an diese Szene, als ich 14 war, habe ich meine Augen geschlossen, habe meine Gedanken auf diese positive Szene in diesem Trainingslager gerichtet, wo mein Trainer damals zu mir gekommen ist und zu mir gesagt hat, Christian, du kannst der beste Basketballer in Deutschland in deinem Jahrgang werden. Und dieser Satz hat mich so getragen, der hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben, dass ich damals mit 16 auf einmal in der Bundesliga jüngster Basketball- Bundesligaspieler war, den es bis damals gab, weil, nicht weil ich so viel Selbstvertrauen hatte in mich, sondern weil ein anderer Trainer dieses Selbstvertrauen in mich hatte. Und das, damit kannst du dein Selbstvertrauen aufbauen, indem du deine Gedanken positiv auf das richtest, was du denken willst und indem du anfängst, deinen eigenen Wert zu erkennen. Und wir haben jetzt drei Dinge gemacht. Du verstehst, du klopfst auf die Schulter, ich bin gut, so wie ich bin. Das ist die Selbstannahme, sich selbst so annehmen zu können, wie ich bin. Lass uns das nochmal auf drei zusammen machen. Komm, wir probieren es. Wir wollen dein Selbstvertrauen aufbauen. Eins, zwei, drei. Ich bin gut, so wie ich bin. Dann der zweite Satz war, ich bin ein Geschenk für die Welt. Sagen wir den auch auf drei einmal zusammen. Eins, zwei, drei. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Und der Satz Nummer drei, immer, wenn dir was gelingt, du schaust auf deine Stärken, du klopfst dir einmal auf die Schulter und du gibst dir Selbstvertrauen. Das habe ich gut gemacht. Und das Training, mit dem du das machst, ist, leg dir ein Erfolgsbuch an, wo du jeden Abend fünf Dinge aufschreibst, die dir gut gelungen sind, die du geschafft hast, die heute positiv waren. Weil jetzt trainierst du deine Gedanken, auf das Gute, auf das Positive zu gucken. Das gibt dir positive Gefühle und wenn du in diesen positiven Gefühlen bist, nimmst du immer dein Leben selber in die Hand. Das ist die erste Sache. Gut. Schauen wir mal ganz kurz. 5.300 Leute, das ist ja unfassbar. Die meisten sagen, ja, hier sagen die Ersten, ich finde es voll entspannend, zuzuhören. Und das ist so wichtig. Wisst ihr, es gibt mittlerweile ganz tolle Lehrer, die machen, beginnen jede Stunde und vielleicht eine Einladung, vielleicht sitzen auch Lehrer hier. Die fangen die Stunde an mit drei Minuten Meditation. Nur einfach mal in der Stille zu setzen. 95% der Schüler sagen mittlerweile an Schulen, sie fühlen sich gestresst. und aus dem Stress kommt man auch raus, indem du einfach die Augen schließt und in die Entspannung gehst. Ich möchte es mit euch zum Abschluss machen. Und ja, noch so ein Thema zum Thema Gedanken. Achte auch bitte drauf, worauf richtest du deine Gedanken heutzutage? Schaut mal, drei Dinge, junge Menschen fragen mich häufig, Christian, was sind drei richtig gute Tipps, die du mir mitgeben kannst? Und die erste Sache ist, vertrau nicht zu sehr Erwachsenen, wenn es darum geht, wie du dein Leben und deine Zukunft leben sollst. Weil unsere Welt verändert sich gerade so schnell und wir Erwachsenen leben in einer ganz anderen Welt, dass keiner weiß, was die nächsten zehn Jahre kommt. Und vielleicht auch mal für die Eltern an der Stelle, es gibt ja das Wort, wir sollen unsere Kinder erziehen und in dem Wort erziehen steckt ja auch das Wort ziehen dran und immer wenn wir unsere Kinder erziehen, dann ziehen wir auch an den Kindern und vielleicht ist jetzt auch die Zeit, unsere Kinder zu begleiten, dass sie ihren eigenen Weg im Leben finden. Natürlich in einem gewissen Rahmen reden wir auch gerade drüber. Zum Beispiel eine wichtige Fähigkeit, die du heute als Jugendlicher lernen darfst, ist, so viele Informationen draußen im Internet lerne zwischen für dich hilfreiche und für dich nicht hilfreiche Informationen zu unterscheiden. Wenn du im Internet oder irgendwo bist und du liest ganz viele negative Dinge, wie vielleicht auch zur Zeit, frag dich einfach mal, wie fühle ich mich damit? Weil da kommen dann negative Gedanken in deinen Kopf, die erzeugen negative Gefühle und zum Beispiel kannst du unterscheiden, ob Informationen für dich hilfreich sind oder nicht. Fühlst du dich gut, wenn du die konsumierst? Und ich habe zum Beispiel für mich entschieden, ich konsumiere fast nur noch Gedanken, die mich gut fühlen lassen, die mich aufbauen, die mir Kraft geben, die mich an mich und mein Leben glauben lassen. Und schau zum Beispiel mal, nimm mal Instagram, nur ein Beispiel, vielleicht seid ihr auf Instagram. Und wenn du ein Experiment machst und du folgst zum Beispiel nur mal Menschen, die positive Informationen verbreiten, wie zum Beispiel die vier Lehrer, die du hier heute hast, Laura und jetzt mich und mit Tobi und Stefan und mach dieses Experiment mal und dann immer, wenn du auf Instagram gehst, siehst du auf einmal was Positives, was Positives, was Positives, was Positives. Du wirst auf einmal merken, wow, wenn ich so viele positive Gedanken in meinem Kopf habe, fühle ich mich positiv und auf einmal bekommst du diesen positiven Blickwinkel fürs Leben. Und wie kannst du das noch machen? Und damit sind wir bei der nächsten Sache und das sind deine Ziele. Ziele. Erst gestern haben ein paar Jugendliche mir wieder geschrieben, hey, sie haben jetzt so viel Zeit alleine, sie haben jetzt zum ersten Mal Zeit, über ihre Ziele nachzudenken. Was sollen sie aus ihrem Leben machen? Aber wie soll ich das machen? Okay, wie findest du die richtigen Ziele? Vor einigen Jahren war ich mit meiner Schultour, mach den positiven Unterschied, an einem Gymnasium in Bayern. 500 Jugendliche sitzen vor mir, 10. bis 12. Klasse, Gymnasium und es war für die 12. Klässler drei Monate vorm Abitur. Und ich halte den Vortrag und anschließend Applaus und keine 30 Sekunden nach Ende des Vortrags steht eine 12. Klässlerin vor mir, eine angehende Abiturientin, guckt mich an und sagt, Christian, das war ein super Vortrag, danke dafür. Doch ich habe eine Herausforderung an dich. Ich schreibe in drei Monaten an dieser Schule mein Abitur. Wenn du mir in einem Satz erklären müsstest, wie werde ich nach der Schule langfristig glücklich und erfolgreich im Leben, was wäre dieser Satz? Ich schaue die junge Dame an und sage zu ihr, das ist eine super Frage mit einer ganz einfachen Antwort. Manchmal ist die Antwort nicht einfach zu befolgen. Und dann sage ich zu der jungen Dame, bitte schau mir in die Augen. Weil immer, wenn du Menschen in die Augen schaust, die Augen sind das Fenster zur Seele, kannst du Menschen erreichen, haben wir eine Verbindung, kannst du Menschen emotional erreichen. Und diese junge Dame schaut mir ganz selbstbewusst in die Augen und ich sage ihr folgenden Satz. Folge deinem Herzen. So, und wenn ich diesen Satz immer an einer Schule sage, dann passaziert eine faszinierende Sache häufig in dem Raum und zwar alle Mädchen, jungen Damen, die in dem Raum sitzen, denken so, so, oh, wie süß, das ist, das ist gut. Und die Jungs gehen sofort so in eine Widerstandshaltung und sagen, äh, nee, das ist Emotion. Schau mal, Jungs, wir Männer sagen anders dazu. Wir sagen, statt Folge deinem Herzen vielleicht hör auf deine Intuition, hör auf dein Bauchgefühl. Doch das ist alles genau das Gleiche. Warum ist der Satz Folge deinem Herzen langfristig für dich der richtige Weg und das heißt nicht, dass alles richtig läuft im Leben, weil dein Herz macht keine Fehler. Entscheidungen, die du vom Herzen triffst, sind langfristig für dich, wenn du sie konsequent durchziehst, also wirklich dranbleibst, langfristig für dich, nicht für andere, immer richtig. Und ich kann dir das aus eigener Erfahrung wirklich nur ermutigen, dass du das machst. Ich wollte mit 16 immer Basketballprofi werden. Ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen, auf ein Internat gegangen, um das machen zu können. Dann konnte ich mit 19 kein Basketball mehr spielen, weil ich eine Rückenverletzung hatte. Dann haben alle gesagt, du musst jetzt studieren, du musst eine Ausbildung machen. Ich wollte Basketballprofi werden und ich bin mit 19 Basketballprofi geworden, wo ich eigentlich viel zu jung war. Und mit 25 war ich auf einmal Basketball-Bundesliga-Trainer, aber weil ich auch konsequent an diesem Traum drangeblieben bin, reden wir gleich drüber. Oder irgendwann wollte ich dann diese Schultour machen, macht den positiven Unterschied für Jugendliche. Und in den großen Dingen im Leben bin ich immer meinem Herzen gefolgt. Und von Herz zu Herz, Jungs und Mädels, möchte ich euch diesen Tipp mitgeben. Habt den Mut, deinem Herzen zu folgen. Wenn es um deine Ziele geht. So springen wir zurück in die Schule. Diese angehende Abiturientin guckt mich an und sagt, folge deinem Herzen, das ist gut, darüber werde ich nachdenken. Neben der jungen Dame stand ein Junge, der guckt mich an und sagt so, Christian, folge deinem Herzen, klingt so ein bisschen nach Motivationsphrase für mich. Wie geht denn das? Und dann habe ich zu ihm gesagt, indem du dir die wichtigsten, eine der wichtigsten Fragen stellst, die sich jeder Mensch im Leben stellen kann. Hier ist diese Frage. Du findest die Antworten auf die Frage, was will ich wirklich aus meinem Leben machen? Was will ich wirklich aus meinem Leben machen? Und jetzt ist es Geschenk, diese Frage zu beantworten, weil jetzt habt ihr keine Schule. Ja, ihr habt Hausaufgaben zu tun. Jetzt habt ihr Zeit für euch selber und jetzt kannst du Persönlichkeitsentwicklung anfangen und jetzt kann jeder von euch entscheiden, versinke ich jeden Tag in den Social Media und im Internet oder nehme ich mir zum Beispiel Zeit und Ermutigung wieder an dich, nimm dir einen Zettel, schreib dir oben als Frage hin, was will ich wirklich aus meinem Leben machen? Was möchte ich aus meinem Leben machen? Und finde die Antworten, denk drüber nach, träum wieder, was auch immer dahin, vielleicht nach der Schule will ich nach Neuseeland reisen oder ich möchte eine Weltreise machen oder ich möchte Sprache und da gibt es ja tausende Dinge und die einzige Sache, die du machst, frag dich bitte nicht, was würden deine Eltern dir empfehlen, was sagen andere zu dir, sondern hab den Mut auf dein Herz zu hören, auf deine Intuition, auf deine innere Stimme und die Antworten, die du da findest, deine wirklichen Träume, die bringen wieder positive Gedanken in deinen Kopf und du hast wieder positive Gefühle und dann bist du wieder in deiner Kraft und wenn du nur diese beiden Hausaufgaben, die wir jetzt machen, die wir jetzt besprochen haben, machen, du nimmst einen Zettel und auf den schreibst du dir die drei Sätze für dein Selbstvertrauen, also nochmal, ich bin gut so wie ich bin, ich bin ein Geschenk für die Welt und immer wenn du was richtig machst, sagst du zu dir, das habe ich gut gemacht und diese drei Sätze schreibst du dir auf einen Zettel und du guckst dir den immer und immer wieder an, den ganzen Tag, dass du an diese Sätze denkst, immer und immer wieder und dann beantwortest du dir die Frage schriftlich, weil wer schreibt, der bleibt, dein Kopf vergisst, was du dir aufschreibst, bleibt, was will ich wirklich aus meinem Leben machen und du gibst dir die Erlaubnis deinem Herzen zu folgen, groß zu denken, das ist so toll und diese Liste kannst du dir dann, die hängst du dir auf und das ist immer deine Traumliste, die dich in eine bessere Zukunft führt. Ihr werdet später mit Tobi, der nach mir kommt, noch länger daran arbeiten, deswegen möchte ich es hier bei der Sache belassen und schaut mal, was auch ganz wichtig ist, ist, wenn ihr dann eure Ziele verfolgt, noch eine kurze Sache, ist irgendwann wichtig für die Älteren von euch, dass ihr auf eure Stärken geht, ich möchte euch das jetzt mal aufzeichnen, weil das ist eine kleine Grafik, weil viele verstehen dieses Prinzip nicht, könnt ihr das alle gut sehen, ich glaube schon, schaut mal, für alles, ich mache es mal so, sonst wird es zu durcheinander, so, noch mal ein Blatt Papier, so, schaut mal, ist jetzt nicht ideal, aber so, das Thema Stärken, so, für alles, was du heute kannst, ich hoffe, ihr könnt das sehen, kannst du alles, was du heute kannst, auf einer Skala einen Wert eintragen und diese Skala geht von minus 10 über die 0 bis zur plus 10, das ist so eine Fähigkeiten Skala, minus 10 bedeutet, ein Mensch ist so schlecht, wie er irgendwie sein kann, 0 ist absolutes Mittelmaß und plus 10 Beispiel, ich bin zum Beispiel im Tanzen eine absolute minus 10 gewesen in der Schule, also so schlecht wie es irgendwie geht, neunte Klasse Tanzunterricht, ich war so unkoordiniert, ich habe meiner Tanzpartnerin den kleinen C gebrochen, okay, als Redner, heute vielleicht bei meinen Seminaren für Erwachsene, bin ich auf den Fähigkeiten einer 8 und bitte sei zu lieb, jetzt nicht diskutieren, ob das stimmt, das ist nur ein Beispiel, so, jetzt wird uns ja vor allem in der Schule immer beigebracht, du musst an deinen Schwächen arbeiten, das läuft häufig unbewusst, weil in den Fächern, in denen du schlechte Noten hast, oder in denen du Fehler machst, du musst an deinen Schwächen arbeiten, stimmt das fürs Leben? Und jetzt nehme ich mal Tanzkursen, vielleicht in einem Jahr um zehn Punkte als Tänzer, na super, guck mal, jetzt bin ich eine Nullnummer im Tanzen und damit absolutes Mittelmaß. Was darfst du denn machen, wenn du im Leben richtig gut werden willst? Und das heißt nicht, dass du musst, das heißt, dass du willst. Denk daran, unser Satz ist, du hast die Wahl. Doch wenn du im Leben richtig gut werden willst, du darfst auf deine Stärken gehen. Schaut mal zum Beispiel ich als Seminarleiter, ich bin eine Acht, wenn ich zum Beispiel in den nächsten zwei, drei Jahren, ich mache noch hunderte Seminare, ich lerne noch von den Besten auf der Welt, ich lese noch Bücher über Redner, wie wird man Rhetorik etc. Ich verbessere mich vielleicht in den nächsten drei Jahren nur noch um einen einzigen Punkt, aber dann bin ich doch schon bei einer neuen und damit hier oben ziemlich nah an der Weltspitze dran. Das heißt, um im Leben richtig gut zu werden, ist die Regel immer, stärke deine Stärken und geh mit deinen Schwächen so um, dass sie dir nicht im Weg stehen. Achtung, du darfst die Schwächen nicht vernachlässigen. Beispiel siebte Klasse, eine neue Schule, ich bin nach Bayern gekommen und hatte im Halbjahreszeugnis zum ersten Mal zwei Fünfer. Englisch und Mathe war das damals. Schwächen. Und in allen anderen Fächern hatte ich eine Zwei. Und dann hat mein Sportlehrer vor den Halbjahreszeugnissen zu mir gesagt, Christian, mach jetzt nicht den Fehler, den viele machen, und zwar du konzentrierst dich nur noch auf deine beiden Schwächen, die beiden Fünferfächer und dann kommst du hier auf eine Vier bis Ende des Jahres, aber du konzentrierst dich gar nicht mehr auf die Fächer, in denen du gut bist und die dir Spaß machen und da fällst du auf eine 3 ab, weil dann bist du irgendwann Mittelmaß, sondern sorg dafür, dass du in einem deiner beiden Fünferfächer auf eine stabile 4 kommst, du durch Schuljahr kommst und stärke deine Stärken weiter, die Fächer, die dir Spaß machen und das habe ich damals gemacht und ich bin mit meinen Schwächen so umgegangen, dass ich in einem Fach auf eine 4 gekommen bin, sogar in beiden Fächern und dann habe ich hier oben auf die Stärken geschaut und alle Zweier behalten und sogar ein paar Zweier Fächern noch auf eine Eins gekommen und deine Stärken findest du eigentlich immer raus indem du das machst was du liebst also wenn du jetzt merkst was will ich wirklich im Leben machen und du merkst jetzt zum Beispiel ich möchte ein Instrument spielen oder ich möchte Fußballprofi werden oder ich möchte tanzen habt den Mut es zu machen und liebe Eltern wenn eure Kinder das machen wollen bitte zerstört nicht deren Träume sondern lass sie machen weil du wirst so viel auf dem Weg dahin lernen wenn du eine Sache machst und über die wollen wir jetzt noch reden das ist die letzte Sache du hast dir aufgeschrieben was will ich wirklich im Leben machen und jetzt kommt die dritte Sache die ist ganz wichtig Disziplin 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 und Konsequenz und ich weiß einige von euch denken jetzt vielleicht das klingt Disziplin heißt ganz einfach jeden Tag etwas für dein Ziel zu tun und zwar nur ein paar Minuten und ich möchte euch da eine kleine Geschichte zu erzählen und dazu schalte ich jetzt einmal meinen Computer um dass du das sehen kannst das müsstet ihr Bildschirm freigeben genau jetzt müsstet ihr das sehen und zwar seht ihr hier ein Bild eine Geschichte dass du siehst wie wichtig Disziplin das ist eine deutsche Jugendauswahl Mannschaft als wir 16 Jahre alt waren ich weiß nicht ob dir auffällt wer der junge Mann mit der Nummer 12 hier im Mittelpunkt ist das bin ich und fällt dir auf erkennst du wer der junge Mann mit der Nummer 14 hier ist das ist Dirk Nowitzki der jetzt seine Basketball Karriere beendet hat Deutschlands besten Basketballer ihr war als wir in einer Jugendauswahl Mannschaft zusammen gespielt haben und das hier war einer unserer Trainer und unser Trainer hat damals einen Satz zu mir gesagt wir haben diesen Auswahllehrgang gemacht und dann hat er mich danach zum Bahnhof gefahren ich musste nach Hause und unser Trainer hat zu mir gesagt Christian dieser Dirk Nowitzki hat so viel Talent doch der könnte richtig gut werden doch der wird es nicht schaffen weil der ist viel zu faul und jetzt denkst du dir Moment mal Dirk Nowitzki ist einer der besten Basketballspieler der Welt geworden und als Jugendlicher sagt der Trainer der wird es nicht schaffen weil der ist zu faul und damals hat man schon gesehen Dirk Nowitzki hatte viel Talent doch vielleicht noch nicht so viel Disziplin und wenig später hat er dann seinen Mentor kennengelernt und auf einmal hat er die Disziplin entwickelt und ist jeden Tag in die Halle gegangen und hat trainiert und 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 herausgekommen ist weil er auf einmal jeden Tag trainiert hat einer der besten Basketballer auf der ganzen Welt und das ist jetzt natürlich ein ganz bekanntes Beispiel so machen wir mal wieder weg die Folie ein ganz bekanntes Beispiel doch es zeigt dass ohne Disziplin im Leben nicht viel möglich ist und jetzt sagst du vielleicht ich möchte kein Profisportler werden doch stellen wir uns folgens vor ihr habt die Schulpflicht und am Ende ist die Schule die Grundlage fürs ganze Leben und wenn du dich jetzt mal fragst okay wie kann ich zum Beispiel oder ich frage andersrum wer von euch möchte gerne einen guten Schulabschluss machen ohne viel Anstrengung einen guten Schulabschluss ohne viel Anstrengung okay hier ist eine Regel die dir helfen kann wie du das schaffst lerne ab heute jeden Tag diszipliniert ohne Ablenkung nur zehn Minuten mehr nicht länger das heißt du machst das was du normalerweise für die Schule machst und dann stellst du dir deinen Wecker noch mal noch noch zehn Minuten mehr Montag bis Samstag Sonntag machst du Pause wir brauchen alle einen Tag Pause und jetzt rechnen wir mal wenn du die Disziplin hast weil zum Beispiel dein Ziel ist ich möchte einen guten Schulabschluss machen zehn Minuten mehr am Tag zu lernen dann dann hast du Montag bis Samstag hast du eine Stunde mehr in der Woche das Jahr hat 52 Wochen du hast ungefähr 50 Stunden mehr im Jahr jetzt stellen wir uns einfach mal vor ganz simpel du bist es ist ein siebt Klässler und du machst in der zehnten Klasse deinen Schulabschluss siebte achte neunte zehnte Klasse hast du vier Jahre jedes Jahr lernst du 50 Stunden mehr das sind 200 Stunden mehr konzentriertes Lernen bis zum Schulabschluss es ist ganz klar dass du mit diesen 200 Stunden mehr einen besseren Schulabschluss machen wirst als du heute glaubst und alles was es braucht ist 10 Minuten diszipliniert ohne Ablenkung mehr jeden Tag als du bisher machst und das ist die Macht der Disziplin die Fähigkeit heute ist dich zu fragen was willst du wirklich aus deinem Leben machen zu verstehen die Schule ist die Grundlage die Schule ist einfach wichtig so viele Kinder sind dankbar auf der Welt wenn sie einen Schulabschluss machen könnten deswegen vernachlässige die Schule nicht weil wenn du die Schule hast danach kannst du dein Leben darauf aufbauen dass du führen willst doch die Schule ist die Grundlage nimm die Schule mach jeden Tag 10 Minuten mehr ohne Ablenkung dann nimm deine Ziele Träume und Visionen mach jeden Tag etwas ohne Ablenkung das muss nicht Stunden sein das kann ein paar Minuten sein doch es ist immer noch der große Weg zum Erfolg jeden Tag und das entscheidende ist wirklich ohne Ablenkung und deswegen ich möchte euch einmal diesen Satz sagen weil er wirklich so ganz ganz zentral ist für Erfolg im Leben manchmal fragen mich Menschen auch Christian wie hast du es geschafft so gut als Redner zu werden es ist diese Sache jeden Tag ohne Ablenkung an deinem Ziel arbeiten und wenn du nur das machst 10 Minuten und du nimmst deine Ziele Träume und Visionen dann wirst du merken du hast die Wahl also fassen wir das Ganze nochmal zusammen wir haben darüber gesprochen deine eigene Einstellung ist das entscheidende wie sich dein Leben entwickelt die wichtigen Dinge im Leben hast du schon umsonst bekommen du hast die Wahl du hast immer die Wahl deine Gedanken zu beeinflussen positiv denken wir haben drei Sätze genommen mit denen du dein Selbstvertrauen und deinen Selbstwert aufbaust der Satz ich bin gut so wie ich bin ich bin ein Geschenk für die Welt das habe ich gut gemacht wenn wir was richtig machen wir haben darüber geredet wie du deine Ziele Träume und Visionen findest in dem du deinem Herzen folgst und wie folgst du deinem Herzen in dem du dir die Frage stellst was will ich wirklich aus meinem Leben machen und wenn du dir die Zeit nimmst diese positiven Sätze immer zu trainieren dir diese Liste zu machen und deine Ziele zu finden für dein Leben was wirst du aus deinem Leben machen und dir zu erlauben zu träumen und groß zu denken und dann hast du die Disziplin und denk an Dirk Nowitzki das ist jetzt ein ganz großes Beispiel dann hast du die Disziplin jeden Tag 10 Minuten zu arbeiten oder natürlich auch länger manchmal wenn du im Sport gut werden willst du wirst merken wenn du auf deine Stärken gehst die Grafik die wir hier eben gemacht haben du kannst so viel aus deinem Leben machen wirklich so so viel und lass immer positive Gedanken in deinem Kopf weil das ist so wichtig eine ganz tolle Stunde wenn wir in Kontakt bleiben wollen wir können das auf Instagram machen auf Facebook wir haben eben über Meditation gesprochen wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit dafür weil jetzt kommt Tobi gleich rein du findest auf meinem YouTube Kanal ganz viele Meditationen die dich in die Ruhe bringen wenn du gestresst bist auf Instagram Gedanken positive Gedanken vielleicht magst du es ja mal ausprobieren was machen positive Gedanken mit dir wenn du nur den vier die heute morgen hier mit dir arbeiten auf Instagram folgst und schaffst mal jeden Tag was sie so schreiben wirst du merken wir haben immer die Wahl denken wir positiv oder negativ und vielleicht wenn du die Schule ist da und die Schule ist die Grundlage fürs Leben und wenn du das aus deinem Leben machen möchtest was du willst mach jeden Tag eine halbe Stunde Persönlichkeitsentwicklung du kannst Podcasts hören du kannst auf YouTube dir tolle aufbauende Videos angucken was du aus deinem Leben machst die Möglichkeiten sind so unendlich und die Chancen sind da diese Chancen gab es vor 15 die werden sagen sie hatten keinen anderen Zugang als das was die Lehre gesagt haben du kannst es heute auf die richtige Art kannst du es selber im Internet machen und das ist die die riesen Chance so jetzt schaue ich gerade einmal noch habt ihr den Bildschirm gerade gesehen stoppen so weg gehe ich nochmal hier raus und dann sehen wir uns wieder so und jetzt wieder stoppen so hier haben wir uns wieder und jetzt schaue ich noch einmal in den Chat rein ja vielleicht noch ein paar Dinge vier Gedanken zum Abschluss aufbauende Gedanken die heute für junge Menschen vielleicht wichtig sind Erster Gedanke lass dich von Erwachsenen führen wenn es um so Dinge geht wie diszipliniert zu sein doch vertraue Erwachsenen nicht zu sehr wenn es darum geht wie du deine Zukunft aufbauen sollst und dein Leben führen sollst weil die Welt wird sich sehr ändern und wandeln und ihr habt viele Möglichkeiten ihr Zugang zu vielen Informationen und das ist der zweite Tipp den ich euch mitgeben möchte die Kunst in eurem Alter ist zu lernen zu unterscheiden welche Informationen sind hilfreich für dich und welche Informationen sind nicht hilfreich für dich und auch hier hör wieder auf dein Herz wenn dir Informationen nicht gut tun dann konsumiere sie nicht mehr das gilt zum Beispiel auch wenn du zwei Stunden vor Netflix sitzt und merkst wie dein Kopf immer müder und tauber wird hör auf damit du hast heute Zugang übers Internet über alle hilfreichen Informationen die Kunst ist selber zu lernen welche helfen dir und welche nicht und liebe Eltern vielleicht können wir unsere Kinder begleiten dabei das zu lernen anstatt ihnen Dinge zu verbieten Tobi zwei Minuten noch dann übergebe ich dir Sache Nummer drei ihr lieben das Leben verändert sich bleib ein lebenslanger Lerner rede mit vielleicht mal mit deinen Eltern auch für meine Generation gilt noch unser Leben hat immer zwei Abschnitte und zwar den Abschnitt wo wir was gelernt haben und wo wir etwas aus uns machen sollten über die Schule und über das Studium und dann kam der Beruf und Lehrer an die sind Lehrer oder Piloten oder Ärzte das wird sich wahrscheinlich wahnsinnig ändern es kann sein dass du in deinem Leben vier fünf unterschiedliche Berufe hast weil die Welt sich so schnell ändert und das ist nichts schlechtes doch die Kunst heutzutage ist hab immer einen offenen Geist und sei immer bereit zu lernen so und der letzte Gedanke das ist die Technologie mit der heute gearbeitet wird stell dir bitte jeden Tag eine Frage nutzt du diese Technologie zu deinem Vorteil oder bist du Sklave von dieser Technologie weil nichts ist gut noch schlecht du hast die Wahl ob du das hier für dich nutzt und es ausschaltest wenn es zu viel wird und du dir die Informationen holst die dir wirklich weiterhelfen oder ob du Sklave davon bist weil du die ganze Zeit an WhatsApp oder TikTok oder was auch immer hängst und der weise Jugendliche nutzt das zu seinem Vorteil nicht zu seinem Nachteil ja ich freue mich wenn wir uns in Kontakt bleiben YouTube Instagram schreib mir gerne wenn du in der Live School dabei warst wir werden auf jeden Kommentar heute antworten danke dass du hier die Stunde dabei warst und Tobi ich sehe der wunderbare Tobi ist schon drinnen hi Tobi good morning in the morning der Erdkunde Lehrer ist da wahnsinn wir sind bei mittlerweile fast 5500 im Livestream unglaublich 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 erst mal Christian mega mega Job meine kleine Tochter und mein kleiner Sohn saßen die ganze Zeit unten vor dem iPhone von Rita haben sich auf die Schulter geklopft und haben Mama und Papa gesagt dass sie gut sind wie sie sind es war so toll danke 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 Ja Tobi bevor ich dich vorstelle mag es in zwei Sätzen danke dir ganz kurz einen Ausblick geben was es jetzt bei dir gibt in der Stunde Ja jetzt gibt es sogenannten Real Talk also ich war ja glaube ich der schlechteste Schüler von uns allen hier ich bin aus zehn Schulen geflogen und dann gab es ein paar Menschen in meinem Leben die haben mir richtig auf den Zahn gefühlt die haben mir richtig in den Allerwertesten getreten und da werde ich ein bisschen was mitgeben versuchen was sind diese Regeln die ich gelernt habe von den ganz ganz großen die mittlerweile super erfolgreich sind und da werden wir gleich drüber reden wir werden über das Wort Ehre reden was das bedeutet wir werden darüber sprechen was es bedeutet 100% zu geben und nicht 99% und ich habe richtig Bock Ja cool also ihr Lieben ich darf euch vorstellen Tobi Beck ist ein wunderbarer Freund und Kollege von mir der auch einen tollen Podcast hat ihr findet ihn auch auf Instagram überall in Social Media auch auf YouTube und er macht ganz ganz tolle Seminare auch Persönlichkeitsentwicklungsseminare und wir kennen uns jetzt schon sehr sehr lange und arbeiten sehr sehr gerne zusammen und Tobi du hattest ja auch ursprünglich die Idee und übrigens eine Sache noch bevor ich übergebe Tobi das ist bestimmt in deinem Sinn wenn euch das hier gefällt die Life School haut mal ganz viele Herzen in die Kommentare weil dann kann es sein dass wir eine Fortsetzung von dem Ganzen machen und das Ganze weitergeht in zwei Wochen Tobi ich wünsche dir jetzt hier ganz ganz viel Spaß mit der Gruppe genieß es ich danke dir wie sind die Leute drauf Christian sind das 100% Menschen was ist da los was fühlst du sehr sehr gut wobei ich nicht so viele so viel in die Kommentare geschaut habe weil es so in Flow war so aus dem Gefühl gesprochen habe aber wir haben heute morgen mit 1000 angefangen und sind jetzt bei 5400 also das ist schon echt Wahnsinn schau mal Tobi jetzt fliegen die Herzen ich glaube lasst die Herzen fliegen wenn ihr eine Fortsetzung wollt und Tobi ich ich wünsche dir ganz ganz viel Spaß sag mir einmal dass ich jetzt nichts falsch mache wo klicke ich dann jetzt drauf das Meeting verlassen Professor Dr. Bischof gut Tobi gerne bleiben ich mache also mit dir zusammen als Lehrerteam in einer Klasse das wäre natürlich was das machen wir mal live ja ich darf aber jetzt nicht auf Meeting beenden unten klicken oder nee nur das Meeting verlassen glaube ich du darfst das Meeting verlassen sonst gleich alles weg so Christian ist jetzt schon mal stumm geschaltet und ich sage euch allen ein good morning in the morning ich freue mich sehr dass ihr da seid und egal ob ihr gerade sitzt oder steht ihr lieben seid so gut und gebt einmal einen Applaus an die beiden Sprecher die vorher dran waren Laura Seiler und Christian Bischof bitte einmal einen Applaus an die beiden und ich sehe schon eine ganze Menge Herzchen hier in diesem Chat 5506 jugendliche Lieder Superstars hier dabei und ich möchte dir erstmal meinen Hut ziehen weil hier sind heute nur Jugendliche dabei die etwas in ihrem Leben erreichen wollen und woher weiß ich das ich weiß das deshalb weil sonst wärst du nicht hier in diesem live in dieser live school dabei 5511 Menschen die für unsere Welt für deine Stadt für deine Familie wirklich etwas reißen werden und eine Sache möchte ich dir direkt mitgeben für die nächste Stunde mit uns beiden wir werden mit sehr viel Energie arbeiten Energie bedeutet ich werde zwischendurch dich Sachen machen lassen ich werde vielleicht meine Sätze mal nicht zu Ende sprechen dann kannst du die vervollständigen weil ich habe eine Sache gelernt in den letzten 20 Jahren bei mir Energie ist viel wichtiger als Intelligenz Intelligenz ist super und das ist toll wenn du gute Noten schreibst aber Energie ist viel viel wichtiger und jetzt schaue ich mal kurz hier in den Chat rein was ist so wichtig schreib mal Energie ihr seht jetzt gerade jetzt seht ihr glaube ich nur noch mich jetzt können wir weitermachen gemeinsam unsere nächste Stunde wie gesagt ich bin euer Erdkundelehrer ich bin der Tobi wahrscheinlich bin ich der schlechteste Erdkundelehrer der Welt warum weil ich aus zehn verschiedenen Schulen rausgeflogen bin ich bin aus der Grundschule geflogen ich bin aus dem Gymnasium geflogen ich bin aus noch einem Gymnasium geflogen ich war einfach ein richtig schlechter Schüler und was ich euch jetzt schon sagen kann ist dass sehr sehr viele Menschen die ich von denen ich erzählen werde die meinen Weg begleitet haben die haben mir immer gesagt Energie ist wichtiger als intelligent aber bevor wir anfangen möchte ich dir einen Satz sagen und zwar du bist ein Superstar warum weiß ich dass du ein Superstar bist weil ich jetzt schon weiß rein statistisch das bedeutet wenn ich mir die Zahl der Menschen angucke die hier drin sind 5400 Schüler wisst ihr eigentlich dass hier von diesen 5400 gibt es einige unter euch die werden richtig berühmt werden es gibt einige hier die werden Bücher schreiben es gibt einige die werden Schauspieler werden hier sind Ärzte und hier sind nur Menschen die im Leben etwas erreichen wollen und wenn das bei dir so ist dann gibt dann ein self high five ein eigenes high five das mache ich immer wenn ich müde bin wenn ich nicht mehr kann um mehr Energie zu bekommen mache ich immer ein self high five wenn es kein anderer macht und damit das funktioniert zwischen uns beiden in der nächsten Stunde möchte ich gerne mit einem Begriff mit euch beginnen und dieser Begriff habe ich gerade schon gesagt der eine ist Energie und der andere Begriff mit dem ich euch gerne heute in diese Stunde rein nehmen möchte ist der Begriff Honor und Honor ist das englische Wort für Ehre und Ehre ist etwas ganz anderes als eine Regel und immer wenn ich jetzt das Wort Honor sage dann sagt ihr bitte laut Respect wenn ich sage Honor sagt ihr Respect wenn ich sage Honor sagt ihr Respect ich probiere das mal oder ihr schreibt das rein Honor Respect Honor Respect Honor und du darfst das auch laut sagen Respect und jetzt sag mal bitte laut zu dir ich bin ein Superstar ich bin ein Superstar und warum ist das so wichtig ihr Lieben jetzt werden wir mal ein bisschen ernster für ein paar Minuten wisst ihr gerade seid ihr alle zu Hause wir haben uns das ja nicht ausgesucht sondern die Welt ist gerade in einer Krise und ich weiß nicht wie es dir gerade geht einige von euch würden gerne lieber in der Schule sein Honor Respect sehr gut hast du das gemacht wir probieren das nochmal Honor Respect Wir sind gerade in einer Krise und einige von euch werden gerade merken ich wäre vielleicht lieber in der Schule andere finden das richtig cool zu Hause zu sein und wenn ihr mich fragt sind wir gerade auch zu Hause weil wir unsere Welt in den letzten Jahren nicht immer respektvoll behandelt haben und wir haben auch nicht unsere Eltern immer respektvoll behandelt und wir haben auch einige Mitschüler nicht immer respektvoll behandelt und wir haben vielleicht unser eigenes Leben nicht immer respektvoll behandelt und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl ich weiß nicht wie es bei euch ist ich habe so ein bisschen das Gefühl wir sind jetzt gerade zu Hause um über ein paar Dinge nachzudenken hier schreiben so viele gerade Respekt rein vielen 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 Dank dafür Honor Respect weil Respekt ist das wichtigste der wichtigste Wert den wir haben Honor heißt wir haben gesagt es gibt Honor das ist die Ehre und dann gibt es das Wort Respect und wenn wir in Ehre sind wenn wir etwas verehren wie unsere Welt dann dürfen wir lernen auf diese Welt zu achten und wir du und ich wenn wir hier rauskommen wenn wir aus dieser Quarantäne rauskommen wenn wir wieder das Haus verlassen dann dann passen wir gemeinsam auf die Erde auf ja oder ja wir beide du und ich wir passen gemeinsam auf unsere Erde auf und jetzt habe ich euch ein paar Dinge mitgebracht ihr lieben könnt ihr mich gut hören und gut sehen alle schreiben Respekt wunderbar es kommt immer auf viel Energie an und wenn ich sage Honor sagt ihr Respekt weil wir lernen dürfen uns das habt ihr gerade bei Christian so toll gelernt und bei Laura wir dürfen lernen uns zu respektieren genau so wie wir macht ihr bitte den Satz zu Ende wir dürfen uns respektieren genau so wie wir schreib's sind genau richtig wir dürfen uns so respektieren genau so wie wir sind wir sind einfach wie wir sind Dankeschön und das hat mit Respekt zu tun Honor Respect und wisst ihr wir kommen alle nackt unsicher auf die Welt wir waren alle kleine schreiende schrumpelige Babys übrigens auch die coolen in der Schule übrigens auch die Lehrer in der Schule waren irgendwann mal kleine schrumpelige Babys und aus diesen kleinen schrumpeligen schreienden Babys die nur eine Sache vom Leben wollen Honor Respect die wollen respektiert werden die wollen Aufmerksamkeit haben die wollen gefüttert werden die wollen gekuschelt werden aus diesen kleinen Babys sind irgendwann Erwachsene geworden oder Jugendliche geworden die Jugendlichen auf dem Schulhof die groß sind die manchmal auch Dinge sagen die nicht so cool sind Lehrer coole Lehrer blöde Lehrer aus diesen kleinen Babys sind die irgendwann mal geworden und ich möchte euch jetzt ein bisschen was über mich erzählen zumindest euch kurz sagen wie meine Reise gewesen ist vielleicht gibt es dem einen oder anderen von euch ein wenig Drive und Energie Honor Respect ich danke dir und immer wenn ich das sage bitte ich dich das laut mitzusprechen also wir haben jetzt schon ein paar Dinge gelernt wen dürfen wir im Leben am meisten respektieren uns selber mich gut hast du das gemacht wem gebührt noch Respekt sehr gut der Familie deinen Eltern und der ganzen Welt wir müssen lernen die Welt die Welt als Ganzes meine Stadt meine Familie meine Geschwister wenn du welche hast meine Eltern und mich zu respektieren weil wenn ich das mache dann ergeben sich einige der anderen Probleme ganz von alleine also ich bin als ich drei Jahre alt gewesen bin aus dem Kindergarten rausgeflogen ich habe euch gerade gesagt ich bin von zehn Schulen geflogen ich hatte wahnsinnige Angst vor Prüfungen in der Schule ich habe mich vor Klausur wie viele von euch war von einer Klausur oder von einer Arbeit in der Schule schon mal schlecht schreib mal ob dir schon mal schlecht war ob dir schon mal richtig schlecht gewesen ist das ist dieses Gefühl was so von unten hochkommt und du denkst jetzt kommt eine Prüfung mir war immer schlecht vor arbeiten ich musste mich teilweise erbrechen und ich wurde in der Schule auch von anderen als ich jünger war sehr oft ausgelacht weil du musst dir vorstellen ich hatte eine Brille auf mit fünf Dioptrien ich sah aus wie so eine Biene und hatte so riesen Augen da drin da konnte man wenn man meine Brille genommen hat für Chemie Experimente dann konnte man Feuer damit machen und ein Auge war abgeklebt bei mir das hat man damals so gemacht und so bin ich in die Schule gegangen und die anderen haben über mich gelacht Honor Respect weil jetzt hör mir gut zu wenn du dich über andere lustig machst machen andere sich über wen lustig über dich weil wir in einer es gibt ein paar universelle Gesetze und eingesetzt ist zum Beispiel dass wenn du hinterm Rücken mit jemandem über jemanden lästerst lästert diese Person hinter deinem Rücken über wen über dich Honor Respect und es geht immer nur um Respekt Respekt dir gegenüber deinen Eltern gegenüber deiner Stadt gegenüber der Welt gegenüber dass wir lernen Respekt zu haben und dazu erzähle ich euch gleich noch eine Geschichte ich habe dann als ich zwölf Jahre alt gewesen bin eine Lernbehinderung bekommen ich habe ein Blatt Papier bekommen auf dem Stand dass ich dumm bin und ich habe dann so ein paar Prüfungen gemacht an der Schule ich bin überall durchgefallen und irgendwann hatte ich dieses Blatt Papier wo drauf steht ich bin dumm und wenn du von dir selber glaubst du bist dumm dann hast du den Respekt dir gegenüber was verloren ich mir gegenüber damals verloren ich hatte null von dem was Laura euch vorhin mitgegeben hat ich hatte keine Selbstliebe ich habe mich nicht toll gefunden ich habe mich überhaupt nicht toll gefunden ich habe mich versteckt und mir war jeden Tag bevor ich in die Schule gegangen bin war mir einfach nur schlecht Honor Respect und dann kamen einige Lehrer auf mich zu und ich möchte euch gerne die Geschichte von meinem Mathe Lehrer erzählen aus der sechsten Klasse du musst dir vorstellen ich hatte in Mathe keine fünf sondern ich hatte in Mathe eine sechs und ich hatte in Mathe eine sechs eine Arbeit nach der anderen eine mündliche Prüfung nach der anderen ich hatte immer eine sechs und ich kann mich daran erinnern dass meine Mama die ich über alles liebe wer von euch der hier zuhört liebt seine Mama und seinen Papa und seine Familie über alles schreibt mal das Wort ich schreibt mal ich hier rein wer von euch hier in diesem Chat von 5364 Menschen liebt seine Mama und seinen Papa und seine Familie wenn du Geschwister hast die Geschwister über alles schreibt mal bitte ich und auch deiner Familie deiner Mama deinem Papa gegenüber brauchst du eine Menge was Honor Respect sehr gut und dieser Lehrer von dem ich euch jetzt erzähle danke schön lieber Tobi danke liebe Susi danke liebe Diana ich kann alles sehen was ihr schreibt und wenn wenn ihr eure Eltern liebt wenn ihr eure Geschwister wirklich liebt wenn das hier heute vorbei ist diese Life School bitte 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 geht zu deinen Geschwistern geht zu deiner Mama zu deinem Papa nimm sie in den Arm und sagst ich hab dich lieb ich liebe dich weil deine Mama dein Papa deine Geschwister waren auch nur kleine schrumpelige Babys die jetzt irgendwie größer geworden sind aber alle wollen Liebe und was wollen die Honor Respect sehr gut und jetzt möchte ich dir gerne eine Geschichte erzählen als ich damals mit meiner Mama zu diesem Lehrer gegangen bin zum Eltern Sprechtag wovor ich schon zwei Tage vorher Angst hatte müsst ihr euch jetzt meinen Mathelehrer vorstellen mein Mathelehrer war ungefähr 1,50 Meter groß war Kettenraucher und hat immer einen grauen Anzug gehabt mit einem vergilbten gelben Hemd und das Hemd hat er immer ganz weit aufgeknöpft und man konnte dort so ein großes Kreuz sehen also so fast wie ein lebendiger Jesus da dran das hat er da immer dran gehängt gehabt und anstatt dass er respektvoll mit seinen Schülern umgeht hat er uns immer angeschrien und er hat mich immer an die Tafel geholt um mich fortzuführen er hatte mir gegenüber und seinen Schülern gegenüber überhaupt keinen Respekt gar keinen wir ihm gegenüber auch nicht weil wir in einem Universum leben wo es immer um geben und nehmen geht honor respect dankeschön und ich gehe mit meiner mama zu diesem eltern sprechtag ich erinnere mich daran dass her hillebrand so hieß er jetzt habe ich den namen gesagt aber das ist schon sehr sehr lange her sitzt an diesem pult steht auf begrüßt meine mutter ignoriert mich und sagt dann einen satz den ich in meinem ganzen leben nicht vergessen werde er bleibt stehen guckt meine mutter an und sagt wenn ihr so ein ganz ganz großes glück hat kann er eines tages bei mir zu hause den müll abholen ich werde alles dafür tun dass dieser junge an dieser schule kein abitur macht der ist dumm der kann nichts und dieser satz hat mir so lange so weh getan und ich hatte damals die Kraft nicht an mich zu glauben deshalb möchte ich dir jetzt hier mitgeben wenn du hier zuhörst jeder einzelne von euch hier in unserer liveschool 5357 Menschen du bist wertvoll du bist großartig du bist ein Superstar und nur weil ein Mensch zu dir etwas Negatives sagst nur weil ein Mensch zu dir irgendetwas Blödes gesagt hat dann ist das sein Problem aber nicht dein Problem wenn dir irgendjemand etwas Negatives sagt dann muss er oder sie die Scheiße erstmal anfassen die ganze negative Energie und du entscheidest ob du das für dich auffängst oder nicht Honor Respect es geht im Leben immer um Respekt Respekt dir gegenüber Respekt allen Dingen gegenüber in deiner Umgebung Respekt Familie gegenüber die du schützen darfst Respekt deiner Stadt deinem Land gegenüber Respekt der Welt gegenüber und ja wir erleben gerade eine Welt die böse ist die hat uns diesen Virus geschickt ich habe keine Ahnung wo der herkommt aber wir sind gerade dabei uns die Welt neu zu machen wir sind dabei zu erkennen was wir wollen und was wir nicht wollen wisst ihr ich habe mich in der Schule über immer ich habe mir in der Schule immer Gedanken gemacht wie kann ich eines Tages in meinem Leben überhaupt selbstbewusst sein wie kann ich erfolgreich sein im Leben und dann habe ich Erwachsene beobachtet ich weiß nicht ob dir das schon mal aufgefallen ist dass viele Erwachsene gar nicht fröhlich sind wie vielen von euch ist schon mal aufgefallen schreibt mir mal ob ob ich Recht habe schreibt mir mal ja oder ja oder ob dir das auch aufgefallen ist dass viele Erwachsene immer nur auf Kommando fröhlich sind weil dann Karneval ist weil dann Fußball ist weil dann Party ist und jugendliche Menschen danke dass ihr so viele reinschreibt so viele Jugendliche in deinem Alter du darfst einfach fröhlich sein weil du hier auf der Welt bist du bist perfekt so wie du bist sag das bitte laut nach ich bin perfekt so wie ich bin sag laut in mir steckt etwas großartiges und gib dir ein self high five wenn niemand an dich glaubt dann gibst du dir ein self high five wenn dir niemand ein high five gibt wie damals mein Lehrer dann gibst du dir ein self high five honor respect und ich möchte dir jetzt ein paar Dinge mitgeben die wichtig sind für dein Leben für die nächsten jahre weil jetzt habe ich die nächste frage die direkt für euch elementar wichtig ist und jetzt bin ich mal gespannt was ihr schreibt wie vielen von euch ist es denn wichtig dass deine Eltern und deine Familie stolz auf dich sind schreib das mal hier rein schreib mal ob du möchtest dass deine Familie und deine Eltern stolz auf dich sind schreib mal kurz rein Dankeschön so viele schreiben ja meine Familie Dankeschön genau es geht nämlich auch dort um Respekt deine Eltern haben dich auf diese Welt gebracht damit du das Beste das was das Beste sag laut das Beste aus dir heraus bringen kannst und wenn du das Beste aus dir herausholen kannst dann ist es ganz ganz wichtig dass du alle anderen darin übertriffst der Beste die Beste Version deiner selbst zu sein es geht also nicht darum mit anderen im Wettbewerb zu gehen sondern es geht darum aus dir selbst das Beste rauszuholen und Christian Bischof hat das so schön vorhin gesagt der tolle Christian er hat gesagt es ist so wichtig worauf du achtest was konsumierst du in den Social Media weißt du was das meist angeklickteste YouTube Video ist schreib mal rein was glaubst du gucken die meisten Menschen bei YouTube schreib das mal rein ich bin mal gespannt was du jetzt schreibst was schauen die meisten Menschen in ihrer Freizeit bei YouTube an und zwar Jugendliche und Erwachsene schreib es mal rein ich bin mal gespannt was du schreibst jetzt bin ich gespannt das steckt ganz tief drin in mir ja aber schreib mal was glaubst du was gucken die meisten bei YouTube an ich bin immer gespannt was da kommt schon Katzenvideos die meisten gucken Katzenvideos und wenn du Katzenvideos guckst was passiert mit deinem Kopf du verblödest du wenn du Katzenvideos guckst was bringt dir das wenn du guckst dass eine Katze durch eine Klappe läuft Musik Katzenvideos Musikvideos negative Dinge irgendwelche negativen Texte das macht dein Gehirn durcheinander wisst ihr was das neue cool ist wisst ihr was es bedeutet cool zu sein deine Familie stolz zu machen gebildet zu sein sich benehmen zu können ich weiß dass das uncool ist ich weiß dass das ätzend ist aber das ist später in deinem Leben wichtig dass du anfängst eine Sache in deinem Leben zu finden und da kommen wir gleich noch hin weil du wenn du mir hier jetzt zuhörst hör mir jetzt genau zu genau du bist ein Superstar und du kannst eine Sache richtig gut du kannst eine Sache besser als jeder andere von diesen 5285 Menschen hier in diesem Call da kannst du eine Sache besser als alle anderen zusammen und deshalb bist du hier auf diese Welt gekommen und bevor wir darüber reden wie du das raus kitzeln kannst was du da gefunden was da in dir steckt was du da finden kannst möchte ich gerne mit dir über etwas sprechen und zwar die drei Schritte die ich glaube die dir ein bisschen helfen für dich deine Zukunft ein bisschen einfacher zu gestalten seid ihr noch da Honor Respect Wer sagt es laut Respect Wer ist ein Superstar sag ich bin ein Superstar und Arme dabei hoch gibst dir ein Self High Five warum ist das so wichtig warum mache ich das mit dieser hohen Energie die ganze Zeit weil Energie ist wichtiger als Intelligenz währenddessen die intelligenten denken stürmen die Dummen die Burg währenddessen die Intelligenten die ganze Zeit nachdenken haben die anderen schon Dinge fertig ja oder ja richtig oder richtig Intelligenz ist wichtig aber Energie ist genauso wichtig und die Kombination aus den beiden Dingen ist Magie Honor Respect und jetzt möchte ich dich etwas fragen welche Frage wird dir im Leben jeden Tag am häufigsten gestellt ich warte jetzt so lange hier in dem Chat bis du mir das beantwortet hast welche Frage wird dir in deinem Leben am häufigsten gestellt ich bin mal gespannt was du reinschreibst jetzt warte ich mal einen Moment ja ja Respect Gang Gang Style genau Respect was ist die Frage die dir in deinem Leben am häufigsten gestellt wird was fragen dich Leute die ganze Zeit bin gespannt was du jetzt schreibst ja jeder ist ein Superstar jeder ist ein Superstar ich 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 was schreiben dir wie geht es dir sehr gut es schreiben so viele schon wie war die Schule hast du Hunger bist du genug nein die fragen dich alle wie geht es dir und jetzt hör mir genau zu jetzt hör mir gut zu genauso wie andere Menschen und du dein Gehirn negativ programmieren kannst auf Katzenbilder auf Katzenvideos auf irgendwelche Dinge die du nicht haben willst kannst du dein Gehirn auch positiv programmieren und jetzt hör mir gut zu wenn dir diese Frage wie geht es dir so häufig gestellt wird wie lautet die Frage wie geht es dir normalerweise im Durchschnitt stellen uns andere in der Schule die Frage am Tag so fünfmal sechsmal zehnmal wenn ihr schon richtig viele Menschen in eurem Umfeld habt dann vielleicht 50 70 80 mal und was ist denn die Antwort was die meisten Menschen sagen wenn jemand gefragt wird wie geht es dir schreib mal rein was schreiben die Leute was sagen die Leute wenn wir in Deutschland gefragt werden wie geht es dir ich will es dir sagen du kannst aber auch reinschreiben die Leute sagen ja muss ja oder ja ja schlechten Menschen geht es immer gut man schlägt sich so durch what up digger das ist das was die Leute antworten ja Bruder was geht alles kacke oder irgendwas was negativ ist aber du du bist ja ein Superstar richtig wer ist ein Superstar du bist ein Superstar Honor Respect Respect deinem Gehirn gegenüber und weil du deinem Hirn gegenüber Respekt hast sagst du ab heute wenn dich jemand fragt wie geht es dir mir geht es großartig fantastisch phänomenal und du sagst immer was ganz Positives und reißt dabei deine Arme hoch oder oder schnippst oder machst ein Self High Five warum die Leute denken du bist bekloppt mach aber nichts wenn andere denken du bist bekloppt bei mir denken alle ich bin bekloppt ist nicht schlimm kann ich dir sagen ist irgendwann im Leben vollkommen egal weil mir hat einer meiner großen Mentoren mal gesagt Tobi Fische die tot sind die schwimmen mit dem Strom also ein Fluss der geht ja immer in eine Richtung und die toten Fische die schwimmen mit dem Fluss und werden irgendwann ins Meer geführt ins Meer gespült die agilen Fische die schnellen Fische die cleveren Fische die Fische die nach vorne kommen die schwimmen immer was sag es laut gegen den Strom richtig und du bist gut so wie du bist honor respect das heißt was antwortest du in Zukunft darauf wenn andere Menschen dir dich fragen wie geht es dir dann sagst du mir geht es wunderbar großartig und ich will euch sagen mir ging es in meiner Vergangenheit ganz oft gar nicht großartig und ich möchte die letzte halbe Stunde die wir jetzt gemeinsam haben nachdem wir die Energie aufgebaut haben hier in diesem Chor mit 5200 Menschen ist die Energie gerade hoch oder ist sie unten schreib mal rein wenn du in dieses Körpergefühl gehst ich bin ein Superstar ist die Energie oben oder unten wird es dir dann leichter fallen eine Klausur zu schreiben oder wird es dir schwerer fallen eine Klausur zu schreiben leichter logisch aber weißt du als ich damals in der Schule gewesen bin und der Hillebrandt mir gesagt hat dass ich bei ihm irgendwann mal zu Hause was abholen kann jetzt bin ich mal gespannt ob du zugehört hast was hat Herr Hillebrandt zu mir gesagt was kann ich bei ihm zu Hause weg nehmen ich bin gespannt ich bin gespannt ob du daran erinnern kannst was hat Herr Hillebrandt der mir eine 6 gegeben hat gesagt was ich bei ihm zu Hause abholen kann ich bin gespannt was du sagst ich bin gespannt ob ich Selbstbewusstsein war so weit unten und dann habe ich eine Lehrerin getroffen die war anders als alle anderen Lehrerinnen und dazu muss ich dir noch eine Geschichte erzählen weißt du jeder von uns du und ich wir haben auch eine Menge Probleme in unserem Leben gerade hat die Welt ein riesiges Problem weil wir wahrscheinlich nicht genug Respekt ihr gegenüber hatten aber auch du und ich danke den Müll hat Herr Hillebrand gesagt danke dass sie im Chat so mitschreibt finde ich super und weißt du jeder einzelne von uns hat auch Probleme im Leben und mein größtes Problem in der Schule war dass ich nicht nur so schlecht in der Schule gewesen bin sondern auch noch mit meinen Eltern in einer Art Kirche gewesen bin in einer das Ganze nennt man eine Sekte wo Menschen nicht mehr machen durften was sie wirklich wollten sondern was andere Menschen gesagt haben das können dir deine Eltern vielleicht im Nachgang noch mal erklären was das bedeutet aber ich will dir nur kurz sagen was es mit mir gemacht hat ich durfte mir als ich so alt war wie du meine Freunde nicht selber aussuchen mir wurden damals Freunde zugewiesen ich durfte kein Fernsehen schauen ich durfte keine Zeitungen lesen Internet gab's ja nicht ich durfte keine Informationen von außen bekommen und vor allem durfte ich meine eigene Meinung nicht laut sagen und immer dann wenn ich etwas falsch gemacht habe immer dann wenn ich etwas gemacht habe was diese Gemeinde in der ich gewesen bin als Junge nicht gut gefunden hat dann wurde ich dafür bestraft unter anderem wurde ich auf einen Stuhl gesetzt und über 500 Menschen sind aufgestanden und haben als ich so 14 13 14 Jahre alt gewesen bin auf mich eingeschrien die haben genau das Gegenteil gesagt die haben gesagt das ist alles schlecht was ich mache die haben gesagt dass ich kein guter Mensch bin und mein Gehirn mein Selbstrespekt war so kaputt in dieser Zeit und so bin ich auch in die Schule gegangen das heißt ich hatte so viele Probleme ich war schlecht in der Schule jetzt war ich auch noch in dieser Gemeinde durfte mir Freunde nicht selber aussuchen durfte kein Fernsehen gucken durfte wurde und wenn ich mal etwas falsch gemacht habe wenn ich also damals für die Gemeinde falsch wenn ich mal Fernsehen geguckt habe oder so wurde ich dafür immer bestraft und jetzt musst du dir vorstellen ich glaube daran dass unsere Vergangenheit das was uns im Leben passiert ist immer dafür da um uns stark zu machen das ist dafür da um uns stark zu machen honor respect es ist dafür da uns größer und kräftiger zu machen und stärker zu machen und ich kann mich erinnern dass ich dann wieder die Schule gewechselt habe und jetzt kommt eine Geschichte die ich dir gerne erzählen möchte und ich bin in eine Klasse reingekommen du musst dir vorstellen mein eines Auge war abgeklebt mein anderes mit der dicken Brille und vorne saß eine Lehrerin und sie hat gefragt ich habe sie vorher noch nie gesehen und die ganze Klasse habe ich noch nie gesehen und sie haben mich angeguckt und gesagt die Lehrerin hat gesagt wer bist du und dann habe ich gesagt ich bin der Tobi ich bin dumm und dann hat die Lehrerin mich angeguckt und hat gesagt wer hat dir das gesagt und dann habe ich zu der Lehrerin gesagt alle haben mir das bisher gesagt und in dem Moment habe ich versucht meine Tränen runter zu schlucken und bin hart geworden und habe gesagt alle haben bisher gesagt ich bin dumm auf jeder Schule wo ich war haben alle gesagt ich bin dumm und dann habe ich mein letztes Zeugnis rausgenommen und diese Lernbehinderung die ich hatte habe ihr das auf das Pult gelegt und diese Lehrerin hat in meinem Leben alles verändert sie hat mich in dem Moment angeguckt die 30 anderen Schüler in der Klasse gucken mich auch an und sie hat zu mir einen Satz gesagt den ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen werde und den möchte ich dir mitgeben genau dir sie hat damals zu mir gesagt wie heißt du ich habe gesagt ich bin der Tobi sie hat damals zu mir gesagt Tobi weißt du was ich sehe etwas in dir ich sehe etwas so großartiges in dir ich sehe ein leuchten in dir es ist vielleicht ein bisschen vergraben wie eine Flamme die nicht genug Sauerstoff bekommt aber ich sehe etwas in dir und dann hat sie gesagt ich werde mich jetzt jeden Tag nach der Schule für zwei bis drei Stunden mit dir hinsetzen damit du zumindest einen Abschluss auf dieser Schule machen kannst wisst ihr ich war irgendwann und es ist mir im Nachgang peinlich darüber zu reden aber ich möchte es gerne mit dir teilen ich war irgendwann mal in einem Sonderschulkurs einer Gesamtschule ich war in einem Kurs wo Leute waren die wirklich gar nichts konnten und diese Lehrerin hat zu mir gesagt ich sehe etwas in dir diese Lehrerin hat etwas in mir gesehen was ich nicht in mir gesehen habe und jetzt möchte ich dir etwas sagen genau dir du bist wundervoll in dir steckt etwas großartiges in dir steckt etwas so gigantisches du bist ein Superstar Honor Respect sagt das laut ich bin ein Superstar sehr gut du bist ein Superstar und ich habe das damals alles nicht geglaubt aber diese Lehrerin hat mir die Kraft zurückgegeben sie hat sich jeden Tag mit mir hingesetzt und ich bin von der 6 im Sonderschulkurs auf die 5 auf die 4 gegangen wurde dann in den Hauptschulkurs also aus dem Förderkurs raus in die Hauptschulklasse dann in die Realschulklasse ich Lehrerin zu mir gesagt hat ich sehe etwas in dir und die Menschen in deinem Umfeld deine Eltern deine Geschwister deine Freunde die sehen etwas in dir weil du großartig bist weil du ein Geschenk für die Welt bist wie Laura sagt du kannst das wenn ich das kann kannst du das wenn Christian und Laura und ich das können dann schaffst du das auch ich sehe etwas in dir und warum gucke ich mir das hier überhaupt an ich glaube dass du einen ganz besonderen Grund hast warum du dir das hier heute vier Stunden anguckst weißt du du könntest ja auch jetzt irgendwas anderes machen du bist jetzt hier schon seit mehreren Stunden dabei du könntest etwas ganz anderes machen aber weißt du was ich glaube warum du das hier gerade guckst weil ich glaube dass du Hunger auf Leben hast ich glaube dass deine Eltern deine Familie und deine Geschwister und du dass ihr etwas ganz besonderes seid und ihr habt Hunger auf Leben einige werden hier sein die sagen naja ich will mich mal inspirieren lassen ich will mal gucken was der Typ da so sagt der komische oder die komisch ich will mal gucken ich will mal hören was die so sagen und das stimmt nicht du bist lassen du fährst ja auch nicht zu McDonald's um dich inspirieren zu lassen von der Speisekarte sondern du fährst zu McDonald's weil du einen scheiß Hunger hast deine Eltern fahren auch nicht mit dem Auto zur Tankstelle oder von dem Angebot an Benzin die sind da weil der Tank leer ist und dein Tank ist so voll nach diesen vier Stunden dass du durchstarten kannst honor respect sag laut ich bin ein Superstar und einige von euch werden Superstars werden ich verspreche es euch du in dir steckt ein Leader ein Leader bedeutet jemand der für andere aufsteht also ich bin auf jeden Fall schon mal dein größter Fan ich bin dein größter Fan ich glaube an dich und wenn dir irgendjemand erzählen will dass in dir nicht das größte Wunder das größte Geschenk des Lebens steckt dann ist das Bull Chicago also eigentlich ist es Bullshit Bullshit heißt auf deutsch Bullenscheiße aber ich sage immer Bull Chicago wenn irgendjemand zu mir sagt du kannst was nicht du schaffst das nicht du bist zu groß zu klein zu dick zu dünn dann ist das was Bull kannst Chicago sagen oder Shit es ist einfach nur Bullshit Bull Chicago Respect Honor Honor Respect ich möchte dir jetzt etwas geben ich möchte dir jetzt ein Geschenk geben und ich möchte dass du mir jetzt für die letzten paar Minuten hier für die letzten 20 Minuten noch einmal ganz genau zuhörst und ich möchte dass du dein Herz dabei öffnest Honor Respect Respekt deinem Herzen gegenüber Respekt deinem Körper gegenüber Respekt deinen Freunden gegenüber deinem Land gegenüber der Welt gegenüber auf die wir aufpassen müssen gemeinsam die Welt ist ein besserer Ort weil du geboren wurdest sag das mal laut die Welt ist ein besserer Ort weil ich geboren wurde ich glaube so stark daran die Welt ist ein besserer Ort weil ich geboren wurde sag das laut Dankeschön die Welt ist ein besserer Ort weil du geboren wurdest und du brauchst nichts dafür zu tun um geliebt zu werden gar nichts du musst keine guten Noten schreiben du musst nicht gut im Sport sein du musst einfach nur dein Licht weiter leuchten lassen und ich weiß dass du das kannst ich weiß dass in dir so viel drin steckt und wenn das mal explodiert oder Respekt dann weiß ich dass du diese Welt aus den Angeln heben wirst weißt ich habe gelernt in den 20 Jahren wo ich mit Kindern und Erwachsenen arbeite dass diejenigen die viel Energie mit in einen Raum bringen das sind diejenigen nach denen irgendwann Statuen gebaut werden das sind die die wir irgendwann alle anschauen und sagen wow er oder sie hat es geschafft und du wirst das schaffen und und da wir jetzt die ganze Zeit über welches Wort geredet haben über welches Wort haben wir nochmal die ganze Zeit geredet sag es nochmal genau Respekt und deshalb möchte ich gerne mit euch kurz vor unserem Ende etwas mitgeben und zwar einen Ehrenkodex einen Ehrenkodex das bedeutet dass du dir selbst in deinem Leben ein paar Regeln gibst einen Ehrenregeln wir haben ja die ganze Zeit über Ehre und Respekt gesprochen und ich möchte als Regel Nummer eins für dich und dein Leben für unser Leben gemeinsam du und ich Honor Respekt dass du ab heute wie viel Prozent gibst wenn du irgendwas tust egal ob du ein Musikinstrument machst ob du Sport machst ob du mit deinen Eltern bist ob du in der Schule bist wie viel Prozent gibst du ab heute schreib mir das bitte in den Chat ich möchte sehen dass du verstanden hast was es bedeutet Respekt zu haben der Zeit gegenüber hier auf diesem Planeten mit den Menschen die keine Katzen Videos gucken bitte schreib die Zahl was ist die Zahl wie viel Prozent Energie bringst du irgendwo mit hin bitte schreib die Zahl wenn du etwas machst machst du mit wie viel Prozent 100 Prozent ab heute wie viele Tage im Jahr sagt die Zahl 365 Tage im Jahr wird es Tage geben wo es dir nicht gut geht oh ja mir ging es beschissen als Herr Hillebrand zu mir gesagt hat ich soll bei ihm den Müll raus bringen mir ging es beschissen als ich eine Schule nach der anderen gewechselt habe aber es gibt etwas wie Ehre und es gibt den Respekt dir gegenüber du gibst 100 Prozent jeden Tag und wenn dir irgendjemand etwas erzählen will wenn dir irgendjemand wenn in dir deine innere Stimme hochkommt da wird der Dr. Stefan Frederich derjenige der nach mir spricht gleich noch mit dir drüber sprechen und dir das beibringen ein großartiger Mann er wird über den inneren Schweinehund auch mit dir sprechen weißt du wenn diese Stimme kommt die dir etwas kaputt redet nicht von anderen Menschen sondern von dir selber wie viele von euch haben eine kleine Stimme im Kopf die dir manchmal komische Sachen sagt schreibt mal rein 1500% schreibt Max sehr sehr gut du gibst immer 100% Honor Respect Energie hoch 100% Energie 100% Fokus 100% und der zweite Schritt nach 100% ist no Bullshit erzähl dir selbst keinen Bullshit und lass dir von anderen Menschen keinen Bullshit erzählen bitte schreib rein was ist Regel Nummer 2 Regel 1 ist 100% Regel Nummer 2 ist was know what kannst auch Bull Chicago sagen wenn deine Eltern dann sauer sind wenn du Shit sagst wegen mir kannst du Shit sagen aber wenn die es blöd finden sagst du Bull Chicago ab heute kein Bullshit mehr du erzählst dir kein Bullshit du lässt dir aber auch von anderen Menschen kein Bullshit erzählen was was ist was ist Schritt zweite Schritt erster Schritt 100% Energie zweite Schritt know what know what no Bullshit sehr gut no Bullshit einige schreiben Tobi warum soll ich keine Katzenvideos gucken klar kannst du zwischendurch Katzenvideos gucken aber nicht den ganzen Tag Katzenvideos sind super aber was bringen sie dir sie bringen dir was nichts was dir was bringt ist sich auf deine Stärken zu konzentrieren eine Sache immer wieder zu tun bis du siehst dass du derjenige bist der sich darin so reingesetzt hast dass du es richtig gut kannst erster Schritt 100% zweiter Schritt no Bullshit no Bull Chicago drittens such dir ein Team mit anderen zusammen ist das Wachsen leichter hier sind über 5100 Menschen drin such dir ein Team Freunde mit denen du etwas zusammen machen kannst engagiere dich in der Schule in der AG mach was in deiner Freizeit wo du mit anderen zusammen etwas machen kannst Schritt Nummer 1 100% Energie Honor Respect no Bullshit Schritt Nummer 2 Schritt Nummer 3 Team Schritt Nummer 1 100% Schritt Nummer 2 no Bull Chicago no Bullshit Schritt Nummer 3 Team jetzt kommt Schritt 4 darauf haben wir hingearbeitet die ganze Zeit jetzt seit fast einer Stunde der Welt gegenüber deiner Familie gegenüber deinen Freunden gegenüber dir gegenüber deinem Kopf gegenüber deinem Herzen gegenüber allen Dingen in deiner Umgebung gegenüber Respekt richtig du schreibst es gerade schon sehr 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 gut du machst das großartig du machst es so toll in dir steckt ein Superstar kannst du noch kannst du eigentlich noch oder soll ich aufhören schreib mal hast du noch Energie sag mal ja oder nein schreib mal hast du noch Energie ist bei dir noch Energie da schreib mal kurz ich will mal sehen ob du noch da bist Lisa schreib ich Nina schreib ich baue ein Team auf sehr sehr gut Respekt haben Katzenvideos machen dumm schreib non Piana schreib Respekt sehr sehr gut Respekt dir gegenüber deinem Herzen gegenüber deinen Eltern gegenüber deiner Familie gegenüber deinen Lehrern gegenüber deine Lehrer waren mal kleine schrumpelige Babys die jetzt nach Aufmerksamkeit und Liebe schreien deine Lehrer wollen dass du groß wächst die Schule ist für dich nicht gegen dich Honor Respekt okay ihr könnt noch sehr gut wir haben jetzt noch genau zusammen 13 Minuten und in diesen 13 Minuten möchte ich dir sagen dass ich von Zielen und Träumen in meinem Leben keine Ahnung hatte was ich weiß ist dass Menschen die einen Ehrenkodex für sich haben mit 100% Energie no bullshit no bull Chicago die mit einem Team zusammenarbeiten und Respekt haben dass das Menschen sind die eines Tages ihre Träume und ihre Ziele erreichen werden und das Einzige was du tun musst wenn du möchtest ist dich ab heute so zu verhalten wie dieses Tier ich male dir jetzt kurz ein Tier auf und du sagst mir was das für ein Tier ist ich hatte in Kunst übrigens auch immer eine 5 so das ist das Tier was ist das für ein Tier wer es als erstes errät da bin ich mal gespannt was ist das für ein Tier schau mal was ist das für ein Tier ich bin gespannt in dem Chat wer es als allererstes errät was ist das für ein Tier ich bin gespannt wir wollen mehr ich habe Energie sehr gut nimm die Energie mit no bull Chicago was ist das für ein Tier schreib mal was ist das für ein Tier eine Biene sehr gut kann man doch gut sehen und das ist eine Biene das ist eine Biene was ist das für ein Tier eine Biene und die Biene wenn du dich verhältst wie die Biene wird dein Leben ganz schön leicht sein weil das Einzige was die Biene macht ist sie fliegt ihr ganzes Leben lang von Blume zu Blume zu Blume zu Blume sie fliegt ihr ganzes Leben lang von Blume zu Blume zu Blume zu Blume die Biene setzt sich nie auf Blumen drauf die kaputt oder alt oder verrottet sind sondern die Biene die verbringt nur Zeit mit frischen Blumen und da setzt sie sich rein und geht mit ihren Widerhaken in diese Blume rein und in ihren kleinen in diesen Widerhaken an ihren Beinchen da werden dann die Pollen gesammelt und mit diesen Pollen fliegt sie zurück in den Bienenstamm und daraus wird Honig gemacht aber die Biene weiß ja gar nicht die Biene weiß ja gar nicht wie großartig sie ist die Biene weiß ja gar nicht dass sie für das Ökosystem dafür dass wir Bäume haben die wachsen dass wir Obst und Gemüse wachsen das macht alles die Biene aber sie weiß es gar nicht und was will ich dir damit sagen sei wie die Biene du weißt vielleicht noch gar nicht wie großartig du bist du bist großartig in dir steckt so etwas Tolles wenn die Biene für unsere ganze Welt diejenige ist die unser die dafür Verantwortung trägt dass wir Pflanzen dass wir Pflanzen essen können dass es Obst und Gemüse ist was musst du dann machen einfach nur an dich glauben du bist wie eine Biene du machst einfach immer weiter Honor Respect ich möchte jetzt dass du dir überlegst was du richtig gut kannst wenn dieser Schultag hier vorbei ist möchte ich dass du dir aufschreibst heute was kannst du richtig gut und was kannst du gar nicht was kannst du in deinem Leben richtig gut und was kannst du gar nicht schreib dir das auf und wenn du dann drauf guckst was du richtig gut kannst dann möchte ich dass du an dir arbeitest und bist wie die Biene und du machst alles mit wie viel Prozent nochmal wie viel Prozent ich hab's nicht gehört ich kann gar nichts hören 100% Honor Respect Respect deinem Leben gegenüber deiner Familie gegenüber deinen Freunden gegenüber fremden Menschen gegenüber deinen Lehrern gegenüber der Schule gegenüber der Welt gegenüber Respect und jetzt hab ich noch mal eine Frage ich will mal nur gucken ob ihr gut zugehört habt sag mal wenn ich morgen bei dir zu Hause vorbeikommen würde und ich würde klingeln bei dir zu Hause und ich stell dir die Frage sag mal wie geht es dir was würdest du sagen ich möchte schreib das in den Chat wenn ich dich ab heute frage wie geht es dir was würdest du fragen was würdest du sagen ich schau mal in den Chat ich kann reiten sehr gut Nicole jeder kann eine Sache richtig gut ich kann gut sporten super Katharina perfekt wenn ich dich frage wie geht es dir ab morgen was sagst du was sagst du wenn ich lachen kann ich gut super Clemens ich kann auch gut lachen ich kann gut Blödsinn machen ich kann gut Witze erzählen jeder kann eine Sache richtig gut ich kann gut Handstand sehr gut wenn ich morgen bei dir vor der Türe stehe und klingel und frage und wie geht es dir was sagst du großartig wunderbar großartig wundervoll perfekt großartig fantastisch wunderbar 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 hervorragend ich bin gut so wie ich bin sehr gut ich weiß dass du eine Menge für dich mitgenommen hast und ganz am Ende bevor gleich Dr. Stefan Friedrich reinkommt möchte ich gerne noch etwas mit euch machen und zwar ich möchte dir Danke sagen ich möchte dir Danke sagen dass du mit uns jetzt schon drei Stunden hier dabei warst ich möchte deinen Eltern Danke sagen die dich auf diese Welt gegeben hat gegeben haben und damit hänge ich mich vielleicht weit aus dem Fenster ich möchte auch dem Coronavirus Danke sagen und zwar ich möchte diesem Kack-Virus den wir scheiße finden Danke sagen dafür dass er uns wachgerüttelt hat dass er uns gezeigt hat wie abhängig wir sind von etwas was so viel größer ist als wir selbst ich möchte dem Virus Danke sagen dass er uns daran erinnert in was für einem Luxusleben wir eigentlich gelebt haben dass wir immer raus durften ich danke dafür dass er uns gezeigt hat welche Freiheit wir hatten und welche Gesundheit wir hatten ich danke ich danke diesem Virus dafür dass wir die Dinge die wir für so selbstverständlich erachtet haben rauszugehen mit Freunden spielen draußen Sport machen dass wir jetzt diese Dankbarkeit dafür wieder haben dürfen ich danke dafür dass die Situation wie wir sie gerade erleben die Stopptaste in unserem Leben gedrückt hat und uns zeigt wie verloren wir waren weil wir immer so beschäftigt waren in unserem Leben ohne uns Zeit für das Wichtige zu nehmen ich danke dafür dass wir alle jetzt mehr Zeit mit unserer Familie verbringen dürfen mit Menschen die wir wirklich lieben und ich danke dem Virus auch dafür dass wir ein bisschen darauf gucken dürfen dass die ganzen Probleme die wir dachten zu haben vor ein paar Wochen dass sie plötzlich gar nicht mehr da sind Honor Respect Respekt dem gegenüber was wir gerade im Hier und Jetzt haben du und ich in diesem Livestream du da wo du gerade sitzt du da mit deiner Familie oder den Menschen die dich lieben die Dankbarkeit zu fühlen einfach nur am Leben zu sein ich danke der Situation die wir draußen erleben dafür dass die Erde gerade auspusten darf dass wir die Verschmutzung die wir unsere Generation hat das gemacht nicht du dass die Verschmutzung abnimmt so dass wir gemeinsam wenn das vorbei ist das besser machen können ich danke dafür dass wir jetzt gezwungen sind hinzuschauen und ich danke auch dafür dass dieser Virus dafür gesorgt hat dass wir die Life School jetzt gegründet haben das war überfällig ich danke dir dafür und ich danke dafür dass wir endlich verstehen was es bedeutet dass wir alle miteinander verbunden sind weißt du du und ich jeder Einzelne von uns du und ich wir sind alles die Blätter eines Baumes wir sind alle miteinander verbunden du und ich wir sind miteinander verbunden wir sind so viel mehr als Freunde oder Familie du und ich wir sind alle eins und wenn dieser Virus dazu führt dass wir verstehen dass es wir und die nicht gibt sondern dass es nur uns gibt und dass es kein Mobbing geben darf und keine Ausgrenzung und dass wenn ich jemanden in der Schule was Schlechtes will wenn jemand verprügelt wird dann ist das so als würdest du verprügelt weil wir du und ich weil wir alle gleich sind dann ist das so als würde an deiner Hand ein Finger abgeklemmt du tust dir selber damit weh und dafür bin ich dankbar dass weil weißt du wir wussten dass die Welt Veränderung brauchte und ich bin unglaublich dankbar dafür mit dir gemeinsam hier jetzt wenn wir aus dem was wir gerade erleben aufwachen einen Neuanfang finden dürfen und das war mein Abschluss und genau in dem Moment kommt ein Mann hier dazu den ich euch vorstellen darf Stefan kannst du mich schon hören Stefan kannst du mich hören oder sehen ich erzähle euch jetzt etwas über diesen Mann den ihr da gerade seht der gerade einen Schluck Wasser trinkt dieser Mann den ihr jetzt gleich seht der Mann der jetzt in der nächsten Stunde mit euch arbeiten wird ist dafür verantwortlich dass im Moment da ist er ein Mann hier den ich euch vorstelle ich bin gerade dabei dich vorzustellen kannst du dein iPhone kurz leise machen weil sonst hören wir uns doppelt ja ich muss warte mal ah siehste gleich wieder sehr gut hörst du mich ich höre dich sehr sehr gut wir sind 4930 Menschen jawoll so jetzt sehe ich euch auch wieder ich hatte gerade wieder diese technischen Themen aber wir kriegen das hin 4930 und ich möchte dich jetzt gerne vorstellen mein Lieber aber vorher möchte ich euch danke sagen dass ihr dabei wart in Stunde 3 jetzt kommt Stunde 4 und dieser Mann den ihr dort seht dafür verantwortlich dass ich in meinem Leben jetzt da bin wo ich bin er hat mir eine Bühne gegeben als so gut wie niemand an mich geglaubt hat der Mann den ihr dort seht ist der Gründer von Gedankentanken und was wir gerade in den letzten Stunden gemacht haben ist wir haben gemeinsam positive Gedanken getankt positive Vibes verströmt und dieser Mann hat damals an mich geglaubt und hat mich auf eine Bühne gestellt er hat genau das Gegenteil von dem gemacht was die Lehrer gemacht haben sondern er hat etwas gebaut wo andere Menschen Gedanken tanken dürfen und durch ihn habe ich damals zum ersten Mal eine Rede halten dürfen er ist Arzt er hat ganz viele Bücher geschrieben und er hat auch geschafft dass ich an mich geglaubt habe ohne ihn hätte ich wahrscheinlich auch diese Bücher hier nicht geschrieben und ich möchte dir sagen lieber Stefan du warst einer meiner aller allerersten Mentoren ich habe dich damals auf der Bühne gesehen mit Günther dem inneren Schweinehund und in dem Moment für mich entschieden ich will das eines Tages auch also vor euch ist Dr. Stefan Friedrich er ist Arzt Gründer von Gedankentanken einer der besten Speaker und Trainer die es gibt und mit dieser Übergabe sage ich euch Dankeschön ich freue mich wenn wir euch bei Instagram sehen dürfen oder im Podcast lieber Stefan viel Spaß in der nächsten Stunde du hast großartige Menschen vor dir großartig jetzt erstmal applaudieren wir bitte alle hier vor dem Computer den Tobi Tobi danke sehr für deinen danke sehr für deinen deinen super Info das war wie immer faszinierend und das war total lehrreich und wir haben alle ganz viele positive Vibes getankt der Bio-Lehrer geht der Erdkunde-Lehrer geht alles liebe euch das ist schön tschüss lieber Erdkunde-Lehrer und ich muss noch sagen dass der dass der liebe Erdkunde-Lehrer durchaus auch ein bisschen ich sag mal übertrieben hat der Erdkunde-Lehrer ist natürlich der hat nur nur deswegen hat er gesagt der muss auf die Bühne weil besser als der Friedrich das war jetzt gerade ein Scherz der Tobi ist ein grandioser grandioser Redner und bei Gedanken tanken könnt ihr euch ganz viele ganz viele Videos anschauen der ist einfach einer der allerbesten und ja also ihr guckt euch das an aber auch alle die heute bislang gesprochen haben die Laura der Christian der Tobi das ist für uns als Gedanken tanken ein totales Privileg mit so großartigen Rednern hier überhaupt nach außen auftreten zu dürfen das ist wirklich genial also danke sehr dass ihr alle mit dabei seid und danke sehr auch dass ihr alle hier noch miteinander zuguckt ich finde das finde das wirklich krass dass wir diese Aktion hier machen dass wir sie durchziehen und ich möchte mit euch jetzt über ein Thema sprechen habt ihr wahrscheinlich gesehen in der Ankündigung das Thema lautet lass dich nicht verarschen und dieses Thema ist ein Thema wo die einen oder anderen sagen Moment das ist jetzt komisch dass das klingt jetzt so negativ wir haben sie ganz von positiven Dingen gehabt ich möchte euch jetzt was beibringen ich möchte euch in der nächsten knappen Stunde wirklich was beibringen von dem ich weiß dass es die einen oder anderen Leben retten kann ich meine das jetzt ganz genau so und ich möchte euch jetzt zunächst mal eine Sache ganz klar sagen wenn ich das was in der nächsten Stunde kommt wenn ich das in eurem Alter gewusst hätte würde ich wahrscheinlich ein paar Jahre länger leben wenn das was ich euch in der nächsten Stunde beibringe hätte ich wahrscheinlich viel viel mehr Geld auf dem Konto in der heutigen Zeit wenn ich das was ich euch in der nächsten Stunde zeige wenn ich das mit anderen Leuten teilen würde dann gäbe es da draußen wahrscheinlich nicht so viele Corona-Tote wenn ich das was ich euch jetzt gerade erzähle wenn ich das auf die Welt da draußen verbreite und ich bring den Leuten das bei was ich euch in der nächsten Stunde zeige dann glaube ich dass sich ganz viele Leute in ihrem Leben nicht so verarschen lassen wie sie sich derzeit verarschen lassen und das möchte ich jetzt an einem Beispiel erklären was für viele von euch erstmal komisch klingt weil ihr damit vielleicht erstmal gar nichts anfangen könnt und ich bitte euch selbst wenn ihr mit dem Thema was ich jetzt sage wenn ihr mit dem Thema am Anfang nichts anfangen könnt bleibt bitte dran denn dieses Thema was ich euch jetzt zeige das könnt ihr übertragen auf hunderte Bereiche eures Lebens denn eine Sache ist echt wichtig wir werden alle verarscht wir lassen uns verarschen häufig freiwillig häufig denken wir wir tun Dinge freiwillig aber dahinter stecken ganz heftige finanzielle Interessen von Konzernen die uns in unserem Leben manipulieren und ich möchte euch jetzt ein Thema eröffnen wie gesagt die einen oder anderen werden sagen was hat denn das jetzt mit mir zu tun bitte bleibt dran ihr werdet gleich merken das ist ein perfides Thema das ist ein fieses Thema und das ist ein Thema was alle Menschen in irgendeiner Form betrifft sei es nicht bei dem sondern vielleicht bei was anderem und zwar geht es hier um ein Thema mit dem ich meine Karriere als Trainer begonnen habe ihr werdet es gerade gehört haben von Tobi ich bin von der ursprünglichen Ausbildung Herr Arzt und ich habe als Arzt natürlich gelernt wie Krankheiten funktionieren aber auch Ärzte sind ja keine Heiligen Ärzte machen ja auch manche Dinge die ungesund sind und das ist eine Sache die ich über viele Jahre meines Lebens gemacht habe ich habe geraucht wie ein Schlot und ich hätte mir obwohl ich Arzt war obwohl ich in der Psychiatrie gearbeitet habe obwohl ich mich mit Sucht ausgekannt habe hätte ich mir nicht vorstellen können dass man einfach so mit dem Rauchen aufhören kann ich habe es nach ein paar Jahren dann geschafft ich möchte gleich zeigen wie das geht und das was ich euch jetzt zeige das ist mein derzeit erfolgreichstes Seminar dieses Seminar in einer 5 Stunden Variante das geben ganz viele Trainer im deutschsprachigen Bereich die ganz viele Firmen haben diese Seminare schon gemacht ganz viele Schülerseminare haben stattgefunden mit diesem Thema was ich euch jetzt gleich zeigen möchte und das ist eines meiner meiner Lieblingsthemen meiner wichtigsten Themen und zwar wie man sich verarschen lässt von Konzernen die uns Zigaretten verkaufen und ich werde euch jetzt mal meinen Bildschirm freigeben ich werde euch jetzt gleich mal eine Präsentation zeigen in der es um dieses Thema geht und ihr werdet sehen ihr werdet sehen zack ich hoffe das klappt das alles ihr werdet sehen dass man dieses Thema was ich euch jetzt zeige auf ganz viele anderen Bereiche übertragen kann zunächst mal wieso das Thema Rauchen und was hat das mit diesem komischen inneren Schweinehund zu tun hier den du hier siehst also wenn du dich mit Rauchern unterhältst dann sagen die ganz häufig so Dinge wie ja ich könnte jederzeit aufhören ich will aber nicht Rauchen tut gut das entspannt mich das schmeckt lecker und so weiter und weißt du wenn du jetzt zum Beispiel rauchende Eltern hast dann hol die jetzt nochmal schnell vor den Computer oder wenn du irgendwelche Freunde hast die rauchen oder jetzt schon rauchen und damit aufhören wollen dann ruf sie nochmal schnell an oder verteile hinterher auf jeden Fall auch dieses Video hier von diesem Livestream weil ich werde dir jetzt innerhalb von einer Stunde wirklich Dinge erklären die du auf alles andere übertragen kannst und die zeigen wie fies teilweise die Fallen sind in die man uns so hinein verarscht also ich weiß nicht ob du schon mal an der Zigarette gezogen hast ich hoffe dass du es nicht hast ich weiß nicht ob du Raucher bist oder ob du nicht Raucher bist ich hoffe du bist es nicht ich selber habe mit dem Rauchen angefangen da war ich 14 oder 15 habe meine erste Zigarette geraucht und das war eine ziemlich intensive Raucherkarriere die fast anderthalb Jahrzehnte dann hinterher war und ich hätte mir nicht vorstellen können jemals mit dem Rauchen aufzuhören Vorsicht auch hier an der Stelle solltest du gerade auch in so einer Situation sein dass du sagst ich weiß nicht ob ich jetzt Raucher werden soll oder ob ich es nicht werden soll bitte hör mir zu denn mittlerweile ich weiß gar nicht wie viel Geld ich damit schon verdient habe dass ich Raucher beibringe wie sie mit dem Rauchen aufhören das Thema ist wenn du mit Rauchern sprichst dann erzählen die immer wieder ähnliche Geschichten die erzählen immer wieder dass sie so 20 Zigaretten am Tag rauchen die rauchen seit Jahren die gleiche Zigarettenmarke die haben fast alle als junge Jugendliche angefangen also irgendwie so im Alter zwischen als 12 Jahren und 18 Jahren also meistens so zwischen 14, 15, 16 in dem Bereich fangen sie mit dem Rauchen an die erste Zigarette hat den meisten Rauchern mies geschmeckt und die wollen aber alle aufhören weil sie spüren das macht krank das ist irgendwie fies das kostet sie Geld dass sie sind abhängig die werden auch häufig gedrängt Rauchen ist natürlich verpönt Rauchen ist blöd und die wissen das Rauchen bringt ihnen eigentlich gar nichts so und ich möchte mit dir jetzt mal ganz kurz reingehen in diese Historie warum Rauchen Rauche eigentlich wie kommt das Ganze eigentlich dass das so ist wie das ist und du wirst jetzt hier so ein paar lette Illustrationen sehen ich möchte mich dem Thema jetzt hier ein wenig lockerer widmen und werde werde dir glaube ich innerhalb dieser nächsten Stunde so viel so viel wichtigen Input geben bitte also noch wenn du jetzt denkst Rauchen hat ja mit mir nichts zu tun bitte bitte bleib mit dabei ja es hat was mit dir zu tun weil auch du kennst Leute die rauchen auch du hast vielleicht schon mal eine Zigarette gezogen auch du kennst Menschen die andere Verhaltensweisen haben die mies sind die vielleicht sich überfressen die zu viele Süßigkeiten zu sich nehmen die auf ihren Körper nicht achten die chronisch krank sind die irgendeine schwierige Erkrankung haben oder jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten die mit einer COPD vielleicht sogar Angst haben ob sie diese diese Corona-Krise überleben COPD das ist eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung und diese chronisch obstruktive Lungenerkrankung ist zum Beispiel einer der Hauptgründe warum Menschen die gerade Corona kriegen sterben die ersticken letztlich okay und fast alle die so eine COPD haben haben vorher geraucht also das was ich dir jetzt gerade zeigen werde das ist etwas ziemlich krasses da draußen also du kannst davon ausgehen dass jeder Fitte da draußen wahrscheinlich so eine so ein Raucher ist und sehr viele von denen haben eine COPD und die haben gerade ein richtig fettes Problem aber wenn man guckt woher die das Problem haben warum die das Problem haben dann hat die irgendwann in ihrem Leben irgendwas zum Rauchen gebracht und die kommen seitdem nicht mehr davon los Vorsicht genauso wie dich im Leben irgendwas dazu bringt faul die Füße hochzulegen dich mit den falschen Leuten zu beschäftigen zu viel Süßigkeiten zu fressen keinen Sport zu machen in die falsche Stadt zu gehen dich mit den falschen Menschen zu umgeben und so weiter bitte 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 deswegen bleib dabei so also warum rauchen die meisten Raucher die meisten Raucher sagen es tut gut es entspannt sie es schmeckt irgendwie gut in bestimmten Situationen scheint die Zigarette gut zu sein und vielleicht hast du das schon mal gesehen es ist so gesellig so jetzt pass mal auf ich muss dir jetzt herleiten warum das alles eine Lüge ist warum das alles Bullshit ist und warum jeder Raucher von einem Tag auf den anderen egal wie viel er raucht egal wie lange er raucht mit dem Rauchen aufhören kann aber es nicht weiß so wie du jedes Verhalten jeden Tag verändern kannst aber bitte denk mit bitte ganz kritisch sein mit dabei mitdenken und du wirst merken das alles ist wichtig so jetzt pass mal auf ich weiß nicht ob du schon mal an der Zigarette gezogen hast ich weiß nicht ob du ob du schon mal irgendwie mit dem Thema zu tun hattest aber eine Sache sage ich dir bei mir ich hatte Vorbilder fürs Rauchen ich hatte gute Freunde die geraucht haben meine Eltern also mein Vater hat stark geraucht ich fand viele Kumpels um mich herum die ich total cool fand fand ich super damals war das noch so dass das Rauchen typischerweise Film und Fernsehen viel präsenter war als heute man hat früher auch noch ein bisschen mehr Zigarettenwerbung gesehen überall das heißt also eigentlich ist das Rauchen sowas wie was ganz Normales übertragt das vielleicht mal auf andere Themen also Alkohol trinken ist gerade was ganz Normales Zucker fressen ist was ganz Normales zu viel Fleisch essen ist was Normales Fast Food ist was Normales also ganz viele Dinge die wir für normal halten halten wir nur deswegen für normal weil es da draußen halt gerade normal ist also angenommen da draußen würde jeder mit einer Heroinspritze in der Armbeuge rumlaufen wenn da jeder vierte macht halten wir das halten wir das für normal angenommen wir würden da draußen mit mit Waffen rumlaufen würden wir das mit der Summe der Menschen die das machen für normal halten also wenn du mir so die ganzen Helden anschaust viele Leute in meinen Nichtraucherseminaren wenn man solche Bilder zeigt so an Humphrey Bogart eine Marlene Dietrich ein John Connery eine Marilyn Monroe die werden dir vielleicht gar nicht mehr was sagen aber in der Generation der Erwachsenen die rauchen die kennen die zum Teil noch oder so ein Robbie Williams ein Angelina Jolie ein Bruce Willis ein Herbert Grönemeyer den kennst du vielleicht ein Barack Obama also wir leben in einer Welt in der sehr viele Leute rauchen und das ist was völlig Normales und jetzt passiert aber Folgendes und da musst du jetzt mal mitdenken ich weiß nicht ob du schon mal eine Zigarette gezogen hast diejenigen die das schon mal haben die werden das nachvollziehen können das ist ja gar nicht so leicht mit dem Rauchen anzufangen also wenn du als Kind als Jugendlicher deinen rauchenden Eltern zum Beispiel sagst hey Mama Papa ich bin jetzt 15 ich bin alt genug ich möchte mitmachen was sagen die Eltern in der Regel Vorsicht würde ich nicht machen das ist nur was für Erwachsene oder Vorsicht oder gefährlich und wozu führt das in der Regel das führt in der Regel zum ersten fiesen fiesen Denkfehler das führt dazu dass man denkt okay Rauchen ist nur was für die Erwachsenen irgendwie das stinkt doch das ist doch gar nichts besonderes dabei was haben die denn alle damit und wenn das was für Erwachsene ist und das möchte ich das ja auch mal machen dann fängt man in der Regel heimlich an mit dem Rauchen also die allermeisten Raucher haben heimlich angefangen ich weiß nicht wie das bei dir ist den Eltern rauchen die gerade zugucken bei mir war das auch so ich habe heimlich angefangen zu rauchen und jetzt passiert das allererste was gemein ist das erste ist wir ziehen an einer Zigarette und das schmeckt erstmal total unspektakulär also das schmeckt erstmal nach gar nichts das ist irgendwie rauchig das ist irgendwie doof man denkt sich wieso soll das gefährlich sein Vorsicht große erste Falle wieso soll das gefährlich sein wir ziehen an der Zigarette zweimal dreimal viermal wir merken das ist komisch ist irgendwie eklig aber nichts besonderes und dann kommt der Profi Raucher und sagt hey du rauchst ja gar nicht richtig du musst das inhalieren du musst das einatmen und jetzt kommt der schöne Moment wir ziehen an der Zigarette also die die das schon mal ausprobiert haben die wissen wovon ich spreche und wir merken das hustet wir müssen huschen das ist eklig das ist pfui und jetzt passiert was interessantes in dem Moment wo du merkst das hustet du kriegst weiche Knie es wird dir teilweise übel es dreht dich im Kopf du merkst das ist irgendwas was mit deinem Körper macht es tut dir aber nicht gut und jetzt kommt der erste große Denkfehler wenn du denkst dass etwas so eklig ist und sich so mies anfühlt dann hältst du es nicht für möglich dass man von diesem Scheiß jemals abhängig werden kann das heißt deine ganze Abwehr dieser Droge gegenüber geht runter und du denkst dir von dem Dreck sind erwachsene Leute abhängig ne also mit mir hat das nichts zu tun ich überhaupt keine Morde ich doch nicht ich doch nicht so und das führt jetzt dazu dass du anfängst das Rauchen zu üben also du übst dir zum Beispiel eine Zigarette inhalieren zu können oder zwei Zigaretten oder vielleicht auch mal fünf Zigaretten am Tag zu rauchen oder vielleicht mal noch mehr und was jetzt über die Zeit hinweg passiert ist was ganz Fieses Stückchen für Stückchen gewöhnst du dich immer mehr an die Zigaretten und das was am Anfang so eklig gewesen ist das was am Anfang so heftig gewesen ist das verschwindet und irgendwann mal gehört das zu deinem Leben dazu und du glaubst das ist was völlig Normales aber es ist nichts Normales was dabei schleichend anfängt ist eine sogenannte Sucht jetzt pass auf was ist eine Sucht ich versuche das mal ein bisschen scherzhaft herzuleiten hättest du gerade Bock auf eine Heroinspritze wahrscheinlich nicht wenn ich dir sagen würde du eine Heroinspritze und du fliegst in den Himmel und du fühlst dich nach super hättest du Bock da drauf wahrscheinlich hättest du keinen Bock da drauf weil du hättest Angst für der ersten Heroinspritze oder hoffentlich hast du Angst von der ersten Heroinspritze weil du fliegst da in den Himmel und du merkst du kommst dann wieder runter also ich versuche das mal hier irgendwie aufzumalen also angenommen du übernimmst eine Heroinspritze und du fliegst in den Himmel alles ist total super und du kommst dann aber wieder runter und sobald du wieder unten bist denkst du dir oh mein Gott irgendwie oben war es schöner oben war es irgendwie netter und dann nimmst du dir wieder die nächste Heroinspritze du fliegst wieder in den Himmel aber weil du dich körperlich so ein bisschen dran gewöhnt hast fliegst du nicht mehr so hoch wie vorher und dann kommst du wieder runter und jetzt hast du ganz leichte Entzugserscheinungen du kommst eigentlich in so einen roten Bereich so einen Bereich wo du merkst da geht es mir eigentlich nicht besonders gut irgendwie hier unten das ist irgendwie blöd und du denkst dir Mensch mit der Heroinspritze war es toll dann gehst du wieder zurück du gehst über diesen roten Bereich kommst du raus und dann bist du wieder im blauen Bereich weil sich dein Körper so ein bisschen mehr daran gewöhnt hat gehst du schnell wieder runter und dann landest du im Keller gehst immer tiefer in den Keller und du weißt schon worauf ich hinaus möchte es gibt so Bereiche das sind so grüne Bereiche die grünen Bereiche die sind schön in deinem Leben die grünen Bereiche sind super da ist alles gut da gibst du dir zusätzlich etwas und die roten Bereiche die sind negativ die roten Bereiche die sind mies so und was wollen wir jetzt eigentlich sind wir in dieser Linie in dieser Ausgangslinie gestartet eigentlich war alles okay wir haben uns einen Kick ins Leben geholt der Kick hat dazu gesorgt dass wir eine Entzugserscheinung bekommen dann wollen wir nächsten Kick der wird ein bisschen schwächer dann kriegen wir immer stärkere Entzugserscheinungen und Heroin funktioniert so dass du irgendwann mal gar nicht mehr diese Kickster oben haben möchtest sondern dass du so weit in den Keller gehst dass du einfach nur ein Scheißgefühl hast ohne Heroin also der Heroin-Junkie der hat immer Entzug dem Heroin-Junkie dem geht es mies sobald sein Pegel sinkt also der Heroin-Junkie das ist der normale Stimmungszustand der hat ein mieses Gefühl Heroin-Entzug dem fehlt was der ist schwitzig der ist nervös der hat Verdauungsprobleme der grübelt der ist depressiv und dann spritzt er kurz Heroin und dann kann er für eine kurze Zeit normal funktionieren und dann geht es wieder runter und dann spritzt er Heroin und kann für eine gewünsste Zeit normal funktionieren und sowas so und das ist eine Sucht also das Interessante bei einer Sucht ist dass es bei einer Sucht nie darum geht dass es dir mit dem Suchtstoff besonders gut geht sondern nur dass du ein Problem hast ohne den Suchtstoff oder beim Alkoholiker der nur ab einem gewissen Alkoholpegel sich normal fühlen kann genau das gleiche oder bei einem Zucker-Junkie der Zucker fressen muss und weißt du du isst irgendwie eine Süßigkeit du kriegst einen Insulinschock denn Süßigkeit der Zuckerpegel geht runter in den Keller du wirst nervös schwitzig kannst dich nicht gut konzentrieren dann brauchst du nächstes Zucker dann bist du für ein paar Minuten wieder gut drauf und dann geht dann der Zuckerpegel wieder nach unten und dann geht das wieder hoch also wir können das auf sehr viele andere Süchte sozusagen übertragen oder du brauchst ständig neue Klamotten mit neuen Klamotten fühlst du dich super dann hast du die neuen Klamotten und dann sind die auch nicht mehr so schön dann brauchst du wieder die nächsten neuen Klamotten also Süchte funktionieren so und beim Rauchen ist es halt so beim Rauchen geht es um den Stoff Nikotin jetzt habe ich dir das hier mal dargestellt dass du das mal so als Kurve dir anschaust und interessant bei dieser Kurve ist dass du ja so eine ganz interessante Art hast wie das Nikotin in deinen Körper kommt und wie es abgebaut wird also Nikotin das ist das Gift der Tabakpflanze und das ist in diesen in diesen Nikotinblättern drinnen die du zu dir nimmst oder die in der Zigarette drinnen sind die sind getrocknet mit Chemikalien versetzt und sowas und jetzt pass auf einfach einmal mitdenken du hast eine Zigarette in der Hand du zündest eine Zigarette an und jetzt passiert was ganz Wichtiges das musst du verstehen die Zigarette fängt an zu glimmen zu glühen du atmest diesen diesen Nikotinrauch ein und jetzt geht da sozusagen die Luft in deinen Lungen nach unten und jetzt geht dieses ganze Nikotin in dein Lungenbläschen und von den Lungenbläschen geht es ins Blut und der Nikotinpegel in deinem Körper der steigt jetzt auf diese Weise der geht jetzt hoch okay wumm sofort flutet dein Blut mit Nikotin also das ist so wie wenn du dir eine Heroinspritze geben würdest oder ja sowas in der Art sofort ist das hoch jetzt pass auf es gibt einen ganz 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 wichtigen Punkt das Nikotin gehört in deinen Körper nicht rein das Nikotin ist ein starkes Nervengift das Nikotin das ist eigentlich dafür gedacht dass die Tabakpflanze vor Fressfeinden beschützt wird das ist so richtig eklig und dein Körper sagt boah raus mit diesem Zeug die Leber baut das ab die Nieren die pinkelt das dann wieder baut das wieder ab dass wir pinkeln das über die Blase wieder nach draußen das ist auch der Grund warum Raucher so häufig Nierenkrebs und Blasenkrebs kriegen und würde das Nikotin jetzt einfach weiterhin verschwinden also wir würden kein Nikotin mehr nachführen dann würde dieses Nikotin so einfach aus dem Körper rausgehen okay so das ist die normale Reaktion und schon morgen früh ist nichts mehr im Prinzip da nach zwölf Stunden und es dauert es ungefähr zwei Wochen bis dieses ganze Nikotin aus dem Körper draußen ist und jetzt pass auf jetzt bitte bitte mitdenken warum raucht man denn als Raucher wo ist der der Punkt bitte bitte jetzt kritisch sein bitte mitdenken warum ist das so dass man wenn man so eine Zigarette raucht erstmal sagt furchtbar ist ja eklig und warum raucht man dann die zweite man raucht die zweite Zigarette weil man ja Raucher werden will man will ja warum fangen die meisten an zu rauchen weil man cool sein will weil es dazugehört was was für Erwachsene ist weil die Erwachsenen das vormachen weil unser Filmheld der Jean Connery das macht was ganz viele Vorbilder gibt die uns das machen die uns das zeigen und jetzt gehe ich einmal kurz ins Gehirn in die Gehirnchemie und im Gehirn da sind lauter sogenannte Synapsen also Nervenzellen die miteinander verbunden sind hier siehst du so ein ganzes Geflecht von Nervenzellen und da wo der eine Nerv den anderen berührt das ist die sogenannte Synapse da gehen so synaptische Bläschen sozusagen die schütten die schütten Botenstoffe von der einen Seite zur anderen ich habe das jetzt hier mal vereinfacht schematisch dargestellt aber stell dir mal vor von oben gibt es den Sendernerv und unten gibt es den Empfängernerv und der Sendernerv der schickt jetzt so Empfänger Botenstoffe nach unten also der eine Nerv der erzählt dem anderen was und der andere Nerv der hört sozusagen zu und jetzt wichtig es gibt ganz verschiedene Botenstoffe und es gibt ganz viele verschiedene ganz verschiedene Nervenohren und ich will dich jetzt hier nicht verwirren also die heißen diese Botenstoffe diese Sprachen sozusagen die heißen Adrenalin und Noradrenalin und Serotonin und Acetylcholin und sowas musst du dir jetzt alles nicht merken aber auf eine Sache musst du dich hinweisen eine Sache ist ziemlich krass es gibt einen Botenstoff der kommt überall im Körper vor und das ist das sogenannte Acetylcholin schon mal gehört ne also den gibt es in der Herzmuskelzelle im Darm in der Muskelzelle in der Schweißdrüse und sowas und jetzt passiert was interessantes das Nikotin das geht jetzt auf die sogenannten Nikotinergen Acetylcholin Acetylcholin Rezeptoren also auf diese Nervenzellen oder auf diese Nervenohren die sozusagen die Sprache Acetylcholin hören und jetzt pass auf jetzt pass auf jetzt ist total wichtig dass du das jetzt verstehst es gibt nämlich einen ganz großen Unterschied zwischen diesen normalen Botenstoffen und dem Acetylcholin die normalen Botenstoffe sind normale Sprache aber wenn du da jetzt Acetylcholin reinmachst das Nikotin dann wird das viel lauter als das normale das schreit den Nervenohren sozusagen die Ohren zu du schreist und schreist und das ist laut und du denkst dir mein Gott was ist denn das für ein Scheiß das ist ja furchtbar irgendwann mal soll das wieder vorbei sein die Leber baut das ab die Miere transportiert es nach draußen nach kurzer Zeit ist dein Pekel wieder normal und du denkst dir was war denn das jetzt für ein Scheiß ich hoffe du bist ein bisschen mehr Sprache was ist denn das für ein Scheiß so das ist die erste Zigarette die du raus das ist weiche Knie Übelkeit Spindel du musst husten du findest die Scheiße alles jeder schnallt das Zeug ist giftig jeder sagt ich brauche das nicht jeder sagt das ist ja furchtbar warum machen Raucher es trotzdem wieder naja weil sie denken hey ich will doch Raucher werden ich will doch cool sein ich will doch erwachsen sein ich will doch was was mir ja ich möchte so lässig sein wie meine Freunde das führt dazu dass du wieder mit Zigarette rauchst und du hast wieder den gleichen Effekt das Nikotin schreit dir die Ohren voll das ist viel zu laut wieder bist du irritiert wieder das ist ekelhaft du wartest darauf dass es verschwindet das Nikotin baut sich so langsam ab und jetzt passiert was Interessantes dein Körper sagt mein Gott diese Irritation geht mir auf den Nerv das will der doch nicht wieder machen du denkst dir mein Gott nein doch ich mach's wieder ich rauch die nächste Zigarette wieder die nächste Zigarette weil du willst ja cool sein du wartest darauf dass das verschwindet und jetzt achte mal darauf was hier an diesen Nerven passiert deine Nerven merken das kommt immer wieder also muss ich mich dagegen schützen und es macht einen Teil deiner Nervenzeit einfach so ein Ohrenschöpsel rein einfach so hier so ein Ohrenschöpsel rein sozusagen also das ist eine vereinfachte Darstellung der Adaptationsprozesse an der Synapse ich möchte es mal ganz einfach machen wenn du da Ohrenschöpsel drin hast also nimm mal deine beiden Finger steck die mal so in die Ohren rein und versuch mir weiterhin zuzuhören merkst du das wird schwierig jetzt muss ich schon lauter sprechen damit du mir zuhören kannst verstehst du und genau das passiert jetzt immer wenn du Nikotin reinhaust dann ist das für einen Teil des Nerven total laut aber ein kleiner Teil des Nerven der kleine Teil mit den Ohrenschöpsel sagt oh ist eigentlich ganz angenehm und wenn du jetzt das Rauchen immer wieder übst dann baust du sozusagen Ohrenschöpsel für Ohrenschöpsel rein Ohrenschöpsel für Ohrenschöpsel Ohrenschöpsel für Ohrenschöpsel und am Ende hast du genau das am Ende hörst du nicht mehr du musst laut sein damit du was hörst weil du hast die Finger in den Ohren drin und dann flaut der Nikotinpegel wieder ab und dann musst du wieder laut sein damit du hörst das heißt wenn du Nikotin jetzt drinnen hast fühlst du dich für kurze Zeit normal weil aber dein Körper das Nikotin weil sein Nervengift es wieder rausbaut hast du nach kurzer Zeit das Gefühl du hörst nichts mehr okay und jetzt sind wir bei einem ganz spannenden Ding genau unter diesem Problem leiden Raucher die ganze Zeit Raucher leiden darunter dass ihnen ohne Nikotin Zigarette also ohne Nikotin Kick etwas fehlt was mit Nikotin für kurze Zeit weg ist kannst du dir das vorstellen also warum raucht ein Raucher weil es ihm schmeckt weil es entspannt weil es gut tut ein Raucher raucht weil ihm ohne was fehlt und jetzt passiert was witziges guck dir das mal an der Pegel im Körper der steigt jetzt sind die Nervenohren alle zu dann sinkt der Pegel nach einer kurzen Zeit kommt der Raucher in so einen Bereich hinein wo der sagt ich brauche die nächste Zigarette dann raucht er wieder die nächste Zigarette dann kommt er wieder in so einen Bereich hinein also das ist so ein Bereich wo er das Gefühl hat dass ihm etwas fehlt weil der Pegel abflaut und jetzt fängt eine Kettenreaktion an die wenn es dumm läuft den ganzen Tag durchgeht und zwar 20 Mal am Tag also nach so einer dreiviertel Stunde kriegst du das Gefühl du brauchst die nächste Zigarette brauchst die nächste Zigarette brauchst die nächste Zigarette brauchst die nächste Zigarette und zwar nicht deswegen weil dir die Zigarette so gut tut sondern weil dir ohne die Zigarette was fehlt der Pegel geht runter du führst ihn kurz auf der Pegel geht runter du führst ihn kurz auf der Pegel geht runter du führst ihn kurz auf das ist das und das ist alles nichts Neues achten ich zeige dir mal ein paar Dokumente von Philip Morris das ist eine große Zigarettenfirma von 1972 die Frage ist warum Menschen rauchen die Antwort ist dass Menschen rauchen um Nikotin zu erhalten oder ein weiteres Dokument ebenfalls Zigarette Zigarettenfirma Philip Morris von 1972 die Zigarette sollte nicht als Produkt angesehen werden sondern als Verpackung das eigentliche Produkt was verkauft wird ist Nikotin oder hier niemals würde irgendjemand ein Zigarettenraucher in dem er Zigaretten ohne Nikotin geraucht hat oder hier eine andere Zigarettenfirma Brown & Williamson von 1978 sehr wenige Kunden sind sich der Effekte des Nikotins bewusst insbesondere dass es süchtig macht und das Nikotin ein Gift ist bedeutet was jetzt eigentlich passiert und da möchte ich dich jetzt ja auf diese nächste Zeichnung hier hinweisen der Raucher hat sozusagen einen schizophrenen inneren Schweinhund bekommen dieser schizophrenen inneren Schweinhund ich nenne den den bösen Wildschweinwolf das ist wie so Jekyll and Hyde das ist gut und böse und dieser Wildschweinwolf der entsteht erst nur dadurch dass der Raucher überhaupt mit dem Rauchen anfängt weißt du jede Sucht entsteht dadurch dass du erstmal mit dem Suchtstoff anfängst jede Sucht beginnt erstmal damit mit dem ersten Mal zu viel Zucker mit dem ersten Mal Kaufrausch mit dem ersten Mal irgendwie einen Scheiß machen mit dem ersten Mal so und jetzt geht es nicht darum dass dir mit dem Ding dass es dir mit dem Ding besonders gut geht sondern dass dir ohne etwas zu fehlen beginnt ich male das mal mit so einer mit so einer kurzen Grafik versuche ich das mal klar zu machen warum hat der Raucher das Gefühl dass ihm das Rauchen gut tut und Vorsicht ich weiß einige hier die jetzt zugucken sind Raucher oder haben mal geraucht bei den Erwachsenen auf jeden Fall viele Kinder und Jugendliche die sich das gerade angucken können sich das nicht vorstellen die fragen sich warum rauchen denn jetzt meine Eltern das stinkt doch das macht die krank können die das nicht bleiben lassen pass auf der Punkt ist genau das ist die Schwierigkeit wenn du nämlich einmal mit so einer Sucht angefangen hast dann kannst du es nicht einfach so bleiben lassen oder du glaubst dass du es nicht bleiben lassen kannst obwohl du es bleiben lassen könntest aber du glaubst es nicht mehr dann wird die Sucht so normal wie atmen versuch mal atmen zu unterdrücken also warum tut dem Raucher das Rauchen angeblich gut also oben ist ein gutes Gefühl unten ist ein mieses Gefühl ja weil der Raucher einen Nikotinpegel hat den Nikotinpegel der sinkt ja und sobald der Pegel sinkt kommt im Kopf so eine leise Stimme die heißt rauch eine Zigarette rauch eine Zigarette rauch die nächste Zigarette rauch eine rauchen 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 und dann hält die Stimme die Klappe rauch eine Zigarette rauch eine Zigarette rauch eine Zigarette rauchen 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 raucht. Weißt du, was ich meine? Und das hast du wahrscheinlich, wenn du noch nicht rauchst, bei allen Rauchern schon beobachtet. Wenn du selber rauchst, dann kennst du dieses Gefühl. Das Interessante dabei ist, wir wundern uns, warum die schon wieder eine Zigarettenpause brauchen, warum können die sich schon wieder nicht konzentrieren, warum geht der schon wieder eine rauchen, muss das denn sein? Ja. Wenn du dich fragst, warum machst du das und sagen die Raucher, ja, tut mir gut, das entspannt mich irgendwie, ich brauche das gerade irgendwie. Aber warum tut es gut und warum entspannt es? Weil da abhängig ist, weil er genau dieses Problem hat. Dem fehlt ohne Nikotin was, dem fehlt ohne Einkaufen was, ohne Klamotten was, ohne Alkohol was, ohne Süßigkeiten was. Wie geht es dem Nichtraucher? Dem Nichtraucher fehlt nichts. Der Nichtraucher ist immer auf dem Wohlgefühl-Level über dem Raucher, weil der ja keinen Entzug spürt. Das ist auch schwierig zu sagen, so Entzug. Der Entzug beim Raucher, der fühlt sich nicht schlimm an. Das ist so ein Loch im Brust-Bauch-Bereich. Die Hände wissen nicht, was sie halten sollen. Das ist so eine ganz leichte Unsicherheit. Das kannst du kaum beschreiben. Das ist nicht wirklich körperlich schlimm, aber es fehlt was. Wem fehlt nichts? Dem Nichtraucher fehlt nichts. Achtung, warum rauchen Raucher also? Raucher rauchen nur, damit sie sich fühlen können, wie sich Nichtraucher immer fühlen können. Ist das Schwachsinnig? Raucher rauchen, damit sie sich so fühlen können, wie sich Nichtraucher immer fühlen können. Kaufrauschmenschen kaufen deswegen Sachen, damit sie sich so fühlen können, wie sich Nichtraucherschmenschen immer fühlen können. Alkoholiker saufen, damit sich so fühlen können, wie sich Nicht-Alkoholiker fühlen. Zuckerfresser fressen sich zu Tode und Fett und bewegungsunfähig, damit sie sich so fühlen können, wie sich Nicht-Zuckerfresser immer fühlen können. Merkt ihr das? Ich komme noch dazu, was das mit Lass dich nicht verarschen zu tun haben. Das ist ganz wichtig. Ist dir das klar? Das Rauchen ist eine Kettenreaktion. Jede Sucht ist eine Kettenreaktion. Kaufen führt zu Kaufen führt zu Kaufen führt zu Kaufen. Saufen führt zu Saufen führt zu Saufen führt zu Saufen. Rauchen führt zu Rauchen führt. Jede Zigarette macht Entzugserscheinungen und sorgt dafür, dass du die nächste Zigarette wieder rauchst. Und dann kriegst du die nächste Zigarette, kriegst du wieder Entzugserscheinungen, wieder Entzugserscheinungen und wieder Entzugserscheinungen. Das heißt, Rauchen tut nicht gut per se, weil das Rauchen nur dem Raucher gut tun kann, weil nur der Raucher Entzugserscheinungen hat. Der Nichtraucher hat keine Entzugserscheinungen. Der Nichtraucher hat keinen Wildschweinwolf. Das heißt, das Rauchen tut, wenn überhaupt, nur dem Raucher gut, zwar nur deswegen, weil er Entzugserscheinungen wegnimmt. Das ist, verstehst du, das ist wie wenn du so einen Juckreiz hast. Da kommt ein kleiner Juckreiz. Und der Raucher, der kratzt sich den Juckreiz weg. Dann ist der wieder weg. Nach ein paar Minuten kommt der Juckreiz wieder. Dann kratzt er sich wieder weg und dann kommt der Juckreiz wieder. Und ich muss immer lachen, wenn ich Raucher bei der Zigarettenpause sehe. Das ist so, wie wenn sich lauter Allergiker zum gleichzeitigen Kratzen treffen. Das ist total bescheuert, verstehst du? Und ich gucke mir das an und denke mir, mein Gott, merkt ihr nicht, wie doof das ist? Und es ist auch klar, warum man denkt, das Rauchen würde gegen Stress helfen. Da oben ist ein Stresspegel und unten ist die Entspannung. Der Nichtraucher ist immer entspannter im Vergleich zu einem Raucher. Ist euch das klar? Der Raucher, der hat aber Stress, sobald sein Pegel sinkt. Sobald der Raucher eine Zigarette ausgemacht hat, steigt der Stress. Dann braucht er eine Zigarette gegen den Stress. Dann braucht er wieder eine gegen den Stress. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Das heißt, Rauchen hilft nicht gegen Stress, sondern Rauchen verursacht den Stress. Gehen, gehen, genau, dass Rauchen wieder zu helfen scheint. Zu viel kaufen, zu viel saufen, zu viel Zucker. Das hilft nicht gegen Stress. Schokolade reduziert keinen Stress. Schokolade reduziert den Stress, den du hast, wenn du zu viel Schokolade frisst. Zu viel Kuchen reduziert den Stress, den du hast, wenn du zu viel Kuchen frisst, weil dein Blutzuckerspiegel sinkt und du wieder den nächsten Kuchen brauchst. Wenn du Dreck frisst oder wenn du dummes Zeug machst, ist genau das, was passiert. Und jetzt kann man sagen, Moment, das ist ja so eine biologisch ganz einfache Geschichte. Nikotin rein, Nikotin raus, Nikotin rein, Nikotin raus. Jetzt passiert aber was ganz Gemeines. Jetzt verknüpfen wir diese Zigaretten auf einer psychologischen Ebene mit so ganz bestimmten Situationen. In ganz bestimmten Situationen musst du dir mal Raucher angucken. Wann rauchen Raucher eine Zigarette? Die rauchen zum Beispiel eine Zigarette, wenn sie einen Kaffee trinken. Oder wenn sie Stress haben. Oder wenn ihnen langweilig ist. Oder wenn sie aufs Klo gehen. Oder wenn sie denken müssen. Und so weiter. Es gibt ganz viele Situationen, denken. Oder wenn sie auf einer Party sind. Oder wenn sie arbeiten. Es gibt ganz viele Situationen, wo die Zigarette jetzt mit dem Alltag verknüpft ist. Und jetzt passiert das nächste Gemeine. Jetzt hast du auf der einen Seite dieses biologische Nikotin rein, Nikotin raus, Nikotin rein, Nikotin raus, Nikotin rein, Nikotin raus. Und auf der anderen Seite verknüpfst du jedes Mal dieses Jucken, Kratzen, Jucken, Kratzen, Jucken, Kratzen mit bestimmten Situationen. Das heißt, einerseits rauchst du, weil du denkst, das würde dir gut tun. Zweitens, du verknüpfst das mit bestimmten Situationen, Auslösesituationen und das schleifst du dann über die Zeit hinweg ein. Ja, und das führt dann über lange Sicht zu einer ganz blöden Geschichte. Das heißt, dass du auf der einen Seite biologisch das rein und raus und rein und raus und rein und raus und rein und raus die ganze Zeit hast. Und auf der anderen Seite kommen lauter so Auslösesituationen, mit denen du als Raucher im Alltag ständig zu tun hast und du kannst anscheinend nichts mehr dagegen machen. Dieses Verhalten hat sich so sehr in dein Leben eingebrannt, dass du aus diesem Verhalten scheinbar nicht mehr rauskommst. Das heißt, du bist so eine Art biopsychologischen Nikotinkonsummaschine geworden. Ist das klar? Also immer, wenn dir langweilig ist, dann guckst du nach drinnen und innen drin ist dieses unangenehme Gefühl Suchtdruck. Also brauchst du jetzt eine Zigarette. Immer, wenn du nachdenken willst, dann kannst du dich gerade nicht konzentrieren, weil innen drin schreit der Wildschweinwolf nach dem nächsten Kick. Immer, wenn du eigentlich Pause machen möchtest, dann kannst du dich nicht mehr entspannen, weil dir ja irgendwas zur Entspannung fehlt. Du sagst, ey, yippie, ja, ja, ich habe einen Erfolg gehabt. So geil, könnte es so schön sein, aber dein Gehirn sagt, ja, aber so richtig wohl fühlst du dich nicht, weil dir fehlt noch irgendwas. Immer, wenn du ein Problem hast und du musst irgendwie rumgrübeln und du sagst, ich kann keine Probleme lösen ohne eine Zigarette. Und jetzt riss es richtig mies. Jetzt bist du zu einer biopsychologischen Nikotinkonsummaschine geworden. Jetzt armer Raucher, der du gerade zuguckst oder armer, hoffentlich jetzt bald nicht mehr Raucher. Also liebe Kiddies, die euch gerade das reinzieht. Nochmal, kurze Erinnerung, wenn eine Zigarette scheiße schmeckt, lass die weg, weil sonst gewöhnst du es dir an. Wenn du es dir angewöhnst, schmeckt die Zigarette niemals zu keinem Zeitpunkt gut, sondern diese Zigarette, die wird immer nur Entzugserscheinungen machen, die sogar so schwach sind, dass sie nicht immer besonders schlimm sind, die aber dafür sorgen, dass es dir ohne Zigarette immer scheiße geht, dass du Kick nach Kick nach Kick nach Kick brauchst, dass du abhängig bist in bestimmten Situationen, das Zeug zu rauchen, dass du das mit Situationen verknüpfst und dass du das, wenn es dumm läuft, über Jahre und Jahrzehnte deines Lebens noch nicht mal mehr schnallst. Du kapierst nicht mehr, warum du eine Zigarette brauchst zum Nachdenken. Du kapierst nicht mehr, warum du eine Zigarette brauchst, wenn du nicht mit anderen streitest. Du kapierst nicht mehr, warum du nicht mehr aufs Klo gehen kannst ohne Zigarette. Du kapierst nicht, warum die anderen Leute alle sagen, ja, aber das stinkt, das ist eklig, weil du süchtig geworden bist. Jetzt ganz gemein, wir hatten was davon. Wir hatten was davon, dass man raucht auf diese Weise. Wer hat was davon, dass wir rauchen, weil wir die Illusion haben, dass wir den Suchtdruck beseitigen, dabei stimmt das gar nicht. Wer hat was davon, dass wir das mit bestimmten Situationen verknüpfen, obwohl diese Situationen nichts mit dem Rauchen zu tun haben. Wer hat was davon, wenn wir das so lange einschleifen, dass wir es automatisch machen, ohne, dass wir das nachdenken. Ja, wir sind halt Raucher oder Nichtraucher. So, also, wen machen wir damit reich? Pass mal auf, ich mache es mal folgendes Gedankenspiel. Stell dir mal bitte vor, stell dir mal bitte vor, du suchst ein perfektes Produkt und du willst so richtig reich werden. Was ist ein perfektes Produkt? Ein perfektes Produkt ist möglichst klein, dann kannst du ganz viel davon herstellen. Ein perfektes Produkt kannst du möglichst günstig herstellen, kannst das teuer wiederverkaufen. Ein perfektes Produkt hat weltweit viele Millionen Kunden. Und richtig geil wäre es, wenn du ein Produkt hättest, ein richtig geiles Produkt, was sogar die Leute dazu bringt, dass die das Gefühl bekommen, es fehlt ihnen was, wenn das Produkt zur Neige geht. Stell dir mal vor, deine Kunden bekommen Entzugserscheinungen bei deinem Produkt. Wäre das geil? Wäre das der Hammer? Und die Leute, die müssen nur, wenn sie Angst bekommen, das Produkt geht zur Neige, müssen die das Produkt wieder kaufen. Wäre das der Knaller? Du würdest dich dumm und dämlich verdienen. Es hat das Problem natürlich, das Produkt ist natürlich ein Problem. Das Produkt ist stark giftig. Das Produkt macht krank. Jeder Vierte, der das Produkt konsumiert, der stirbt an diesem Produkt. Also kannst du mal zählen, so eins, zwei, drei tot, eins, zwei, drei tot, eins, zwei, drei tot. Ist doof. Jetzt kann man mit dem Produkt natürlich nicht werben und kann sagen, hey, weißt du was, willst du Lungenkrebs kriegen? Willst du schlechte Luft haben, schlechte Atemluft haben? Willst du stinken? Willst du gelbe Zähne haben? Willst du runzlig werden, kannst du ja so nicht werben. Also wie machst du es? Wie macht man, also Werbung, Zigaretten verkaufen, wie macht man es? Ach so, lass dich nicht verarschen, bitte lass dich nicht verarschen. Wie macht man Zigarettenwerbung? Man sagt, willst du cool sein? Willst du schön sein? Willst du schick sein? Willst du toll sein? Also, dass es klar ist, Zigaretten verkaufen ist wie Geld drucken. Und genau das machen Zigarettenwerbung und PR. Genau das macht es. Also hier, du siehst den Günther, du siehst den Günther, den inneren Schweinehund, wie der gerade vor dem Plakat steht. Und er guckt auf diesem Plakat andere Mädels an, die den Günther da gerade umhegen. Und dieser Günther hat gerade eine Kippe im Mund. Und er denkt sich, ich will so sein wie der. Ja, und deswegen muss ich ja offensichtlich irgendwie rauchen. Das ist der Denkfehler, den Raucher typischerweise machen. Oder wie du reinkommst in diese Falle. Und jetzt nochmal, wer sind denn so die Vorbilder, die wir so haben? Weißt du, wenn ich dir solche Typen zeige, wie die hier, dann ist das ja nicht nur von ungefähr. Weshalb rauchen die denn? Achtung, ganz berühmt geworden ist folgendes Dokument. Das ist von Sylvester Stallone von 1983, wo Sylvester Stallone einen Brief schreibt an eine Film-Promotion-Firma. Lieber Bob, wie besprochen garantiere ich, dass ich Brown & Williamson-Tabakprodukte in nicht weniger als fünf Filmen verwenden werde. Nach meinem Verständnis zahlt mir dafür Brown & Williamson 500.000 Dollar. Ich hoffe, ich höre bald von dir. Dein Sylvester. Nochmal. Kein Mensch braucht die Droge. Die Droge ist nur Scheiße. Du stinkst, du wirst abhängig, du gibst Kohle aus ohne Ende. Wer bringt dich dazu? Vorbilder. So, und dann gehst du in den Kino und siehst in Sylvester Stallone. Die Älteren werden ihn noch kennen. Die Jüngeren, kannst du mal gucken. Also den gibt es heute immer noch. Der hat zu der Zeit der Rambo gedreht. Und er hat nochmal, ich glaube, Creed, das sind die aktuellsten Rocky-Filme, die du von ihm siehst. Das ist eine richtige Hollywood-Größe. So, ja, da fließt Geld, dass da im Film geraucht wird, dass die Coolen rauchen. Und dann gehen die kleinen Jungs, die auch gerne cool wären, aus dem Kino raus oder machen den Film-Scream aus und sagen, worauf habe ich jetzt Bock. Und Zigarette, das wäre nicht schlecht. Merkst du das Problem? Und wenn du dir Zigarettenwerbung über die Jahre hinweg anschaust, ist immer das Gleiche. Zigarettenwerbung macht nichts anderes, als dass es bestimmte Gefühle verknüpft oder bestimmte Motive verknüpft mit einem Produkt. Ich werde mal mit den kleinen Touren machen durch die Jahrzehnte der Zigarettenwerbung, wie die aussieht. Also hier, 50er Jahre, hier, Raucher sind reich, Raucher sind elegant, Raucher sehen gut aus. 50er Jahre, Alice, der Whisky unter den Zigaretten. Rauchen hat was mit Alkohol zu tun. Rauchen hat was mit Freiheit zu tun. Hier, das ist das berühmte HB-Männchen damals. HB-Männchen ist immer ausgeflippt, wenn irgendwas passiert ist, weil das HB-Männchen nicht wollte. HB-Männchen klingelt das Telefon, HB-Männchen spinnt rum, liegt in der Badewanne, zündet sich eine Zigarette an, beruhigt sich. Wir lernen, rauchen beruhigt. Was passiert in Wirklichkeit? HB-Männchen hat einen Suchtdruck und kriegt das nicht mehr auf die Kette. Was lernt man? Rauchen beruhigt durch die Werbung. Zigarettenwerbung, 60er Jahre. Wenn Sie mich fragen, ich rauche mal, coole Typen rauchen, haben eine hübsche Sekretärin. 60er Jahre, Kreativität, wer gern raucht, wer viel raucht. Musik, Party, Stimmung. Hier steht schon, das siehst du heute auch noch. Hier steht auf diesem Plakat steht, Raucherinnen sind schlank, sind elegant, Raucherinnen sehen gut aus. Raucherinnen, weißt du? Und jedes Mädel mit ein bisschen Körperschema-Störungen, jedes Mädchen, was sagt, ich bin hier zu dick, ich bin da, guckt sich das Plakat an und denkt, Rauchen macht schlank. Oder das nächste hier. Was steht hier? Also nur, da muss kein Text drin sein. Da steht, Raucher sehen geil aus, haben viel Freizeit, haben ein Segelboot, ja. Und der zieht die schönen Mädchen an. Der zieht die schönen Frauen an. Wenn der mal will, der braucht sich nur umziehen, ja. Guck, nur umdrehen. Guck mal, da ist sie schon. Also ihr Lieben, merkt ihr, was da steht? Übrigens an der Stelle, wisst ihr, was eine der erfolgreichsten Pillen der Welt ist? Das ist Viagra, ja. Viagra, könnt ihr recherchieren, wenn ihr damit noch nichts anfangen könnt. Das ist eine der erfolgreichsten Pillen der Welt. Warum? Achtung, unter uns gesagt, jeder zweite Raucher ab 50 kriegt keinen mehr hoch. So, ich weiß, für viele von euch ist das jetzt hier nicht das Thema, unterhaltet euch mit euren Eltern darüber, ist mir jetzt auch wurscht, aber es ist einfach wichtig, dass wir das ansprechen. Das macht Erektionsprobleme, ja. Und wenn du sagst, 50, das ist das 50. Leben, das ist ja alles noch so weit weg, Vorsicht, das denken alle, die 50 sind auch. Wisst ihr, das ist echt heftig. 70er Jahre Zigarettenwerbung. Hier, Rauchen und Geschmack, milde Sorte, schöne, elegante Frau. Rauchen und Pause machen und Urlaub am Strand. Rauchen und Abenteuer, groß im Geschmack, 80er Jahre Zigarettenwerbung. Raucher gehen durch Wände, Raucher sind stark, Raucher sind durchsetzen stark. Hier, Rauchen mal abschalten und genießen, Rauchen gehört zum Kaffee, Rauchen ist guter Geschmack. Hier, der Geschmack des Nordens, voll würzig Männersache. Zigarettenwerbung in den 90er Jahren, was ist das für eine Zigarettenwerbung, was ist das für eine Marke? Wahrscheinlich wissen die meisten von euch gerade, Marbro. Ihr seht drei Cowboys und ihr sagt, Marbro, wie wie so Zombies, Marbro, Marbro. Wisst ihr, das kann eine Werbung für einen Ponyhof sein. Nee, wir sehen die drei Cowboys, ihr wisst, Marbro. Oder hier, come to where the flavor is, komm dahin, wo der Geschmack ist. Raucher, Cowboys rauchen und trinken dazu Kaffee. Das haben wir verknüpft, Kaffee und Abenteuer. Ja, also Raucher fahren Motorrad, Raucher probieren mal was aus. Ich rauche gern. Raucher sind junge, nette, schicke Damen. Wie sieht Zigarettenwerbung heute aus? Raucher sprechen Englisch, Helden der Arbeit. Raucher gehen mit ihm Ciao, Ciao spazieren auf der Straße. Die anderen Frauen gucken ihnen nach. Raucher sind nackig am Pool mit barbusigen Frauen für mehr Handlung in Pornos. Keine Panik, wer keine Falten hat, hat da nichts erlebt. Full Flavor, voller Geschmack. Oder hier mit einer Candle kannst du locker abhängen. So, wenn du dir diese ganzen Werbedinger anguckst, was passiert bei dir hoffentlich im Kopf? Wahrscheinlich wirst du merken, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ist eigentlich irgendwie sogar lustig. Also warum rauchen wir? Wir rauchen was lecker ist, was locker ist, was cool ist, was irgendwie witzig ist, was irgendwie dazugehört, was zur Gruppe gehört. Und im Prinzip plappern wir dabei einfach nur die Werbung nach. Wir quatschen das nach, was uns diese ganze Werbeindustrie vorgibt. Das heißt, wir machen gerade menschenreich. Wir glauben diesen ganzen Scheiß. Wir glauben diesen ganzen Scheiß, den man uns verkauft durch die Werbung, obwohl wir es nicht brauchen. Wir werden abhängig von diesem Zeug. Dadurch, dass wir abhängig werden, wo wir uns mühsam reinkämpfen müssen, wir gegen die, wir sind die Raucher, wir verteidigen das. Bitte pass auf, dass du in diese Scheißfalle nicht reinkommst. 14 Jahre war ich in dieser Falle drin. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, wie mies diese Falle ist. Warum rauchst du? Weil du glaubst nicht mehr, dass es ohne auch geht. Und dabei verbinden Zigaretten, Werbung, PR einfach nur Dinge, die nichts mit zu tun haben. Tabak und Konzentration, ein Bullshit. Du bist ständig abgelenkt durch den Suchtdruck. Tabak und Beschäftigung, du kannst dich nur mit was beschäftigen, wenn du Nikotin dazu hast. Tabak entspannt nicht, Blödsinn, du kriegst Panik ohne Zigaretten. Tabak ist nicht cool. Wer ist denn cool? Der Zwölfjährige, der um die Hausecke lässig tut. Tabak und Persönlichkeit, Bullshit. Unabhängige Menschen, das sind Persönlichkeiten. Tabak und Erotik, nein, sorry, Raucher stinken. Das weißt du auch schon. Tabak und Pause machen. Raucher müssen Pause machen, weil der Pegel sinkt. Tabak und Selbstbestimmung, du bist cool, wie es dir die Werbung erzählt, Bullshit. Das ist eine Zwangshandlung. Tabak und Schmecken, nein, das ist eine Illusion. Das heißt, du wirst einfach nur für dumm verkaufen. Lässt dich verarschen. Und das fängt in deinem Alter an. Hör auf damit. Glaub den Scheiß nicht. Da wollen Leute eine Kohle. Die wollen dafür, dass du Jahr für Jahr für Jahr Geld ausgibst, immer ärmer wirst, dein Geld zum Fenster rausschmeißt, du kannst das neben mir Geld anlegen, du kannst Millionen, kannst du das richtig machen, kannst du an Kohle verdienen, anstatt dich um Lebensjahre zu bringen und dich krank zu rauchen. Weißt du? Und das Ganze ist natürlich, ich möchte nicht allzu sehr in diese Giftthemen reingehen. Natürlich macht das Ganze noch krank. Da sind Sachen drin, da weiß ich gar nicht, wie ich das aussprechen soll. Aber das Rauchen ist einfach mal richtig hässlich und richtig ekelhaft. Ammoniak zum Beispiel macht man rein. Das ist Harnstoff. Hier, das Geheimnis der Marlboro ist Ammoniak. Ammoniak Marlboro zum Beispiel gibt viel guten Geschmack ohne Sättigungseffekt. Also falls du mal Marlboro-Raucher kennst, der Sinn beim Marlboro-Rauchen ist nicht, dass du mit Marlboro ein besonders geiles Gefühl bekommst, sondern dass du das Gefühl bekommst, ich brauche die nächste Marlboro. Sättigungseffekte. Philip Morris Marken haben den höchsten Ammoniak-Level im deutschen Markt. Übrigens, falls du dich fragst, woher ich diese ganzen Dokumente habe, die kannst du auch recherchieren. Die sind im Netz. Kannst du mal recherchieren. Guck mal, University falsch. Ja, doch, ist richtig geschrieben. Die sind im Netz unter Tobacco-Documents. Kannst du mal recherchieren. Das geht zurück auf Jeffrey Weigand. Jeffrey Weigand ist ein ehemaliger Tabak-Manager in den USA, der in den 90er Jahren diese ganzen berühmten Tabak-Prozesse in Gang gesetzt hat. Jeffrey Weigand. Kannst du recherchieren. Google das mal. Wie ein Krimi. Gibt es auch einen geilen Film davon mit Russell Crowe, der den gespielt hat. Der wurde verfolgt. Das ist ein Tabak-Manager. Der hatte sich geweigert, das Rattengift Kumarin in Zigaretten reinzumischen, weil es halt ein bisschen Sücht übermacht und ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Seitdem hat damals man in Amerika gesagt, die Tabak-Industrie muss ihre ganzen internen Dokumente öffentlich offenlegen. Und all das, was ich dir jetzt zeige, das kannst du alles nachrecherchieren. Das ist wie ein Krimi. Oder hier, das ist total schön. Das ist schön. Also Zigaretten, die Raucher werden es kennen. Zigaretten schmecken nicht immer gleich. Manchmal sind auch in Zigaretten irgendwelche Geschmacksveränderungen drin. Man denkt sich, Baden, die war jetzt besonders fies. Also als Raucher merkt man sowas tatsächlich. Und natürlich haben Zigarettenfirmen auch so ihre Probleme. Ja, also hier, das zum Beispiel ist ein Mängelbericht von so einer Mängelabteilung. Da schicken jetzt so Kunden ihre Problemkippen zurück ans Werk und die Lebensmittelchemiker müssen mal rausfinden, was bei den Zigaretten falsch gewesen ist. Hier, das kann man alles nachrecherchieren, alles öffentlich zugänglich. Ich erzähle euch hier keinen Scheiß. So, hier zum Beispiel steht, Schaler Geschmack hat die Dame husten lassen. Das kommt von einer Unbalanced Flavor Quality, schlecht auspronanzierte Geschmacksqualität. Hat Übelkeit und Kopfschmerzen verursacht. Das ist normal. Zigaretten. Hat Erkältungssymptome entwickelt. Das kommt von den Druckfarben. Sehr schlimme Kopfschmerzen. Normal. Trockener Hals brennen. Normal. Schwindelgefühle. Normal. Nervous System Shutdown. Da hat jemand einen Nervenzusammenbruch gekriegt oder was immer. Kommt von den Lösungsmitteln. Oder made him dizzy and sick. Jemand schwindelig geworden in Übelkeit. Das kommt auch von den Lösungsmitteln. Insbesondere ist zu viel Zyklohexanol in die Zigarette rein. Und das ist das Problem. Das heißt, das Rauchen an sich ist schon scheiße. Aber dadurch, dass wir jetzt diesen Suchtdruck bekommen sollen, diesen Kick, damit die ihr Kohle verdienen, damit wir über Jahre und Jahrzehnte hinweg täglich 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro in deren Rache schmeißen, damit wir uns normal fühlen können, so wie sich Nichtraucher immer fühlen können. Dadurch machen wir uns nebenher kaputt. Dadurch machen wir uns krank. Die Zähne werden gelb. Die verrußen wie so Fassaden in stark befahrenen Innenstädten. Das siehst du Rauchern an oder hast du ja auch. Der Geruch ist fies. Erstmal, du stinkst. Und zweitens, du kannst nicht mehr so gut riechen. Die Lunge wird krank. Nochmal, COPD. Weißt du, was COPD ist? Woran gerade alle sterben, wenn sie Corona haben? Das ist das hier. Das ist dieses... Dieses Gemeindegefitt. Und ich weiß, du kennst Raucher, die genauso husten. Das Blut klumpft. Du hast kein flüssiges Blut mehr. Du hast so einen zähflüssigen Blutschleim, der durch deinen Körper kriecht. Die Haut schrumpelt. Erstmal ganz im Ernst. Wie viele Raucherinnen kennst du, die sich selber schminken und gerne jung wären, aber in Wirklichkeit so aussehen? Weißt du, ich finde das absurd. Wenn sich Raucherinnen schminken, das ist absurd. Mit der gleichen Logik kannst du eine Pflanze grün anmalen, wenn sie vertrocknet ist. Verstehst du? Du musst die gießen. Mein Gott, du musst die gießen. Ja, Sex klappt nicht mehr. Schwangerschaftsprobleme. Du kriegst Herzinfarkt. Du kriegst Schlaganfälle. Die Beine werden blau. Der Krebs wuchert auch hier. Natürlich, Raucher bekommen ganz häufig Krebs. Das wissen wir auch. Aber weißt du, Krebs, was die meisten nicht wissen, mehr sagen die Lungenkrebs. Ich weiß nicht, ob Lungenkrebs kriegt. Weißt du, dass Raucher auch Lippenkrebs kriegen und Zungenkrebs und Mundbodenkrebs und dass die Hautkrebs kriegen und dass die Brustkrebs kriegen, dass die Blutkrebs kriegen, dass die Leberkrebs kriegen, dass die Nierenkrebs kriegen, dass die Blasenkrebs kriegen oder dass die Kehlkopfkrebs kriegen. Da wuchert hier so im Hals der Kehlkopf zu durch aggressiven Krebs und dann bohrt man als Arzt hier unten nochmal so ein Loch da rein, damit man eben die letzten Lebenswochen noch zumindest Luft bekommt. Und dann gehen wir auf so eine HNO-Station im Krankenhaus und dann siehst du, wie die Leute durch dieses Loch im Hals ihre Zigaretten rauchen. So, also das ist die Wahrheit. Bob, ich habe Krebs. Luxemburger Krebsvorsorge. Ja, ich lasse das hier mit diesen hässlichen Brüdern. Und das Hirn verdummt und die Sucht nervt die ganze Zeit. Und das nur, weil du als Jugendlicher in genau deinem Alter in diese Falle reingedappt bist und dir diesen Scheißhass verkaufen lassen. Manche sehen es mit Humor. Das ist eine Zigarettenmarktkirche, ich glaube aus England, ist die Death. Die gibt es auch als Deathlights. Da steht es auch so schön drauf. Rauchen macht dich nicht besonders sexy, schick, stylisch oder welterfahren. Das bringt dich um. Wir verkaufen keine Schachtel Lügen, wir verkaufen eine Schachtel Zigaretten. Und Death ist eine verantwortungsvolle Art, ein Konsumprodukt legal zu vermarkten, was die Kunden umbringt, wenn man es so verwendet wie angedacht. Genau darum geht es. Und es ist leider wirklich so. Und tschüss, jeder vierte Raucher stirbt am Rauchen. Wir haben in Deutschland, je nachdem, wie du das jetzt statistisch schätzt, zwischen 100.000 und 140.000 Tabak-Toten jedes Jahr. Es ist tatsächlich so. Und es ist alles auch nichts Neues. Man weiß das schon seit Ewigkeiten. 1963 auch ein Dokument. Nikotin macht süchtig. Wir sind im Business, Nikotin zu verkaufen. Eine süchtig machende Droge mit unattraktiven Nebeneffekten wie Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Störungen, die Emphyseme und so weiter hervorruft. Also das alles ist nichts Neues. Die Frage ist, warum machen wir es trotzdem? Achtung, Tata, auch hier an der Stelle nochmal. Lass dich nicht verarschen. Geh bitte davon aus, da draußen gibt es Kräfte, die wollen, dass du süchtig bist. Es gibt da draußen Kräfte, die wollen, dass du Scheiß kaufst, dass du abhängig bist, dass es dir nicht gut geht, dass du Kunde wirst. Und diese Kräfte, die sind in einem großen Zusammenspiel. Konzerne beeinflussen Politik, beeinflussen Wissenschaft, beeinflussen Medien, beeinflussen öffentliche Meinungen. Und das Ganze geht, wenn es dumm läuft, über Jahrzehnte hinweg, bis irgendjemand sagt, okay, eigentlich sollten wir es wirklich bleiben lassen. Und in Deutschland ist Zigarettenwerbung immer noch erlaubt, obwohl all das hier seit Ewigkeiten längst bekannt ist, weil natürlich auch hier Geld fließt. Also es werden Parteien unterstützt, es werden Forschungseinrichtungen unterstützt, deswegen sagt der eine oder andere Professor, ja, ist noch nicht bewiesen, ob das wirklich so schlimm ist. Das ist ein kriminelles Spiel, also für alle, die hier gerade Bock haben auf irgendwelche Schulprojekte, macht euch mal den Spaß und geht mal in dieses Projekt rein. Schwarzbuch Zigarette an dieser Stelle, ein sehr schönes Buchtipp, ist auch schon ein paar Jahre alt oder geht in den englischsprachigen Raum. Es gibt tolle Bücher zu dem Thema, da wird einem wirklich übel, das Ganze, das sind Krimis. So, sind Raucher also verrückt? Nein, Raucher sind nicht verrückt. Raucher sind in einer Falle drin. Raucher verstehen es nicht besser. Raucher glauben das nicht, dass die das können. Raucher rauchen bei Ärger, wenn sie einen Kaffee haben, wenn sie nachdenken müssen, weil die das Jahre und Jahrzehnte eben so gelernt haben. Und nein, ihr lieben Raucher, wenn ihr gerade zuguckt, ich kann das doch selber verstehen, ich weiß doch, wie es ist. Aber du kommst da raus. Du musst halt diesen Bullshit loswerden, wie das geht, erkläre ich gleich nochmal. Das Problem ist jetzt, aber wenn du in dieser Falle drin bist und ich mache dir jetzt nochmal so richtig Stress und Druck, was passiert dann? Also diese ganzen Gesundheitswarnungen, die es weltweit gibt. Weißt du, es gibt, es gibt, die sagen, seitdem diese Warnungen drauf sind, dass seitdem der Pro-Kopf-Verbrauch der Zigaretten noch gestiegen ist? Das heißt, wenn du einem Raucher Stress machst, dann ist besonders geil, weil dann raucht er besonders viel, weil er bei Stress ja die Zigarette braucht. Er kriegt ja ein schlechtes Gewissen. Und weißt du was? Ich glaube, wenn du bislang von irgendjemandem was übers Rauchen gehört hast, dann hast du wahrscheinlich sowas gehört wie, fang gar nicht an, du bist krank damit und sowas. Aber was die meisten nicht sagen, ist das hier. Raynors 1973. Die Rauchengesundheitskontroverse erscheint Jugendlichen nicht wichtig, weil man psychologisch gesehen mit 18 unsterblich ist. Zudem, wenn der Wunsch, ein Draufgänger zu sein, Teil der Motivation ist, mit dem Rauchen anzufangen, dann machen immer wieder betontere Risiken das Rauchen attraktiv. Wenn also die Älteren gegen das Rauchen predigen, also so alte Typen wie ich, dann bringt gerade dieses Anti-Gefühl die Jugendlichen dazu, sich anders verhalten zu wollen und erst recht zu rauchen. In diesem Falle sollte eine neue Marke, die für die junge Zielgruppe, an die junge Zielgruppe gerichtet ist, in keiner Weise irgendwie als Gesundheitsmarke beworben werden, sondern sogar irgendein Risiko transportieren. In diesem Sinne können Warnhinweise auf den Packungen durchaus von Vorteil sein. Hast du das verstanden? Die Industrie weiß, dass du es, wenn es dumm läuft, sogar cool findest, wenn du Zigarettenpackungen sammelst mit kaputter Lunge, Tod, Warnungen und sowas, dass du es cool findest, gefährlich zu sein, dass du es cool findest, erwachsen zu sein. Die Alkoholindustrie weiß, dass du es cool findest, zu saufen. Die Klamottenindustrie weiß, dass du es cool findest, irgendwelchen coolen Typen hinterher, die wissen das alle, damit verdienen die ihr Geld und verarschen dich. Die Zuckerindustrie weiß, was du cool findest. Die Industrie weiß, was du cool findest. Und es ist nicht deren Antrieb, dass du ein gesundes, glückliches Leben hast. Deren Antrieb ist es, Geld zu haben, Geld zu machen und dir etwas zu verkaufen, was du gar nicht brauchst. Bitte, das ist alles, was ich dir in dieser Stunde beibringen möchte. Lass dich nicht verarschen. Guck dir diese Perfidi an. Da draußen sterben jetzt in diesen Tagen Menschen in Intensivstationen an einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankten, die ersticken, weil es diese Industrie gibt. Die ersticken, weil es diese Industrie gibt, weil die über all das nicht nachdenken, worüber wir gerade hier sprechen. Das wissen die irgendwie ein bisschen. Und das ist alles gewünscht. Das heißt also, wenn ich dir als Raucher sage, hey, du musst Raucher bleiben, dann geht das ganz leicht. Ich muss dir einfach nur Stress machen, weil Rauchen angeblich gegen Stress hilft und du armer Raucher, der du gerade zuhörst, wahrscheinlich hast du, während ich dir das erzähle, schon drei Kippen geraucht vor schlechtem Gewissen und ich verstehe es komplett, denn ich hätte es genauso gemacht. So, kurz am Ende, wie geht die Sucht weg? Die Sucht geht weg, indem wir uns erstmal klar machen, woher kommt sie? Aus der Biologie und aus der Psychologie. Also musst du das biologisch und psychologisch loswerden. Das Erste, solltest du Raucher sein, nochmal an der Stelle, ich gehe hier ganz schnell durch ein Thema durch. Für alle, die nicht Raucher sind, für die ist das jetzt schon sehr, sehr viel Information gewesen. Du kannst bei Gedanken tanken ein Video finden, das heißt, Nichtraucher in 20 Minuten, das ist auf diesem YouTube-Kanal, findest du es. Das ist das Video, was, glaube ich, am meisten geguckt wurde von mir, ich weiß nicht, wie viele Millionen Views das hat. Für viele reicht dieses 20-minütige Video aus, mit Rauchen aufzuhören. Du findest, bei rauchfreimethode.com findest du einen kompletten Online-Kurs mit allem drum und dran, egal wie viel du rauchst, wie lange du rauchst, egal wie, ja, findest du ganz viel Material, da bringe ich dir das Nichtrauchen bei. Das geht teilweise, wenn du möchtest, über Wochen hinweg in deinem Tempo. Ansonsten empfehle ich Nichtraucher in 5 Stunden.de, das ist eine Seminarfirma, die bietet deutschlandweit Nichtraucher-Seminare an, ganz viel für Firmen und für Mitarbeiter, wo man in dieses Thema wirklich intensiver reingeht. So, wie geht diese Sucht weg, die biologische Sucht weg? Ganz einfach, im Prinzip musst du ein Entzügchen machen, weißt du, du rauchst eine Zigarette und dann sinkt der Pegel und du musst gar nichts machen, du musst einfach nur keine Zigarette mehr rauchen, ganz wichtig, keine Zigarette mehr rauchen, ganz einfach, weil jede Zigarette ja dazu führt, dass die nächste Zigarette geraucht werden will. Eine führt zur nächsten, führt zur nächsten, führt zur nächsten. Wenn du diese Kettenreaktion unterbrichst, dann hast du aber keinen Suchtdruck mehr. Und sagen die ganz Schlauen unter euch, Moment, aber da gab es doch Entzugserscheinungen, Moment, was war denn mit diesem Synapsen? Wir machen mal Intelligenztest. Gerade ist das so, da raucht es was, raucht, 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 raucht und raucht und die Nerven hören nicht richtig, Nerven hören. Und dann rauchst du eine Zigarette und dann ist für kurze Zeit, denkst du dir, boah, jetzt hört es sich wieder normal an. Und dann geht das Nikotin raus und dann wird das wieder leise und leise und leise und leise und leise und dann willst du, dass es wieder normal ist und dann rauchst du wieder, rauchst du die nächste Zigarette und dann kommt aber nichts, kommt nichts und dann rauchst du wieder eine Zigarette, damit du dich normal hörst. Jetzt anhörst, damit du normal hörst. Jetzt Achtung, Intelligenztest. Was passiert wohl, wenn du jetzt keine Zigarette mehr rauchst? Also deine Finger sind in den Ohren drin und das ist alles ganz leise. Alles ganz leise. Was macht dein Nerv jetzt wahrscheinlich? Der Nerv macht irgendwann mal den Ohrenstöpsel. Boah, ich höre ja wieder was, cool. Hey, du Nachbarnerv, hör mal, mach mal deinen Ohrenstöpsel weg und der Nachbarnerv sagt, cool, ich höre wieder was, ich höre ja wieder was, Wahnsinn. Die anderen beiden sagen, sei der verrückt, da kommt der Krach wieder. Jetzt pass auf, wenn du jetzt wieder rauchen würdest, was würde passieren? Nach kurzer Zeit wäre das wieder drin, richtig? Aber jetzt stell dir mal vor, du rauchst einfach keine mehr. Was würde passieren? Dann würden die ganzen Nervenohren wieder frei sein, die würden alle die Stöpsel rausnehmen. Und ab dem Moment brauchst du keine Zigarette mehr. Ist das klar? Ist das klar? Das wissen die meisten nicht. Aber wenn die meisten Raucher schon mal aufgehört haben zu rauchen, dann merken die, das geht nicht darum, dass du eine Zigarette am Tag rauchst oder drei oder mal so ab und zu, sondern entweder bist du Raucher oder bist du Nichtraucher. Sehr viele Raucher hören einfach auf von einem Tag auf den anderen. Und die sind Tage und Wochen und Monate und Jahre Nichtraucher. Und sobald die mit einer wieder anfangen, geht es wieder, geht es wieder weiter. Jetzt kann man sagen, Entzugserscheinung ist ja schrecklich. Pass auf, denk mal an eine Zitrone. Stell dir mal so eine schöne, reife, saftige Zitrone vor. Stell dir mal vor, ich habe die gerade in der Hand, ich schneide die in zwei. Groß Zitronenschnitts. Und ich führe diese Zitrone jetzt zum Mund und beiße in die Zitrone rein. So, wer von euch hat jetzt einen feuchten Mund bekommen? Und jetzt frage ich dich, das, was du an Speichel jetzt gerade im Mund hast, ist das biologisch oder ist das psychologisch? Das ist was Psychologisches, was das Biologische ausgelöst hat. Das heißt, du spürst körperlich etwas. Du spürst körperlich etwas. Obwohl das eigentlich nur ein Gedanke ist. Und das ist das Problem. Das ist das, womit die meisten Leute Schwierigkeiten haben, was sie nicht verstehen. Wenn du Menschen sagst, du musst, du darfst nicht mehr rauchen. Du musst gut riechen. Du darfst dein Geld nicht verbrennen. Du musst jung sein. Du musst, du musst, du musst, du musst. Sobald wir dieses Du musst machen, kommt bei uns eine Gegenreaktion und wir sagen, ich will aber, ich will stinken dürfen, ich will krank sein dürfen, ich will Geld verbrennen dürfen. Was passiert aber, wenn du sagst, du musst dein Geld nicht mehr verbrennen. Du musst die nächste Zigarette nicht anzünden. Du darfst gut riechen. Auch du darfst gesund sein. Du darfst reich werden. Und du darfst nicht rauchen. Sich etwas zu erlauben, anstatt sich etwas zu verbieten. Wer das verstanden hat, der merkt, der ist eigentlich frei. Der ist wie so ein Vogel im Vogelkäfig. Raucher sind wie so Vögel im Vogelkäfig. Die sind so an ihren Käfig gewöhnt, die glauben nicht, dass es da draußen noch was gibt. Und wenn du einen Vogel hast zu Hause oder schon mal hattest, du machst so eine Käfigtüre auf und der ist im Käfig gewöhnt, dann bleibt der erst mal drin sitzen. Also solltest du Raucher sein, der du gerade zuguckst oder vielleicht zeigst du diese kurze Aufnahme mal jemandem, der raucht. Wenn du Bock hast auf ein Abenteuer, dann geh raus aus deinem Käfig. Bau den Wunsch aus, auf frische Luft zu tanken, wieder zu riechen, wieder zu schmecken, stolz zu sein auf dich, stark zu sein, dich gut zu fühlen, zu wissen, wie das ist, dass du nicht jeden Tag fünf Euro verbrennst, ein gutes Gewissen zu haben wegen deiner Gesundheit, tagtäglich besser zu riechen, besser zu schmecken, mehr Luft zu haben, mehr Kraft zu haben, dein Blut zu verdünnen, jünger zu werden vom ganzen Gefühl und auch ganz viele andere Dinge hinzubekommen. Und dann geht es einfach nur darum, dass du eine Entscheidung triffst, dass du loslegst und dass du dein ganz normales Leben weiterlernst. Und wenn jetzt Probleme kommen wie das hier, weißt du, hey, zum Kaffee, früher eine Zigarette, sagst du, hey, ich bin doch, brauchst du zum Kaffee keine Zigarette? Dann trinkst du den ersten Kaffee ohne Kippe, merkst du, er geht. Dann denkst du das erste Mal nach, ohne Zigarette, es geht. Dann trinkst du zweiten Kaffee ohne Zigarette. Du sagst, boah, es geht ja, weißt du. So, einmal, zweimal, einmal, zweimal, einmal, zweimal, einmal, zweimal, einmal, zweimal. Du gehst aufs Klo und du stellst fest, du kannst auch ohne Zigarette, ohne zu platzen, es funktioniert. Und du wirst bemerken, du brauchst die Zigarette nicht. Und das ist die aktive Aufgabe, die du als Nochraucher hast in der Zeit, nachdem du aufgehört hast, dass du mit deinem Alltag einfach übst und dass du dann bald dein Ziel erreichst. Also, wenn du Raucher bist, der jetzt gerade zuhörst, dann kannst du jetzt gleich nochmal eine Zigarette rauchen, aber bitte ganz bewusst inhalier die, überleg dir, was du gerade tust, was du dir dabei gerade antust, deinem Körper, wie du irritierst. Denk an den Dreck, denk an die Radioaktivität, an die Giftstoffe, an das, was du mit deinem Körper machst. Denk an die ganzen Toten, denk an Lungenschleim, denk an Krebs, spür dieses Erstickungsgefühl, bleah, mach es dir richtig bewusst. Und dann mach einfach aus, schmeiß das Zeug weg und du brauchst das nicht mehr. Denn eine Sache ist klar, wenn du ohne Zigarette lebst, dann hast du frische Luft, gutes Gewissen, du lebst viele, viele Jahre, deine Kinder, deine Enkelkinder, das Leben ist für dich da. Und ich wünsche dir, auf dieser Reise, solltest du zu den Rauchern hier gehören, wünsche ich dir viel Erfolg, alles Gute, ich wünsche dir das Allerbeste auf diesem Weg unterwegs und alle anderen, die jetzt gerade hier zugehört haben, alle anderen, die in dieser, in dieser, na, wie kann ich das hier ausmachen, wie komme ich jetzt hier wieder auf den, na gut, ich schaffe es nicht, ist wurscht. Alle anderen, allen anderen wünsche ich jetzt hier einfach ein gutes, ein gutes Gelingen, ein gutes Gefühl, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf meinen ganzen Körper umschalten kann, hier, na gut, ist wurscht. Wie dem auch sei, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Thema Nichtrauchen einiges beibringen, ich hoffe, ich konnte einige Impulse setzen, ich hoffe, ich konnte, ja, ich hoffe, ich konnte einiges rüberbringen und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das könnt ihr wirklich auf alle anderen Bereiche übertragen. Das muss nicht das Thema Rauchen sein, das geht beim Thema Ernährung, das geht beim Thema Sport, das geht beim Thema Konsum, das geht bei allen möglichen Themen immer wieder darum, dass es Konzerne gibt, die ein Interesse daran haben, dass wir sozusagen süchtig werden, dass du süchtig wirst. Ja, und an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal danke sehr fürs Mit-Dabeisein hier. Fünf Minuten habe ich nur überzogen. bei unserer ersten Live-School von Gedanken tanken. Ich hoffe, es war einiges für dich dabei. Ich hoffe, du hast was gelernt. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit gehabt. Ich hoffe, du hast viel gelernt. Du hast viel mitgenommen und ja, wirst die Live-School weiterempfehlen. Das Video hiervon wird glaube ich, wenn wir das richtig sehen, dieses Video weiterhin im Netz zur Verfügung stehen. Ich kriege das irgendwie nicht hin, wie ich meine, nicht mein Video hier, wie ich mein Bildschirm wieder offen und neutral mache. Also wir werden das, wir werden das lange Zeit hier zur Verfügung stehen haben bei YouTube. Empfiehle das einfach weiter. Ich hoffe, dass ganz viele Impulse dabei gewesen sind. Ich bedanke mich bei dir in deinem eigenen Sinne, dass du dir das jetzt so viele Stunden angeschaut hast. Und ich hoffe, dass du bei der nächsten Live-School, wenn wir wieder eine machen, wieder mit dabei bist. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Mitdenken. Ich wünsche dir einen geilen Tag, eine coole Zeit und dass dir zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und ich wünsche dir alles Gute für deine persönliche Entwicklung, für dein Leben. Hier war dein Stefan Friedrich. und ich wünsche dir